Das ist italienische Nächte, die Liebe auf Reisen, Buch 2, geschrieben von Sophie Love, erzählt von Valentina Lee. Kapitel 1 Kira erwachte auf Bryns unbequemer Couch mit einem schmerzvollen Nacken und eiskalten Füßen. Die Temperaturen in New York fielen immer tiefer, der Herbst lag bereits in der Luft, und trotz der unbequemen Couch und der Kälte war Kira allerbester Laune beim Erwachen. Heute, am 22. Oktober, würde Kira in die Redaktion des Viatorum Magazins zurückkehren, aber zu einem besseren Job, mit erheblich mehr Geld. Sie freute sich darauf, Nina wiederzusehen, ihre Freundin und Lektorin im Verlag. Noch mehr freute sie sich darauf, endlich wieder zu schreiben, denn das war ihre große Leidenschaft. Zwar wusste sie noch nicht, worin ihr nächster Auftrag bestehen würde, aber sie ging davon aus, dass es nicht halb so aufregend sein würde wie der letzte, der sie für einen ganzen Monat nach Irland geführt hatte. Elliot würde ihr bestimmt etwas weniger Umfangreiches geben, aber das war okay für sie. Sie hatte bisher nämlich kaum Zeit gefunden, sich in New York wieder einzuleben und mit ihren Freunden und mit ihrer Mutter auf den neuesten Stand zu kommen. Außerdem würde Shane in einer Woche zu Besuch kommen, und darüber freute sich Kira weit mehr als über eine exklusive Story. Ihre ältere Schwester Brynn kam ins Wohnzimmer geeilt, die Haare wild auf den Kopf, auf einen Bein hüpfend, weil der zweite Schuh fehlte. Ich bin spät dran, stammelte Brynn. Warum hast du mich nicht geweckt? Kira sah auf die Uhr. Weil es erst sieben ist, du hast noch eine Stunde Zeit. Sie lachte über ihre zerstreute Schwester. Brynn hielt inne und starrte angestrengt auf die Uhr. Oh, stimmt. Sie zog sich den Schuh wieder aus und setzte sich zu Kira auf die Couch. Ich war fest davon überzeugt, ich käme mit dem Leben besser klar, wenn ich erst einmal dreißig bin. Kira grinste. Wohl kaum. Beide Swansons Schwestern hatten es wahrlich nicht eilig, erwachsen zu werden. Brynn beugte sich zu ihr und stupste sie in die Seite. Also, der erste Tag zurück auf der Arbeit nach der Pause. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Es wird sicher eine völlig andere Stimmung herrschen ohne Joshua, der allen bloß die Laune verdirbt. Vor allem freue ich mich darauf, Nina wiederzusehen. Und natürlich bin ich sehr neugierig, was Elliot als nächstes für mich geplant hat. Wird das wieder eine Reise nach Übersee? fragte Brynn. Das möchte ich bezweifeln. Andererseits hätte ich gegen viel Sonne nichts einzuwenden. Kira lachte und blickte aus dem Fenster in die trüben Wolken New Yorks im Oktober. Und ein eigenes Bett, scherzte Brynn und klopfte auf das Polster der Couch. Ach ja, das. Also, du weißt, dass ich hier nicht ewig pennen will. Es dauert nur etwas länger, als ich gedacht hatte, eine passende Wohnung zu finden. Und ich brauche den Abschlag zurück, den ich für die Wohnung mit Zack hinterlegt hatte. Ohne den geht es nicht. Du weißt, wie zögerlich er ist. Kein Problem, sagte Brynn und winkte ab. Bleib so lange du willst. Bleib so lange es nötig ist. Aber erspare mir jeglichen Kommentar über die Männer, die ich mit nach Hause bringe. Sie schaute Kira finster an. Mir sind deine vorwurfsvollen Blicke nicht entgangen. Ich meine eben, dass du mit diesen ätzenden Typen deine Zeit verschwendest. Einfach nur deshalb, weil du nicht glauben willst, dass du wunderschön bist. Brynn rollte mit den Augen. Das reicht jetzt. Also, wieso denkst du, dass du nicht wieder nach Übersee geschickt wirst? Keine Ahnung. Kira zuckte mit den Schultern. Wahrscheinlich, weil es den anderen Autoren gegenüber nicht fair wäre. Es sähe nach Bevorzugung aus. Vergiss nicht, dass du auf der Karriereleiter nach oben geklettert bist. Bevorzugung klingt nach Schule. Aber hier geht es ums Geschäft. Wenn du besser bist als die anderen, dann bist du eben besser. Nimm es einfach hin. Kira teilte die Zuversicht ihrer Schwester nicht. Sie warnt sich ein wenig voller Unbehagen. Nun, selbst wenn es so ein Auftrag wäre, könnte ich die Reise gar nicht antreten. Sie dachte an Shane und lächelte verträumt. Ich habe ja Pläne hier. Ach ja. Brynn schmunzelte. Der Freund. Wann wird er ankommen? Kira rief sich Shanes wunderbares Gesicht in Erinnerung mit dem Dreitagebart auf dem energischen Kinn und diesen wundervollen irischen blauen Augen. Zahllose Erinnerungen strömten auf sie ein, von dem Monat, in dem sie sich ineinander verliebt hatten. In einer Woche, sagte sie noch immer verträumt. Sie dachte an das Gefühl seiner Lippen auf ihren, die Berührung seiner Finger auf ihrer Haut. Das erinnert mich daran, dass ich ihn anrufen sollte. In Irland, wo Shane lebte, war es gleich schon Mitternacht. Es blieb ja also nicht mehr viel Zeit, mit ihm zu sprechen, bevor er ins Bett ging. Dann würde sie eine Ewigkeit von acht Stunden ohne ihn ertragen müssen, weil er dann schlief. Keine Nachrichten. Keine spöttischen SMS oder witzige Kommentare. Diese acht Stunden waren schier unerträglich. So sehr sehnte sie sich nach ihm. Rufst du ihn jeden Morgen an? Fragte Brynn erstaunt. Kira entging der verächtliche Unterton in der Stimme ihrer Schwester nicht. Sie war überzeugte Single-Frau mit ständig wechselnden Verabredungen. Das machte sie misstrauisch allen Menschen gegenüber, die behaupteten, sie hätten die wahre Liebe gefunden. Japp. Da schnarchst du meistens noch, daher ist dir das bisher nicht aufgefallen. Ich finde das irgendwie ungesund. Du bist jetzt schon viel zu abhängig von ihm. Kira rollte mit den Augen und stand auf. Brynn war eine absolute Besserwisserin und gleichzeitig ein wahrlich schlechtes Vorbild. Wenn sie es doch nur sehen konnte, was sie und Shane verbannt, dann würde sie das nicht so vorschnell verurteilen. Kira nahm ihr Handy mit ins Bad, denn nur da war sie ungestört. Bryns Wohnung war ansonsten sehr hellhörig. Sie wählte Shanes Nummer. Sofort war ihr Körper vor Erregung erfüllt, während sie dem Freizeichen lauschte und sich darauf freute, Shanes wunderbare Stimme wiederzuhören. Sie konnte es kaum erwarten, ihm alles zu erzählen, was sie für seinen Besuch geplant hatte. New Yorks Sehenswürdigkeiten. Von der Fressmeile über Spaziergänge am Fluss entlang, die Museen, die Parks und jede Menge Kunstgalerien. Sie hatte einen sehr engen Zeitplan erstellt und sie wusste, dass Shane sich darauf freute, sich alles von ihr zeigen zu lassen. Endlich nahm Shane am anderen Ende ab. Aber anstatt seine übliche fröhliche Stimme zu hören, klang er irgendwie angespannt. Normalerweise begrüßte er sie mit irgendeinem albernen Spitznamen, aber heute nannte er sie einfach bei ihrem Namen. Kira, hey, sagte er müde, als habe er einen furchtbar schlechten Tag gehabt. Kiras Hochgefühl fiel umgehend in sich zusammen. Im Hintergrund hörte sie Gespräche, Geräusche, klingelnde Telefone. Was ist passiert? fragte sie und spürte Panik in sich aufkommen. Wo bist du? Im Krankenhaus. Oh mein Gott, warum? Kiras Herz raste, sie malte sich sofort die schlimmsten Szenarien aus. Ist du verletzt oder krank? Nein, es geht nicht um mich, sagte Shane. Mir geht es gut. Es ist mein Vater. Kira erinnerte sich gut an Callum Lauder. Er war einer der nettesten, süßesten Menschen, die sie je die Ehre hatte, kennengelernt zu haben. Der Gedanke, dass es ihm schlecht gehen könnte, war niederschmetternd. Geht es ihm gut? Was ist denn mit ihm? Shane seufzte schwer. Jetzt geht es ihm wieder besser. Er ist operiert worden. Kira lief es eiskalt den Rücken herunter. Operiert? Ich bin schon den ganzen Tag in der Notaufnahme. Er hatte einen Herzinfarkt. Sie mussten ihm einen Stent setzen. Es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Wenn nicht zufällig heute Morgen ein Herzchirurg hier gewesen wäre, dann hätte er es nicht mehr geschafft. Oh Shane, das tut mir so leid. Kira spürte einen Kloß im Hals. Sie wünschte, sie könnte durch das Telefon hindurchgreifen und Shane in den Arm nehmen, um ihn zu trösten. Wie geht es deiner Mutter und deinen Schwestern? Uns geht es allen gut. Wir stehen alle noch unter Schock, um ehrlich zu sein. Vor allem Hannah. Kira dachte an Shanes kleine Schwester, das 16-jährige Mädchen mit den goldenen Haaren. Sie hatte sich besonders gut mit ihr verstanden. Armes Kind, sagte sie. Auf einmal erschien es ihr ein unpassender Zeitpunkt, um über seine Reise nach New York zu reden. Alles, was sie sich an aufregenden Dingen vorgenommen hatten, war jetzt nicht wichtig angesichts dessen, was Shane gerade durchmachte. Wie geht es Callum denn jetzt? Er ist wach und albert herum. Aber ich sehe doch, dass er nur so tut, als sei alles halb so schlimm, damit wir uns keine Sorgen machen. Es tut mir so leid, Liebling. Ich wäre so gern bei dir, um dir beizustehen. Aber ich hebe mir all die Umarmungen für nächste Woche auf, wenn du herkommst. Am anderen Ende der Leitung schwieg Shane. Kira konnte nichts hören, außer die klingenden Telefone des Krankenhauses, das Piepen von Maschinen und von fern das Heulen von Sirenen, eben die üblichen Geräuschkulisse eines Krankenhauses. Klingt ziemlich chaotisch im Hintergrund, sagte sie, als Shane weiterhin schwieg. Kira, fiel er ihr schließlich ins Wort. Die Art, wie er ihren Namen sagte, gefiel ihr ganz und gar nicht. Sie hatte die vage Vorahnung, dass Shane keine guten Neuigkeiten haben würde. Was? fragte sie und klang schon vorauseilend unglücklich. Ich werde die Reise absagen, meinte Shane. Kira konnte hören, dass ihn das auch ziemlich mitnahm. Wirklich? Ihre eigene Stimme war voller Schmerz. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt hier sein für meine Mutter und die Mädchen. Sie sind alle ganz aufgelöst. Ich käme mir wie ein Schuft vor, wenn ich nach New York abrausche und sie damit allein lasse. Aber es ist noch eine Woche bis dahin, widersprach Kira. Vielleicht hat sich die Lage bis dahin entspannt. Callum wird wieder auf die Beine kommen. Und so lange wärst du ja nicht weg. Nur eine Woche. Es ist ja nicht so, als würdest du einen ganzen Monat hier verbringen. Ein paar Tage werden sie sicher ohne dich zurechtkommen. Ich meine, sie kommen ja auch ohne dich aus, wenn du beim jährlichen Festival der Liebe in Liston-Warner arbeitest. Sie konnte nicht aufhören zu reden und klang schon ziemlich verzweifelt. Aber sie hatte sich so darauf gefreut, Shane wiederzusehen. Sie wollte ihm ihre Welt zeigen, so wie er ihr seine gezeigt hatte. Das Warten fiel ihr schwer. Die Trennung war hart. Mein Vater wäre fast gestorben, Kira. Sagte Shane ganz direkt. Das ist nicht dasselbe wie ein Monat weg von zu Hause wegen des Festivals. Das weiß ich doch, gab sie schnell nach. Ich wollte mich nicht selbstsüchtig anhören. Du fehlst mir einfach so sehr. Du fehlst mir auch, antwortete Shane und seufzte schwer. Kira fühlte sich hundeelend. Aber sie wollte sich nicht so runterziehen lassen, denn es war ja nicht einmal ihr Angehöriger da in der Notaufnahme. Sie entschied sich, munterer zu erscheinen, als sie sich fühlte. Ich schätze, da ist dann nichts zu machen, sagte sie ruhig. Lass uns lieber einen neuen Termin überlegen, damit die Tickets nicht komplett verfallen. Dann kann ich wenigstens wieder anfangen, die Tage zu zählen. Sie kicherte und bemühte sich so zu tun, als wäre alles halb so schlimm. Wieder antwortete Shane nicht. Kira hörte nur eine Krankenschwester, die irgendjemanden zur Dialyse geleitete. Shane? Sie hatte genug von der andauernden Stille. Endlich antwortete er. Ich glaube nicht, dass ich einen neuen Termin ausmachen kann, sagte er. Wegen deines Vaters? Shane, es wird ihm bald wieder besser gehen. Dann kümmerte er sich wieder um die Farm. Ich wette, spätestens im November ist alles wieder wie vorher. Oder wir können auch bis Dezember warten, wenn dir das lieber ist. Das gibt ihm reichlich Zeit, sich gut zu erholen. Kira, unterbrach Shane. Sie klappte den Mund zu. Sie musste sich zwingen, den Wortfluss zu beenden, der unweigerlich kommen würde, weil sie nicht hören wollte, was er ohne Frage gleich sagen würde. Ich werde nicht kommen, sagte er. Überhaupt nicht. Kiras Hände begannen zu zittern. Das Telefon fühlte sich kalt an in ihrer Hand. Sie hatte das Gefühl, es entgleite ihr. Dann komme ich nach Irland, sagte sie schwach. Es macht mir nichts auszureisen, wenn du gerade nicht kannst. Ich liebe Irland, ich kann dich besuchen kommen. Das ist nicht, was ich meine. Kira wusste, was er gemeint hatte. Aber sie wollte es nicht wahrhaben. Sie wollte nicht, dass Shane gleich beim ersten Hindernis die Flinte ins Korn warf. Ihre Liebe war stärker als das. Wichtiger, etwas ganz Besonderes. Sie musste ihn einfach überzeugen, auch wenn das bedeutete, sich verzweifelt anzuhören oder, wie Bryn gesagt hatte, sich zu sehr von ihm abhängig zu machen. Sie hörte, wie Shane tief durchatmete. Ich werde auf der Farm gebraucht. Irland ist meine Heimat. Ich kann nirgendwo anders leben. Niemand hat davon gesprochen, dass du umziehen sollst. Aber das kommt sicher bald. Wenn unsere Beziehung dauerhaft Bestand haben soll, werden wir im selben Land leben müssen. Ich kann nicht zu dir ziehen. Und du würdest nicht hierher ziehen. Ich könnte sehr wohl, stammelte Kira. Ganz bestimmt. Irgendwann. Sie dachte an das wunderschöne Land, in das sie sich verliebt hatte. Bestimmt konnte sie da leben, wenn es bedeutete, mit Shane zusammen zu sein. Auf der Farm? Sicher. Sicher. Das niedliche Farmhaus mit der wunderbaren Familie und all der Liebe hatte ihr sehr gefallen. Ihre eigene Familie war nur in Teilen vorhanden. Bryn war ständig beschäftigt. Ihre Mutter lebte weit entfernt. Ihr Vater spielte in ihrem Leben nicht die geringste Rolle. Wie sollte ihr die Familie, die Shane mitbrachte, nicht gefallen? Mit meiner Familie? Meinen Schwestern? Meinen Eltern? Fragte Shane. Und mit all den Schafen? Kira erinnerte sich, dass sie knietief in Schafmist gestanden hatte. Sie dachte an seine sechs Schwestern, die alle sehr nett waren, aber auch alle noch zu Hause lebten. Es wäre ziemlich eng. Nicht gerade das Leben, das sie sich für sich vorgestellt hatte. Aber auf Bryns Couch zu schlafen, war auch nicht Teil ihrer Träume gewesen. Wenn sie es fertig brachte, mit ihrer eigenen Schwester zusammen zu wohnen, dann sicherlich erst recht mit Shanes sechs Schwestern. Und gehörte es nicht zum Leben dazu, dass man Hindernisse überwand? Sollte man nicht alles mal mitgemacht haben? Shane, sagte Kira bemüht, ruhig zu klingen, wir müssen das doch nicht hier und heute klären. Das Leben ändert sich. Wer weiß, eines Tages heiraten alle deine Schwestern und ziehen aus. Deine Eltern entscheiden sich vielleicht, die Farm zu verkaufen und mit einer Yacht um die Welt zu segeln. Du kannst die Zukunft nicht vorhersehen. Also macht es auch keinen Sinn, sich heute schon darüber zu sorgen. Bitte, hör mir zu, war Shane. Er klang sehr mitgenommen. Ich versuche es jetzt schon zu beenden, weil es später nur noch viel schmerzhafter würde. Das Wort beenden halte in Kiras Kopf wieder, wie ein Hammer auf Stahl. Sie stöhnte auf. Der dicke Kloß im Hals wurde noch dicker. Ihr wurde da zum ersten Mal bewusst, dass Shane sich schon entschieden hatte. Er würde nicht nachgeben, was auch immer sie sagte, es würde nichts ändern. Tu das nicht, sagte sie. Auf einmal kamen ihr die Tränen. Sie schluchzte laut und unkontrolliert, als ihr wirklich bewusst wurde, dass Shane nicht nachgeben würde. Er trennte sich gerade von ihr. Der eine. Die Liebe ihres Lebens. Es tut mir leid, sagte er und weinte ebenfalls. Ich muss es tun. Bitte versteh das. Gäbe es diesen Ozean nicht zwischen uns, würde ich immer mit dir zusammen sein wollen. Ich würde dich sogar heiraten wollen. Sag das nicht, heulte Kira. Du machst es doch nur noch schlimmer. Shane atmete laut aus. Ich möchte aber, dass du weißt, wie viel du mir bedeutest, Kira. Du sollst nicht denken, ich hätte einfach nur kalte Füße gekriegt oder so etwas. Wären wir nicht in dieser Situation, sähe es alles ganz anders aus. Ich möchte das eigentlich nicht tun müssen. Nicht im Geringsten. Verstehst du das? Ja, antwortete Kira. Noch immer rannen ihr die Tränen übers Gesicht. Sie verstand es laut und deutlich. Der Mann ihrer Träume. Der Mann, der sie liebte und sie zum Lachen brachte, gab sie einfach auf, weil die Lage etwas kompliziert war. Der Mann, in den sie sich in einem einzigen Monat unsterblich verliebt hatte, gab einfach an der ersten Hürde auf. Er würde keine Arbeit in ihre Beziehung investieren. Diese Gedanken kreisten in ihrem Kopf. Ich nehme an, dann heißt es jetzt, lebe wohl, fragte sie kühl. Shane musste ihren neuen Tonfall bemerkt haben. Sei doch nicht so. Wir könnten in Kontakt bleiben. Wir könnten Freunde sein. Es gibt das Internet. Ich will dich nicht komplett aus meinem Leben herausschneiden. Natürlich. Kira wurde das Herz schwer. Sie wusste, dass aus einstigen Liebesbeziehungen niemals platonische Freundschaften wurden, egal wie sehr man sich bemühte. So lief das einfach nicht. Sobald es mit der Liebe aus war, war es vorbei. Zumindest nach Kiras Erfahrung. Ist du sauer auf mich? Fragte Shane. Er klang klein und zerbrechlich. Nein, sagte Kira und es stimmte sogar. Shanes Gründe, es zu beenden, waren anständig. Er stellte seine Familie an die erste Stelle. Das war genau die Art von Partner, die sie sich wünschte. Es wäre also ziemlich unfair, ihm das jetzt vorzuwerfen. Ich denke, du solltest zu deiner Familie zurückkehren. Nimm sie einmal für mich in den Arm, okay? Mache ich, versprach Shane. Kira war sich nicht ganz sicher, aber er schien zu ahnen, dass er nie wieder mit ihr reden würde. Er war sehr niedergeschlagen. Es entstand eine lange Pause. Leb wohl, Kira, sagte Shane schließlich. Bevor sie antworten konnte, hatte er aufgelegt. Sie nahm das Handy vom Ohr und starrte darauf. Wie konnte so ein kleines Stück Technik ihre ganze Welt zum Einstürzen bringen? Wie konnte ein einziges Gespräch alles auf den Kopf stellen? Sie hatte das Gefühl, jedes Fünkchenglück, das sie je empfunden hatte, sei vom Handy eingesaugt und in eine schwarze Leere gespuckt worden. Auf Nimmerwiedersehen. Und sie konnte nicht einmal richtig wütend sein. Shane war kein Widerling wie all die anderen Typen, mit denen sie Schluss gemacht hatte. Er hatte sie nicht betrogen, nicht belogen. Es gab kein Geschrei, kein absichtliches Wehtun. Vielleicht tat es deshalb nur noch mehr weh. Vielleicht, weil sie sich von dem Gedanken hatte einlohnen lassen, dass Shane der eine war, dass es überhaupt den einen geben könnte. Noch immer weinte sie, verließ aber das Bad und warf ihr Handy auf die Couch. Brynn stand an der Küchentheke und machte Kaffee. Sie sah überrascht auf. Was ist los? Weinst du etwa? Kira ignorierte die Fragen und nahm ihren Terminkalender zur Hand. All die eingetragenen Termine mit Shane, die unauslöschliche Erinnerungen hätten werden sollen. Sie riss die Seiten einfach heraus. Kapitel 2 Brynn legte tröstend den Arm um Kira, während diese bitterlich weinte. Du hast das ganz richtig gemacht, sagte sie beruhigend. Ich weiß, das kommt dir im Augenblick nicht so vor, aber glaube mir. Du hast dich viel zu sehr da reinziehen lassen. Du bist 28, Kira. Da setzt man sich noch nicht zur Ruhe. Ihre Worte trösteten Kira nur wenig. Brynn musste gerade reden. Ihr Leben war nichts als eine Reihe von desaströsen Beziehungen. Sie hatte keine Ahnung, welch tiefe Liebe Kira und Shane gefunden und wieder verloren hatten. Kiras ganzer Körper wurde von heftigen Heulkrämpfen erschüttert. Komm schon, fügte Brynn hinzu. Lass uns einen Kaffee trinken gehen. Ich rufe Mom an. Du weißt, dass sie mit so etwas richtig gut umgehen kann. Kira wusste es besser. Im Gegensatz zu Brynn hatte ihre Mutter es sehr eilig gehabt, Kira unter die Haube zu bringen und möglichst schnell Kinder zu kriegen. Sie hatte sogar behauptet, es mache für Kira keinen Sinn, sich um ihre Karriere zu kümmern, weil sie die in ein paar Jahren sowieso aufgeben würde, um Kinder in die Welt zu setzen. Sie schüttelte daher den Kopf. Ich kann nicht. Ich muss zur Arbeit. Brynn verzog das Gesicht. Schätzchen, du bist ein Wrack. In diesem Zustand wollen die dich da sicher nicht haben. So bist du niemandem eine Hilfe. Besten Dank auch, murmelte Kira. Aber ich kann da nicht einfach wegbleiben. Es ist mein erster Tag nach dem Urlaub. Und in der neuen, gehobenen Position. Elliot wird auch im Büro sein. Er wird erwarten, dass ich noch eine Schippe drauflege. Während sie sprach, griff Brynn nach Kiras Handy und nahm es ihr einfach weg. Hey, protestierte Kira. Brynn tippte ein wenig und legte es dann triumphierend auf den Tisch. Erledigt. Was? Rief Kira entsetzt und nahm es in die Hand. Hast du mich etwa krank gemeldet? Ich habe mich noch nie krank gemeldet. Das ist unprofessionell. Ich kann nicht glauben, dass du das wirklich getan hast. Aber als sie durchblätterte, welche Aktionen zuletzt auf ihrem Smartphone ausgeführt worden waren, sah sie, dass Brynn keineswegs die Redaktion kontaktiert hatte, sondern Nina, ihre Freundin und Lektorin des Magazins. Sie las die Nachricht, die Brynn ihr geschickt hatte. Shane hat mich abserviert. Mein Leben ist zu Ende. Hilfe. Kira rollte mit den Augen vollkommen unbeeindruckt und starrte ihre Schwester finster an. Brynn zuckte nur grinsend mit den Schultern. Eine Sekunde später summte Kiras Handy mit einer neuen Nachricht von Nina. Das wird schon wieder. Ich sage, Elliot, wir treffen uns außerhalb des Büros. Kaffee in zehn Minuten? Kiras Gesichtsausdruck entspannte sich ein wenig. Vielleicht war Brynn doch manchmal ganz nützlich. Nina kommt vorbei, sagte sie und packte das Handy weg. Bist du nun zufrieden? Ja, antwortete Brynn. Jetzt muss ich nur noch schnell meinen Boss mitteilen, dass ich heute nicht zur Arbeit komme. Das musst du nicht machen. Ach bitte, jede Ausrede ist mir recht, meinte Brynn. Kira gab nach. Manchmal hatte es einfach keinen Sinn, mit Brynn zu argumentieren. Auch wenn ihre Schwester vielleicht nicht die Beste zum Ausheulen war, sie dachte immer an ihren eigenen Vorteil und das half Kira hin und wieder auch mal. Einige Minuten später verließen die Schwestern das Apartment gemeinsam, warm angezogen und gingen die Straße hinunter zu dem Coffeeshop, wo sie Nina treffen wollten. Es war noch sehr früh. Als sie ankamen, hatte der Laden gerade erst aufgemacht. Sie waren die ersten Gäste. Brynn bestellte einen Milchkaffee und einen Muffin für sie beide und führte Kira zu einer durchgesessenen Ledercouch. Kurz darauf traf auch Nina ein. Kira, sagte sie mitfühlend. Sie setzte sich und umarmte Kira fest. Sofort fühlte diese sich besser. Vielleicht war es doch keine so schlechte Idee gewesen, die Arbeit heute sausen zu lassen. Aber sie ermahnte sie sogleich, das nicht zur Gewohnheit zu machen. Es war mehr als unprofessionell, auch wenn Brynn und Nina da offensichtlich anderer Ansicht waren. Kira musste sich darüber eigentlich auch gar keine Sorgen machen, denn sie war auf dem besten Wege, ein durch und durch keusches Leben zu führen. Es schien also relativ unwahrscheinlich, dass sie jemals wieder einen freien Tag brauchte wegen eines gebrochenen Herzens. Ich kann nicht fassen, dass Shane so ein Idiot ist, begann Nina. Kira schüttelte den Kopf. So war das nicht. Nina schaute sie vielsagend an. Wie denn dann? Er hat dich dazu gebracht, an die große Liebe zu glauben und serviert dich eiskalt ab, eine Woche bevor ihr euch endlich wiederseht. Nun, wenn man es so formuliert, gab Kira zu. Aber glaube mir, so war das nicht. Sein Vater ist krank geworden. Das hat ihn dazu gebracht, alles noch einmal zu überdenken, schätze ich. Sie würde gleich wieder anfangen zu heulen. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Aber können wir das bitte sein lassen? Ich möchte nicht gezwungen sein, den Typen zu verteidigen, der mich gerade hat sitzen lassen. Nina hielt inne und dachte offenbar darüber nach. Vielleicht ist es sogar besser so, sagte sie. Elliot wird dich wahrscheinlich für den nächsten Auftrag wieder nach Übersee schicken. Vielleicht lernst du wieder jemanden kennen. Einen netteren. Das ist gerade das Letzte, was ich möchte, meinte Kira niedergeschlagen und stützte ihr Kinn auf der Hand ab. Ich weiß nicht, wie viel mein Herz von so etwas noch verkraften kann. Direkt von Zack zu Shane zu wer weiß wem, der mich wie ein Stück Dreck behandelt? Ich denke nicht. Ich hatte schon recht damit, mich auf meine Karriere zu konzentrieren. Der Job redet mir wenigstens nicht ein, dass er mich geheiratet hätte, wenn die Dinge nur anders gelaufen wären. Nina verzog das Gesicht. Das hat Shane gesagt? Kira nickte und fühlte sich noch elender und aussätziger als vorher. Nina drückte ihr noch einmal die Schulter. Du bist jung. Viel zu jung, um sesshaft zu werden. Da draußen ist eine ganze Welt, vor der du bisher nur einen Bruchteil gesehen hast. Danke, sagte Bryn. Das habe ich auch schon gesagt. Sie ist doch noch in den Zwanzigern um Himmels Willen. Warte mal ab, wenn du erst 30 wirst. Nina hob eine Augenbraue. Oder 40, sagte sie vernichtend. Und mehr. Ich habe es nicht eilig, mich zur Ruhe zu setzen. Egal, was die Medien mir immer wieder über meine biologische Uhr einreden wollen. Die Medien, fuhr Kira auf. Du meinst etwa Leute wie uns? Wir sind schließlich Journalisten. Es ist unser Job, den Leuten einzureden, dass sie etwas haben möchten. Wie die Liebe zum Beispiel, fügte sie bitter hinzu. Nina lachte und Kira fühlte sich etwas besser. Sie blickte aus dem Fenster auf den New Yorker Verkehr, voller Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause, von einer durchtanzten Nacht. Menschen in teuren Anzügen, andere mit verwaschenen Slogans auf dem T-Shirt. Sie sah eine bunte Mischung von Rassen und Nationalitäten und jede nur denkbare Haartracht. Sie eilten vorbei und kämpften gegen den kalten Wind an, den der Herbst mit sich brachte. Als sie die Szenerie beobachtete, wurde Kira bewusst, wie sehr sie ihre Stadt liebte. Sie hätte in Irland niemals dauerhaft glücklich sein können. Shane hatte in dem Punkt recht gehabt. Einfach vorzuziehen wäre für sie nicht in Frage gekommen. Sie war durch und durch New Yorkerin. Sie hatte die Stadt praktisch in ihrem Blut. Sie wandte sich wieder Brynn und Nina zu. Wie hat Elliot meine Abwesenheit heute denn aufgenommen, fragte sie Nina. Sie wollte endlich das Thema wechseln. Nina rührte in ihren Kaffee. Um ehrlich zu sein, wirkte er heute etwas abwesend. Als ich neulich mal spät abends noch gearbeitet habe, hörte ich, wie er sich mit jemandem am Telefon gestritten hat. Ich glaube, es könnte sein, dass jemand versucht, die Zeitschrift aufzukaufen. Kira riss überrascht die Augen auf. Das würde Elliot doch nie zulassen. Er liebt Viatorum, manchmal sogar ein bisschen zu sehr. Nina zuckte mit den Schultern und nippte an ihrem Kaffee. Manchmal geht es nicht darum, wie sehr man etwas liebt. Wenn eine der großen Firmen ein Konkurrenzblatt auf den Markt bringt, uns als Vorlage benutzt, aber all ihre Verbindungen benutzt und viel Geld in die Hand nimmt, um uns zu verdrängen, dann hat er keine andere Wahl als zu verkaufen. Manchmal können unabhängige Magazine wie Viatorum nur dann fortbestehen, wenn ein Boss wie Elliot zu Kompromissen bereit ist. Aber das wäre doch eine Degradierung für ihn, oder nicht? Fragte Kira. Er würde von Besitzer zum Manager absteigen. Nina legte den Kopf schief. So schlimm wäre das nun auch wieder nicht. Auf die Weise könnte er mehr Geld verdienen. Allerdings hätte er dann Vorgesetzte, denen er zur Rede und Antwort stehen müsste. Und er würde sicher seine kreative Freiheit ein Stück weit einbüßen. Sie zuckte erneut mit den Schultern. Das ist auf jeden Fall unvermeidbar. Kira kaut auf ihrer Unterlippe und bedachte Ninas Warnung. Warum mussten sich die Dinge nur immer so schnell ändern? Heute Morgen war sie mit einem liebenden Partner und einem tollen Job aufgewacht. Jetzt saß sie verheult und deprimiert in einem Coffeeshop zurück auf dem Fleischmarkt und musste sich Sorgen um ihr Beschäftigungsverhältnis machen. Nun, das ist immerhin hilfreich, um nicht an Shane denken zu müssen, sagte Kira trocken. Ach du meine Güte, tut mir echt leid, meinte Nina. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich bin sicher, für uns beide wird sich nichts ändern. Auch nicht für die Kollegen. Nur für Elliot. Ich habe schon andere Verkäufe mitgemacht. Zahllose, um ehrlich zu sein. Die meisten Angestellten merken in der Regel nicht viel davon. Kira spitzte die Lippen. Wir werden sehen, meinte sie. Nina schaute ein wenig besorgt, fand Kira. Ihre Freundin blickte hilfesuchend zu Bryn, damit diese das Gespräch übernahm. Bryns Gesicht leuchtete plötzlich auf, als habe sie einen Geistesblitz. Ich habe eine fabelhafte Idee, sagte sie mit großen Augen. Wieso habe ich das Gefühl, dass mir das nicht gefallen wird, meinte Kira und schaute sie aus schmalen Augen an. Bei Gino steigt heute Abend diese Wahnsinnsparty. Du weißt schon, diesen Superitaliener. Er hat das Motto Halloween ausgegeben. Also streng genommen ist das Motto aller Seelen. Ein italienischer Feiertag, von dem ich noch nie gehört habe. Aber es klingt total gruselig und bei Gino nimmt man das wohl sehr ernst. Es wird eine Mischung aus Maskenball und Grufti essen. Klingt total verrückt, aber irgendwie auch super cool. Kiras Augen verengten sich noch mehr. Bryn faselte. Und weiter drängte sie ihre Schwester. Es ist so, antwortete Bryn. Ich bin dahin eingeladen worden von einem Typen, mit dem ich neulich mal verabredet war. Malcolm. Er wollte dahin, weil er meinte, es klingt nach Abwechslung. Ich habe zugesagt, weil ich der Ansicht bin, man muss alles mal ausprobieren. Jedenfalls hat er mir heute mitgeteilt, dass er diesen Freund hat, der Single ist. Und? Er wollte wissen, ob ich nicht jemanden kenne, der als Date für diesen Freund mitkommen würde. Ich hätte Tescha gefragt, aber wieso kommst du nicht stattdessen mit? Immerhin bist du ja nun wieder zu haben. Kira brauchte keine Sekunde, um die passende Antwort für ihre Schwester zu haben. Sie schüttelte energisch den Kopf. Auf gar keinen Fall. Nina beugte sich vor und klingte sich wieder in das Gespräch ein. Ich kenne da einen fantastischen Kostümshop, meinte sie. Da kriegst du ein echtes Ballkleid, Handschuhe, eine Maske und was weiß ich noch alles. Kira warf ihr einen vernichtenden Blick zu. Wieso gehst du nicht mit, wenn du die Idee so toll findest? Nina schwieg. Brin übernahm wieder. Komm, wenigstens wegen des tollen Essens mit, meinte sie. Eine freie Mahlzeit. Sehr schickes Essen. Tanzen. Nimm es als eine gemeinsame Unternehmung von uns beiden Schwestern, die zufällig zwei Typen im Schlepptauch haben, die später ihre Rechnung übernehmen sollen. Du musst ihnen ja nicht einmal deinen richtigen Namen nennen, wenn du nicht willst. Oder die Maske abnehmen. Könnte eine anonyme Nacht werden. Du denkst dir einfach eine neue Persönlichkeit aus. Kira lachte. Lass mich raten, du hast das schon mal so gemacht. Nina mischte sich wieder ein. Ich bitte dich, Schätzchen, jeder hat das schon mal gemacht. Wenn du noch nie eine Verabredung hattest, bei der du dich als Agentin des FBI ausgegeben hast, oder als reiche Erbin, dann hast du bisher nicht gelebt. Kira schaute kopfschüttelnd aus dem Fenster. Sie sah erneut die vielen Menschen in den Straßen. Einige Geschäfte hatten bereits Halloween-Deko in den Fenstern. Sie sah ein Grufti-Paar die Straße heruntergehen. Die Frau trug ein schwarzes, spitzenbesetztes Kleid und einen passenden Schirm. Den Mann führte sie an einer ledernen Leine mit sich. So etwas gab es nur in New York, musste sie schmunzeln zugeben. Man musste im Leben auch mal verrückte Sachen machen, ermahnte sie sich. Hatte sie sich das nicht erst heute Morgen selber eingeredet? Na gut, sagte sie schließlich resigniert und wandte sich wieder Bryn zu. Ich komme mit auf deinen Ball. Bryn hatte an einem Punkt auf jeden Fall recht gehabt, wie Kira später am Abend feststellte. Gino hatte sich mit der Deko mächtig ins Zeug gelegt. Das gesamte Restaurant sah aus wie eine gotische Burg. Die Tische waren an den Rand geschoben worden, um in der Mitte Platz für die Tanzfläche zu schaffen. Durch die alte italienische Folkloremusik entstand eine gruselige Stimmung. Die Kellner trugen Samtanzüge und natürlich trugen alle Masken. Wäre sie nur mit ihrer Schwester unterwegs gewesen, hätte es ein toller Abend werden können. Aber leider mussten sie ihn auch mit Malcolm und diesem Freund Glenn verbringen. Die beiden waren wahrscheinlich die mit Abstand langweiligsten Männer auf der ganzen Welt. Kira schaufelte sich ihre Pasta rein und hatte Mühe, wach zu bleiben, während Glenn in aller Ausführlichkeit seine Karriere in der Buchhaltung plante. Über die Arbeit zu reden, regte Kira sowieso schon auf. Aber wenn es dann noch um so etwas Langweiliges ging, war sie mit ihrer Geduld am Ende. Zumal er nicht eine einzige Frage zu ihrem Job gestellt hatte. Als das Gespräch etwas zum Erliegen kam, zuckte Kira hoch, als sei sie aus einer Trance erwacht. Was machst du denn so in deiner Freizeit? fragte sie Glenn in der Hoffnung, er ließe sich von seinem langweiligen Job ablenken. Glenn brauchte ziemlich lange für die Antwort, was Kira als schlechtes Zeichen wertete. Wie konnte man denn nicht wissen, welche Hobbys man hatte oder was einem außer dem Job noch so Spaß machte? Ich schaue mir Sport an, sagte er schließlich. Anschauen, nicht spielen? Glenn lachte. Himmel, nein, ich will mich ja nicht verletzen. Ich bevorzuge die Rolle des Zuschauers. Das ist... Kira suchte nach den richtigen Worten. Das, was sie schließlich fand, war sicher genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich meinte. Interessant. Was ist denn mit dir? fragte Glenn. Es war das erste Mal, dass er ihr eine Frage stellte und Kira war fast ein wenig überrascht. Oh, nun, ich bin Journalistin und verbringe viel Zeit mit Lesen, fing sie an. Glenn unterbrach sie sofort. Ich lese auch, vor allem das Wall Street Journal. Kira wurde bewusst, dass er ihr damit die Redezeit entrissen hatte. Sie ließ den Kopf hängen und widmete sich wieder ihrem Pasta. Cool. Bryn lehnte sich über den Tisch. Wir sprachen gerade über unsere Pläne, was wir in fünf Jahren erreicht haben wollen. Was ist mit dir, Kira? Hätte Bryn sie das gestern gefragt, wäre ihre Antwort eindeutig gewesen. So viel Zeit wie nur möglich mit Shane zu verbringen, gemeinsam ein Traumhaus zu kaufen, vielleicht zu heiraten und Kinder zu kriegen. Aber der Traum war ausgeträumt. Kira zuckte daher nur mit den Schultern. Ich reise gern, ich möchte die Welt sehen. In fünf Jahren will ich wenigstens einmal auf jedem Kontinent gewesen sein. Bryn klatschte in die Hände. Das ist eine gute Antwort, Schwesterherz. Glenn schnaubte verächtlich. Reisen wird heutzutage überbewertet. Man kann doch heutzutage alles online anschauen. Warum sollte man stundenlang eingepfercht in einer Aluminiumdose sitzen, um die halbe Welt fliegen, die Luft verpesten, wenn man sich das alles gemütlich von zu Hause aus anschauen kann? Die virtuelle Realität steckt jetzt noch in den Kinderschuhen. Aber in den nächsten fünf Jahren wird sich das weiterentwickeln. Ein Gerät für 50 Dollar ersetzt dann einen vielfach so teuren Flug, der dann reine Geldverschwendung ist. Malcolm nickte zustimmend. Er schien Glens Gedankengang überaus spannend zu finden. Bryn hingegen sah entsetzt aus und warf Kira einen entschuldigenden Blick zu. Kira erwiderte ihn mit einem vielsagenden Blick, als wollte sie sagen, sie hätte es ja gleich gesagt, wie furchtbar das enden würde. Was ist denn mit dir, Glenn? fragte Bryn, bemüht das Gespräch am Laufen zu halten. Wenn du nicht gerne reist, wie sehen denn dann deine nächsten fünf Jahre aus? Alle schauten den Buchhalter an. Er knackte mit den Handknochen. Ich habe alles ganz genau geplant, sagte er selbstbewusst. Er hob den Zeigefinger zum Abzählen. Im ersten Jahr eine Frau. Er hob den zweiten Finger. Im nächsten Jahr unser Traumhaus in der Vorstadt. Es folgten Finger drei und vier. Zwei Kinder im Abstand von 18 Monaten. Ein Junge. Ein Mädchen. Schließlich hob er den Daumen. Und einen Hund. Kira seufzte schwer. Schon bevor sie Bryns Wohnung verlassen hatte, war ihr klar gewesen, dass sie hier und heute keine Romantik erleben würde. Aber ein winziges Fünkchen Hoffnung hatte sie dennoch gehabt. Die vage Hoffnung, dass es außer Shane noch andere Männer gab, er ihre Welt wie aus dem Nichts auf den Kopf stellen konnte. Aber das hier war eine bittere Enttäuschung. Wie hatte sie nur so naiv sein können, daran auch nur zu glauben? Shane war eine absolute Ausnahme gewesen. Eins zu einer Million. Oder Milliarde. Das Date mit Glenn hatte gerade ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Sie würde niemals wieder eine solche Liebe finden. Kira hatte keine Wahl. Sie musste am nächsten Tag wieder im Büro erscheinen. Ein gebrochenes Herz war keine akzeptable Ausrede, nicht zur Arbeit zu gehen. Zwei Tage am Stück waren undenkbar. Außerdem wollte sie nicht noch einen weiteren Tag heulend in Coffeeshops verbringen. Noch weniger wollte sie von Brynn in einen weiteren ihrer dämlichen Pläne zur Ablenkung verwickelt werden. Das Date bei Gino hatte einen ziemlich faden Nachgeschmack hinterlassen. Obwohl sie das Gefühl hatte, über ihr schwebte eine dunkelgraue Wolke, schaffte Kira es, sich anzuziehen und für den Tag fertig zu machen. Normalerweise gab es ihr ein gutes Gefühl, sich für die Arbeit zurecht zu machen. Aber heute fühlte es sich irgendwie unecht an, obwohl sie sich weniger geschäftsmäßig gekleidet hatte als üblich. Als sie Brynns Wohnung verließ, sah sie, dass Nina ihr eine ermutigende Nachricht geschickt hatte. Alle freuen sich darauf, dich wiederzusehen. Kira lächelte. Sie war froh, eine Freundin wie Nina zu haben. Trotz des Altersunterschieds zwischen ihnen waren sie immer irgendwie im Einklang miteinander. Und Nina hatte eine so beeindruckende Karriere in der Branche gemacht, dass sie für Kira auch eine hervorragende Mentorin war. Als Kira die Redaktion von Viatorum betrat, war sie erstaunt, wie sehr sich die Atmosphäre dort verändert hatte. Vorher war da immer ein Hauch von Panik spürbar. Eine Art unsichtbarer Druck, der auf allen lastete. Wenn sie früher auch noch so gut gelaunt morgens reinkam, so ging sie abends doch immer müde, überlastet und erschöpft nach Hause. Der Unterschied lag eindeutig darin, dass Joshua hier nicht mehr arbeitete. Dank Kira hatte Elliot ihn rausgeworfen. Es war unglaublich, welchen Unterschied das für die Arbeitsatmosphäre machte. Das Büro wirkte sogar gemütlicher, obwohl da noch immer dieselben kalten weißen Kacheln waren und das Echo nach wie vor durch das Großraumbüro heilte. Es gab nur einen optischen Unterschied, der Kira auffiel. Alle Türen, die zu den Besprechungsräumen und den kleineren Büros führten, standen offen. Sie konnte Elliotts Assistentin Heather sehen, die in ihrem Büro in ihrem Computer saß und tippte. Im Konferenzraum besprachen sich ein paar Mitarbeiter und es sah so aus, als hätten sie Spaß dabei. Zu Joshuas Zeiten waren diese Türen immer alle zugewesen, wie eine körperliche Barriere zwischen Angestellten und Vorgesetzten. Kira ist da, rief jemand und alle Köpfe fuhren zu ihr herum. Zu ihrer Überraschung fing jemand an zu applaudieren. Sie spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg, als immer mehr Leute sich von ihren Stühlen erhoben und ihr den Beifall einstimmten. Hatte sich Dorothy im Zauberer von Oz so gefühlt, nachdem sie die Hexe besiegt hatte? Kira, immerhin hatte wegen ihr jemand seinen Job verloren, auch wenn er das wahrlich verdient hatte. Nina kam zu ihr herüber und umarmte sie. Du hast es geschafft, sagte sie sanft. Ich sage dir doch, alle freuen sich, dass du wieder da bist. Denise, eine der Nachwuchsautorinnen, mit der Kira bisher kaum mehr als zwei Worte gewechselt hatte, kam ebenfalls und umarmte sie. Kira war überrascht. Oh, ähm, hallo, sagte sie verlegen. Ich wollte mich nur bedanken, sagte sie. Ich war kurz davor, wegen Joshua zu kündigen. Er gab mir das Gefühl, ich sei nutzlos. Ich könnte nicht schreiben und hätte überhaupt kein Talent. Ich wollte den Journalismus an den Nagel hängen. Aber dank dir bin ich noch da und alles ist jetzt so unendlich viel besser als vorher. Gern geschehen, sagte Kira und verspürte einen Hauch von Stolz. Sich gegen Joshua aufzulehnen war nicht leicht gewesen, aber es hatte sich gelohnt. Und es hatte mehr Leuten geholfen, als ihr vorher bewusst gewesen war. Falls sie noch einen Rest von Schuldgefühlen hatte, lösten die sich in Luft auf angesichts der Wirkung, die ihr Handeln für alle hier hatte. Josh war ein erwachsener Mann und daher verantwortlich für sein Handeln. Niemand hatte ihn gezwungen, sich den Kollegen gegenüber wie ein Arschloch aufzuführen. Er hatte es sich nur, sich selbst zuzuschreiben, dass er gefeuert worden war. Kira hatte das Ganze nur ausgelöst. Zum ersten Mal, seit Shane ihr das Herz gebrochen hatte, empfand Kira so etwas wie Zuversicht. Sie ging zu ihrem Schreibtisch, bereit, sich wieder in die Arbeit zu stürzen. Da konnte sie auf jeden Fall glänzen. Selbst wenn ihr Liebesleben mal wieder in Scherben lag, so hatte ihre Karriere wenigstens Fahrt aufgenommen und sie würde daraus das Beste machen. Als sie an ihren Arbeitsplatz kam, fiel ihr auf, dass all ihre Sachen weg waren. Das gerahmte Foto von Brynn und ihrer Mutter, der kleine Kaktus, das gepunktete Mousepad, das sie zum Studienabschluss von Shelby geschenkt bekommen hatte, die Tasse in Katzenform, die ein Geschenk von Maxine im letzten Jahr gewesen war, alles weg. Sie hoffte inständig, dass man die ganzen Sachen nicht aus Versehen weggeworfen hatte. Es waren im Grunde wertlose kleine Dinge, aber sie bedeuteten ihr viel. Sie schaute sich besorgt um. Dabei fiel ihr auf, dass Elliot direkt auf sie zukam. Er blieb stehen, blickte auf sie herab und schüttelte ihr die Hand. Willkommen zurück. Ich habe veranlasst, dass du in das Eckbüro umziehst. Ich hoffe, das ist okay. Kira war vor allem erleichtert, dass ihre Sachen alle noch da waren. Dann sickerte langsam in ihr Bewusstsein, was Elliot da gesagt hatte. Ich habe ein Büro, wiederholte sie ungläubig. Selbstverständlich, du bist jetzt eine Vorgesetzte. Alle Vorgesetzten haben ein eigenes Büro. Er bedeutete ihr, ihm zu folgen. Als Kira durch das Büro schritt, fing sie einen Blick von Nina auf, die ihr zuzwinkerte. Sie musste es wohl schon gewusst haben. Sie blieben an der Tür zu einem kleinen Eckraum stehen. Kiras Name stand auf dem Schild neben dem Eingang. Ihre persönlichen Gegenstände waren auf dem Tisch angeordnet, wie sie es gewohnt war. Bloß hatte sich hier viel mehr Platz. Der Raum wirkte so leer. Kira fühlte sich leicht, als schwebte sie auf einer Wolke. Sie hatte noch nie ein eigenes Büro gehabt und ihren Namen auf einem Türschild gelesen. Ist das okay für dich? fragte Elliot. Es ist großartig, rief Kira, trat ein und drehte sich um sich selbst. Der Raum war eigentlich nicht groß genug zum Tanzen, aber das interessierte Kira gerade gar nicht. Wir haben inzwischen eine Regelung getroffen, dass die Türen immer auf sind, sagte Elliot. Es sei denn, du hast eine Besprechung oder ein Telefonat. Wir haben das mehrheitlich beschlossen, während du weg warst. Kira schaute ihn überrascht, aber auch zufrieden an. Sie konnte sich nicht einmal vorstellen, wie eine solche Abstimmung bei Viatorum aussehen mochte. Joshua hatte immer nur Anweisungen gebrüllt und alle hielten sich dran. Wenn er einen an einem Feiertag ins Büro bestellt hatte, egal ob Hanukkah, Weihnachten, das Opferfest oder was man sonst so feiern konnte, dann hatte man zu erscheinen. Oder man war sofort gefeuert. Es machte Kira sehr glücklich, dass auch die Nachwuchsschreiber endlich mitreden durften. Hast du Lance schon kennengelernt? fragte Elliot. Lance? Nein, ist das ein neuer Nachwuchsautor? Elliot lachte. Er ist dein neuer Boss, sagte er. Oh. Kira runzelte die Stirn. Ich dachte, du bist mein neuer Boss. Der Gedanke, jemand anderes würde nun das Sagen haben, beunruhigte Kira. Was, wenn der sich als ein neuer Joshua entpuppte? Was, wenn ihre kreativen Visionen nicht zusammenpassten? Elliot schüttelte den Kopf. Ich kann ja nicht rund um die Uhr hier sein. Mal abgesehen von seinen Schwächen war Joshua aber sehr engagiert. Ich brauche jemanden, der die Stellung hält, wenn ich nicht da bin. Daher habe ich Lance eingestellt. Aber mach dir keine Sorgen, er wird dir gefallen. Er ist das genaue Gegenteil von Joshua. Ich verspreche es. Sie folgte Elliot aus dem Zimmer in den Konferenzraum, wo besagter Lance bereits auf sie wartete. Elliot hatte recht. Er war so ganz anders als Joshua, zumindest rein optisch. Er war ein kleiner, stämmiger Mann, in einem alten, schlecht sitzenden Anzug und ungekämmt. Als er Kira eintreten sah, grinste er breit. Kira hatte immer vermutet, dass Joshuas Gesichtsmuskeln dazu gar nicht in der Lage waren. Lance streckte ihr seine Hand hin und schüttelte sie. Du bist also der Star von Viatorum, sagte Lance. Die Heldin Kira Swanson. Kira kicherte verlegen. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich schon, meinte Lance und nahm wieder Platz. Mit einer Geste bat er Kira und Elliot, das ebenfalls zu tun. Ich habe deine bisherigen Artikel gelesen und muss sagen, dass du wirklich Talent hast. Danke, sagte Kira und wurde rot. Sie war es nicht gewohnt, Komplimente zu bekommen. Elliot war sehr sparsam damit. Joshua hatte so etwas gar nicht gekannt. Sie wusste gar nicht, wie sie damit umgehen sollte, wie man darauf antwortete, ohne arrogant zu wirken. Sie schaute zu Elliot hinüber, als sie sich neben ihm setzte. Er erwiderte ihren Blick, als wollte er sagen, habe ich dir doch gleich gesagt, er ist anders. Kommen wir also direkt zu den Aufträgen, sagte Lance und klatschte in die Hände. Elliot hat den dicksten Batzen schon verteilt. Er rieb sich die Hände und grinste erwartungsvoll. Das wird ein harter Wettbewerb. Dann sprang er auf und rannte zur Tür. Mit fröhlicher Stimme rief er laut, Aufträge sind zu vergeben, Jungs und Mädels. Es gab hektisches Stühlerücken, als sich alle eilig auf den Weg in den Konferenzraum machten. Kira hatte plötzlich das Gefühl, neben sich zu stehen. Alles war auf einmal so anders. Es war immer noch hektisch und man konkurrierte immer noch um die Aufträge. Aber alles fühlte sich so anders an, als mit Joshua. Als die anderen Autoren in den Raum traten, konnte Kira ihren Eifer und den Hunger nach Herausforderungen geradezu spüren. Früher war das alles unter Selbstzweifeln begraben gewesen. Ohne Joshua, der sie nur niedermachte, dafür mit Lenz, der freundlich und ermutigend war, konnten die anderen Autoren bei Viatorum aufblühen und zu sich selbst finden. Kira stellte überrascht fest, dass dadurch die Konkurrenz in der Redaktion nur noch schärfer geworden war. Einer von euch wird heute den besten Auftrag absahnen, den wir je hatten, sagte Lenz und grinste breit. Drei Wochen lang durch Italien reisen, Ich rede von Florenz, der Toskana, Verona, Capri. Der ganze Raum schien vor Aufregung zu summen wie ein Bienenstock. Kira rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. Sie wollte diesen Auftrag unbedingt. Allein die Vorstellung, nach Italien zu reisen, war so unglaublich aufregend. Echte Pizza zu essen, Pasta, Eis und nicht nur eine Kopie davon, wie sie bei Gino auf der Karte stand. Dieser Auftrag war wie für sie gemacht. Sie war die Einzige hier, die mit einem solchen Auftrag schon Erfahrung hatte. Aber natürlich wollten alle diesen Auftrag. Sie hatte sich zu sehr in Sicherheit gewähnt, mit all dem Applaus und dem eigenen Büro. Wie es aussah, hatte sich doch nicht alles geändert. Es würde ein harter Kampf werden und sie war bereit. Also, begann Lance und faltete die Hände vor sich auf dem Tisch. Wer von euch ist im Rennen? Kira hob sofort die Hand. Die Zeiten, in denen sie darauf gewartet hatte, dass eine gute Gelegenheit ihr einfach in den Schoß fallen würde, waren unwiderruflich vorbei. Sie war hungrig nach Erfolg und würde sich diese einmalige Chance nicht durch die Lappen gehen lassen. Außerdem konnte sie die Reise wirklich gut gebrauchen, um sich von Shane abzulenken. Zu ihrem größten Erstaunen fiel ihr auf, dass außer ihr niemand die Hand gehoben hatte. Verwirrt schaute Kira alle der Reihe nach an und stellte fest, dass ohnehin alle Augen auf sie gerichtet waren und alle lächelten. Was ist hier los? fragte sie und nahm die Hand wieder runter. Lance lachte fröhlich auf. Er gehört dir, rief er. Offensichtlich, wir haben uns nur einen Spaß mit dir erlaubt. Alle begannen zu kichern. Kira schaute sich um, vollkommen irritiert. Seit wann wurden bei Viatorum solche Scherze gemacht? Du meinst, du hattest sowieso vor, mir den Auftrag zu geben? fragte sie. Ja, antwortete Lance noch immer herzhaft lachend. Zu Kiras größtem Erstaunen schienen alle anderen damit kein Problem zu haben. Sie freuten sich für sie. Es gab keinen Neid mehr, keine Rücksichtslosigkeit. Die anderen haben auch alle großartige Aufträge, erklärte Lance. Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich mag solches Gerangeln nicht. Jeder hat seine Stärken. Und deine ist es, nach Übersee zu reisen und großartige Artikel zu schreiben. Kira hatte das Bedürfnis, sich zu kneifen. War das alles ein Traum? Lag sie noch immer schlafend auf Brins Couch und träumte davon, wie der erste Arbeitstag wohl sein würde? Aber nein, das hier war real. Ohne Joshua hatte sich Viatorum in ihren Traumjob verwandelt. Und sie hatte gerade einen traumhaften Auftrag bekommen. Das ist unsere Art, Danke zu sagen, bemerkte Denise. Dafür, dass wir Joshua los sind. Kira lachte begeistert. Sie war sehr aufgeregt wegen des neuen Auftrags. Aber sie war auch ziemlich nervös. Vielleicht lag es daran, dass Joshua ihr das eingeimpft hatte. Oder es war Teil ihrer Persönlichkeit. Auf jeden Fall brachte ein neuer Auftrag für sie immer auch Nervosität und Selbstzweifel mit sich. Tief in ihr drin. Wusste sie nicht, ob sie dem gewachsen war. Zumal die Sache mit Shane noch schwer auf ihr lastete. Aber sie wusste natürlich, dass sie das nicht ablehnen konnte. Alle schauten sich so erwartungsvoll an, sie musste quasi zurück in den Sattel. Wie wird der Artikel heißen? fragte sie, bemüht sich auf die vor ihr liegende Aufgabe zu konzentrieren und nicht länger an Shane zu denken. Das Land der Liebe, sagte Lenz und machte eine dramatische Geste. Wieder ein Artikel über die Liebe? fragte Kira schockiert. Natürlich, rief Lenz. Genau da liegt dein Talent, Kira. Ein letzter Artikel war beeindruckend. Aber nur, weil ich mich verliebt hatte, sagte sie. Lenz nickte eifrig. Genau, das war toll. Das will ich wiedersehen. Also schicken wir dich an die romantischsten Orte überhaupt. Ich möchte, dass du dich mit den Einheimischen unterhältst und ihr Geheimnis herausfindest. Was wissen die Italiener über die wahre Liebe? Wieso gilt Italien als so romantisch? Welche Geheimnisse der Romantik verbergen sich da? Er grinste breit und ermutigend. Aber bei Kira setzte Panik ein. Wie sollte sie über die Liebe schreiben, wenn ihr Herz in tausend Stücke zersprungen war? In Irland hatte sie mit dem Auftrag zu kämpfen gehabt, weil sie naiv, dumm und unerfahren gewesen war. Ismael war sie verbittert und ausgelaugt. Das würde niemals funktionieren. Können wir über den Titel nochmal reden? stammelte sie, um vielleicht den Blickwinkel zu ändern. Ich möchte nicht auf die Rolle der Liebesautorin festgelegt werden. Lance blickte sie amüsiert an. Aber genau das bist du doch, Kira, der Guru für Romantik. Das wollen die Leute von dir lesen. Das ist dein Erfolgsgarant, dein Alleinstellungsmerkmal. Sie konnte es nicht fassen. Aber welche Wahl hatte sie denn? Lance hatte sich für sie richtig ins Zeug gelegt, damit sie diesen tollen Auftrag bekam. Sie hatte keine andere Wahl, als ihn anzunehmen. Alle wollten, dass sie das tat und ihre Karriere hing davon ab. Sie musste sich irgendwie durchmogeln. Andererseits musste sie das vielleicht gar nicht. Möglicherweise lernte sie ja jemanden kennen. Nicht einen neuen Shane, nicht jemanden, in den sie sich Hals über Kopf verliebte, aber einen leidenschaftlichen Italiener für eine stürmische Affäre, ohne Verantwortung, keine Liebe, nur Lust. Sie lächelte in sich hinein. Vielleicht war das ein geeignetes Gegenmittel für ein gebrochenes Herz. Die Liebe war derzeit das letzte, woran sie dachte, aber ein Flirt mit einem heißblütigen Italiener war genau das, was sie brauchte, um über Shane hinweg zurückzukommen. Sie schaute Lenz an und hob eine Augenbraue. Danke, sagte sie. Wann reise ich ab? Kapitel 4 Morgen schon? rief Bryn und hockte sich auf die Armlehne des Sofas. Kira nickte und wuselte durch die kleine Wohnung, sammelte ihre Sachen ein und warf sie in ihren Koffer. Sie war ganz hibbelig vor Aufregung. Kannst du dir das vorstellen? Du hast deine Wohnung drei ganze Wochen für dich allein, aber du verpasst Halloween, jammerte Bryn. Alcom und Glenn wollten uns auf eine Party mitnehmen. Kira rollte mit den Augen. Wie bedauerlich, sagte sie voller Sarkasmus. Es klingelte an der Tür. Bryn ging hin, um die Gegensprechanlage zu benutzen. Dann schaute sie über ihre Schulter zu Kira. Ihr Blick verfinsterte sich. Warum stehen Shelby und Maxine vor meiner Tür? Maxine und Shelby waren Kiras älteste Freundinnen, die sie auf dem College kennengelernt hatte. Bryn konnte die beiden nicht leiden. Allerdings verstand Kira nicht, wieso. Vermutlich steckte Eifersucht dahinter. Das hatte ich total vergessen, keuchte Kira. Ich habe die beiden schon vor Ewigkeiten zu einem Drink eingeladen. Ich wollte die beiden sehen, bevor Shane meine ganze Zeit in Anspruch nehmen würde. Ist das okay? Ich habe ja offensichtlich keine Wahl, antwortete Bryn schnippisch. Ist halt schade. Wir beide hätten uns einen echt netten Abend zu zweit machen können, bevor du so lange weg bist. Tut mir leid, sagte Kira schulterzuckend. Ich wusste ja nicht, dass dies mein letzter Abend hier sein würde, als ich mich mit ihnen verabredete. Ich war davon ausgegangen, dass du ein Date mit irgendeinem Typen hast, wie fast jeden Abend. Es klopfte an der Tür und Bryn stand schnaubend auf, um zu öffnen. Kurz darauf hörte Kira die fröhlichen Stimmen von Maxine und Shelby. Sie eilte zur Tür und schaute ihre Freundinnen an. Die zarte Shelby mit ihren langen weißblonden Haaren und die supersportliche Maxine mit den kurzen schwarzen Locken und der dunklen Haut. Kira riefen sie und nahmen sie stürmisch in den Arm. Wir haben uns Ich war mir sicher du würdest nie wieder nach New York zurückkehren fügte Shelby ins andere Ohr hinzu. Kira zog sich ein Stück zurück. Ich weiß es tut mir leid. Alles ging irgendwie so schnell. Die Reise nach Irland das Ende mit Zack der Auszug aus der Wohnung Ich hatte kaum Zeit meine eigenen Gedanken zu sortieren. Bryn die noch immer die Tür aufhielt fügte Spitz hinzu. Es blieb nur Zeit für die Familie ihr versteht das sicher. Klar meinte Maxine mit einem erzwungenen Lächeln. Kira zog ihre Freundinnen hinein in die Wohnung. Kommt wir trinken etwas und dann reden wir. Und du packst fügte Bryn mit besonders erwachsenem Ton hinzu. Sie gingen hinein und plapperten alle gleichzeitig. Bryn öffnete widerwillig eine Flasche Wein für die Küchenzeile. Sie reichte jeder ein Glas, konnte sich aber eine finstere Mine nicht verkneifen. Reist also nach Italien? fragte Shelby und grinste aufgeregt. Für wie lange? Drei Wochen. Kira faltete ihre Kleidung und verstaute sie im Koffer. Das ist in der Redaktion aktuell mein Fachgebiet. Ich reise nach Übersee und schreibe über die Liebe. Sie nennen mich den Guru für Romantik. Shelby und Maxine tauschten einen Blick, den Kira sofort verstand. Ich weiß, ich bin ganz schlecht in Beziehungen. Zwei Trennungen in zwei Monaten, ich weiß, aber ich kann ja so tun, als ob. Du meinst Lügen? fragte Maxine lachend. Wenn es sein muss. Kira erinnerte sich daran, wie sehr sie mit dem letzten Artikel gerungen hatte. Damals war sie zynisch gewesen und hatte sich dagegen gewehrt, sich in Irland zu verlieben und darüber hinaus auch in Shane. Jetzt musste sie die Sache genau anders herum angehen. Sie sollte hoffnungslos romantisch sein und sich der Liebe und der Leidenschaft ganz einfach hingeben. Sie fühlte sich wahrlich nicht danach. Du musst dich einfach in einen heißen Italiener vergucken, fügte Shelby hinzu. Kira schmunzelte. Wäre doch nett, oder? Allerdings hatte sie das Gefühl, eine Nonne im Kloster hätte größere Chancen auf eine leidenschaftliche Affäre als sie derzeit. Du wirst Halloween verpassen, meinte Maxine niedergeschlagen. Ich weiß, es ist ein Jammer, gab Kira zu. Das ist mein liebster Feiertag, aber in Italien feiert man auch so etwas. Sogar vier Tage lang, glaube ich. Toten Sonntag aller Seelen aller Heiligen das ist eine große Sache eine Riesen Party. Shelby verschränkte spöttisch die Arme vor der Brust. Du meinst also dein Halloween wird um Längen besser als unseres? Nein, antwortete Kira lachend. Na, vielleicht. Alle lachten, außer Brynn natürlich. Sie starrte in ihr Weinglas und schmollte. Wie dem auch sei, sagte Kira, wir können ja dann Thanksgiving zusammen feiern. Bis dahin bin ich längst zurück. Brynns Kopf ruckte hoch. Wir verbringen Thanksgiving dieses Jahr bei unserer Mutter, vergiss das nicht. Nur wir drei. Zum Essen wandte Kira ein. Sie verlor langsam die Geduld mit ihrer Schwester. Den Rest des Tages darf ich aber mit meinen Freundinnen verbringen, oder? Natürlich kannst du das, maulte Brynn. Sie starrte wieder in ihr Glas. Maxine Herumzickerei gewohnt, aber Kira verstand nicht, warum Brynn so besitzergreifend war. Sie hatte doch wohl das Recht auf andere Menschen in ihrem Leben. Brynn war selber sehr unabhängig und hatte ständig Freunde und Liebhaber, war permanent unterwegs von einem Ereignis zum nächsten. Aber sobald Kira Zeit mit jemand anderen verbringen wollte, stellte sie sich an. Manchmal hatte Kira schon das Gefühl, sie sei die Ältere der beiden. Brynn konnte sich manchmal wie eine verwöhnte Zicke aufführen. Thanksgiving ist noch so weit weg, meinte Shelby. Ich weiß, antwortete Kira. Ich habe auch das Gefühl, kaum in New York angekommen zu sein. Es ist, als ob ich nur auf Urlaub hier gewesen wäre. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit, um mit allem auf den neuesten Stand zu kommen. Ich habe noch nicht mal eine neue Wohnung gefunden. Wo wir gerade von Wohnungen reden, sagte Brynn. Sie schaute auf Kiras Handy, das auf dem Schrank lag. Der Bildschirm war erleuchtet. Gerade war eine Nachricht eingetroffen. Zacks Name stand gut lesbar im Display. Wehe, das ist nicht wegen der Kaution, die er mir schuldet, sagte Kira. Shelby und Maxine tauschten einen schuldbewussten Blick und Kira bekam das unbestimmte Gefühl, die beiden hätten etwas zu verbergen. Was ist los? fragte sie energisch. Sie hatte von Überraschungen die Nase gestrichen voll. Shelby gab schließlich alles zu. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Julia zu tun hat. Sie haben sich getrennt. Kira hob überraschend eine Augenbraue. Haben sie? Diese Affäre war der Grund für ihre Trennung gewesen und hatte nur ein paar Wochen angehalten? Sie nahm das Telefon und las sechs Nachricht. Shelbys Vermutung wurde bestätigt. Hallo Kira, lange nichts voneinander gehört. Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich mich von Julia getrennt habe, bevor du es durch die Gerüchteküche hörst. Hat einfach nicht gepasst mit ihr. Frage mich, ob du Lust auf einen Drink hast. Heute? Morgen? Lass es mich wissen. Was für ein arroganter Drecksack, murmelte Kira. Was hat er denn geschrieben? fragte Maxine. Nichts darüber, dass er meine Kaution als Geisel genommen hat, meinte Kira angewidert. Er will mich auf einen Drink treffen. Brin fiel die Kinnlade runter. Das machst du doch wohl nicht, oder? Kira schaute sie schockiert an. Es ist die einzige Möglichkeit, an mein Geld zu kommen. Brin schüttelte tadelnd den Kopf. Wenn er dich erpresst, damit du mit ihm ausgehst, dann kriegt er es mit mir zu tun. Shelby schaute sie irritiert an. Er erpresst sie doch nicht. Übertreibt doch nicht so. Brin sah beleidigt aus. Entschuldige mal, wessen Freunde seid ihr doch gleich? Seine oder Kiras? Arme. Brin sah unbeeindruckt aus, obwohl er fremd gegangen ist. Leute, rief Kira. Sie hatte keinen Bock auf Rumgezicke. Sie starrte noch immer auf ihr Handy. Brin nahm es ihr aus der Hand. Denk nicht mal daran, sagte sie streng. Ruhig ja gar nicht, rief Kira empört. Aber Brin hatte recht. Ein winziger Teil von ihr hatte darüber nachgedacht. Trotz all seiner Fehler hatte Zach sie gern gehabt. Sie waren zwei Jahre zusammen gewesen, hatten zusammen gewohnt, er war verlässlich gewesen und vertraut. Bloß die Tatsache, dass für sie die Karriere vor der Beziehung kam, hatte alles zunichte gemacht, hatte einen Keil zwischen sie getrieben und ihn in die Arme von Julia. Brin schaute sie finster an und ließ das Handy über ihrem Weinglas baumeln. Bring mich nicht dazu, sagte sie. Aus dem Augenwinkel konnte Kira sehen, dass Shelby und Maxine über Brins dramatische Vorstellung den Kopf schüttelten. Sie seufzte laut. Okay, okay, ich werde mich nicht mit ihm treffen. Ist es das, was du hören willst? Brin nickte zufrieden und gab ihrer Schwester das Handy zurück. Jetzt lösch du die Nachricht und dann sechs Kontaktdaten. Kira atmete geräuschvoll aus. Das ist lächerlich, murmelte Shelby. Kira blickte auf das Handy und sechs Daten. Seit Jahren waren die da gespeichert. Sie konnte das nicht einfach löschen, als habe es ihnen nie gegeben. Aber sie musste zugeben, dass Brin durchaus recht hatte, auch wenn sie mal wieder zu sehr dramatisierte. Sich mit Zack wieder zu treffen, wäre ein Schritt zurück. Kiras Leben hatte sich in kürzester Zeit so sehr verändert, dass Zack darin wie ein Rückschritt wirkte. Sie musste nach vorn schauen. Sie musste Zack hinter sich lassen und Shane ebenfalls. Sie musste endlich lernen, auf eigenen Füßen zu stehen und ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Entschlossen löschte sie die Kontaktdaten, sah, wie sein Name von Display verschwand. Es fühlte sich gut an, machte sie stark. Wenn sie es jetzt noch über sich brachte, auch Shanes Daten zu löschen, dann hatte sie es geschafft. Aber dafür war der Schmerz noch zu frisch. Kira schaute ihre Schwester an. Glücklich? Bryn grinste. Sicher, ich bin immer glücklich, wenn ich gewinne. Und ich sorge dafür, dass ich immer gewinne, fügte sie verschlagen hinzu. Shelby stöhnte auf. Maxine vergrob ihr Gesicht in den Händen und schüttelte theatralisch mit dem Kopf. Kira lachte einfach, glücklich und erleichtert, dass sie einen weiteren Schritt nach vorne in ihrem Leben gemacht hatte. Kapitel 5 Kira musste schnell feststellen, dass es gar nicht so leicht war, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und es würde viel mehr dazu gehören, als nur ein paar Kontaktdaten vom Handy zu löschen. Denn sobald sie am nächsten Morgen auf dem Weg zum Flughafen war, wurde sie von Erinnerungen an Shane und an Irland eingeholt. Sie wurde geradezu von Nostalgie überwältigt, als sie durch die Flughafenhalle ging. Als sie ihren Bordpass überreichte, erinnerte sie sich lebhaft an all die Gefühle, die sie beim letzten Mal überkommen hatten. Die Anspannung gemischt mit Aufregung und Hoffnung. Das war noch gar nicht so lange her, aber dennoch hatte sie das Gefühl, ein vollkommen anderer Mensch zu sein, trauriger und verbitterter. Sie ging an Bord und suchte sich ihren Platz. Zum Glück saß sie am Fenster, was ihr als willkommene Ausrede diente, um nicht mit dem Passagier neben ihr ins Gespräch kommen zu müssen. Sie war nicht in der Stimmung für Geplauder. Dummerweise war der Mann aber sehr wohl in der Stimmung dafür. Sie waren gerade erst in der Luft, als er sich schon zu ihr herüberbeugte und anfing zu reden. Gera bemerkte, dass er keinen Ehering trug, aber ein schmaler Streifen blasser Haut verriet, dass das erst seit kurzem der Fall war. Frisch geschieden, vermutete sie und stöhnte innerlich. Das würden verdammt lange acht Stunden. Nein, antwortete sie knapp. Warum fliegen sie heute hin? Geschäftlich oder Vergnügen? Gera sank tiefer in ihren Sitz. Geschäftlich, antwortete sie. Ich, sie hielt inne und erinnerte sich daran, was Bryn und Nina ihr im Coffeeshop geraten hatten. Eine falsche Identität anzunehmen. Das war jetzt genau das Richtige und vielleicht sogar unterhaltsam. Ich bin Weinkennerin, sagte sie. Die Beste in der Branche. Ich bin auf dem Weg nach Italien, um ein paar besondere Flaschen aufzuspüren. Garrett hob überrascht die Augenbrauen. Das klingt nach einer Menge Spaß, jedenfalls deutlich unterhaltsamer als mein eigener verdammter Job. Ach ja? Was machen Sie denn? Ich bin in der Buchhaltung, antwortete er. Nun, nicht direkt. Es ist etwas kompliziert zu erklären. Sagen wir einfach, ich bin der Buchhalter für die Buchhalter. Macht das irgendwie Sinn? Kira krümmte sich innerlich. Ja, sagte sie laut. Wie passend, dass sie ausgerechnet neben einem Buchhalter saß, als ob das Schicksal ihr ein Zeichen geben wollte, die Suche nach Mr. Wright aufzugeben und sich stattdessen mit Herrn Bilanz zufrieden zu geben. Ich nehme an, du legst keinen Wert darauf, mein Gejammer über meinen Job zu hören, fügte der Mann hinzu. Deiner klingt aber spannend. Wie bist du dazu gekommen? Ja, er ist spannend, behauptete Kira. Sie war erstaunt, wie leicht es ihr viel zu lügen und wie viel Spaß es außerdem machte. Mein Vater war Wein Importeur, sagte sie. Er liebte seinen Job wirklich sehr. Ich bin sogar auf einem Weingut gezeugt worden. Sie fühlte sich großartig, als ihr diese Lüge so leicht über die Lippen kam. Sie kam jetzt erst richtig in Fahrt. Ihr eigener Vater hatte sich verdrückt, als sie noch ganz klein war und spielte in ihrem Leben keine Rolle. Daher war es leicht, ihn neu zu erfinden. Außerdem kam ihr diese Schönfärberei gerade recht. Immerhin würde sie für den Auftrag auch lügen und so tun müssen, als glaube sie immer noch an die Liebe. Ach du meine Güte, sagte der Mann neben ihr. Ich weiß, er hat auch da geheiratet, aber leider ist er auch auf dem selben Weingut gestorben. Sie seufzte theatralisch. Da war es naheliegend, ihn auch da zu beerdigen. Kira entging nicht, dass der Mann ein Stück weit von ihr abrückte. Er verlor offenbar das Interesse mit ihr zu reden, da sie das Gespräch in Richtung Tod gedreht hatte. Sie musste innerlich lachen und versuchte ihn für den Film, der gezeigt wurde, zu interessieren. Das Flugzeug stieg immer höher. Bald würden sie die Wolken weit unter sich lassen. Da sie nun endlich etwas Ruhe und Frieden hatte, holte Kira den Terminplan hervor, den Heather ihr zusammengestellt hatte. Und wieder kamen damit auch die Erinnerungen an den letzten Auftrag zurück. Heather hatte dieselbe Schrift, dasselbe Layout benutzt, mit denselben Überschriften. In dem einen Monat in Irland hatte Kira das Ding komplett zerlegt, Frühstück beschmiert, welches sie mit Shane gegessen hatte. Es war unwahrscheinlich, dass ihr das dieses Mal wieder passieren würde. Schon jetzt war sie sich darüber bewusst, wie anders sich alles anfühlte bei diesem neuen Auftrag. Sie fühlte sich älter, abgestumpfter. Und dann las sie auch noch dieses Wort auf dem Terminplan, das ihr das Herz in die Hose sacken ließ. Burguide, natürlich würde sie klar sein müssen. Nur weil sie sich beim letzten Mal Hals über Kopf in den verliebt hatte, um sich anschließend von ihm das Herz brechen zu lassen, bedeutete das nicht, dass es dieses Mal keinen geben würde. Irgendwie fühlte sie sich bei dem Gedanken unbehaglich. Lag es daran, was beim letzten Mal geschehen war? Oder hatte sie etwa ein Fünkchen Hoffnung, dass es gar wieder geschehen könnte? Sie schüttelte diese Gedanken ab und konzentrierte sich auf ihre Reiseziele. Sie würde in Neapel landen und dort eine Nacht verbringen. Anschließend ging es per Zug weiter an die Amalfi-Küste. Dann die Fähre nach Capri. Eine Fahrt mit der Gondel zu einem Ort namens Blaue Grotte, Rom, der Vatikan. Wäre es eine Urlaubsreise, hätte Kira an diesem Terminplan Tablet die Bilder und Orte, die sie besuchen würde und alles sah atemberaubend aus. Perfekt für einen romantischen Urlaub. Aber genau da lag das Problem. Sie würde diese wunderbaren Orte besuchen in dem romantischsten Land der Welt, aber eben ohne Shane. Und um alles noch schlimmer zu machen, sollte sie über etwas schreiben, was sie nicht mehr empfand. Sie würde sich Tag für Tag der geballten Dröhnung Romantik aussetzen, Salz in ihre Wunden reiben, alles mit dem Wissen ihre wahre Liebe verloren zu haben. Das war einfach nicht fair. Ausgleichende Ungerechtigkeit. Sie konnte sich einfach nicht über diese Reise freuen. Da sie spürte, wie sie in eine depressive Stimmung verfiel, rief sie nach dem Service und bestellte einen Drink. Dann steckte sie ihre Arbeitsmappe wieder weg und warf einen Blick auf ihre sozialen Netzwerke. Damit konnte sie sich immer prima ablenken. Man brachte ihr den Drink und sie nippte daran, während sie sich durch zahllose Katzenbilder auf Instagram scrollte. Brins Fotos von dem katastrophalen Date bei Gino und Maxines letzten Marathon, den sie zu wohltätigen Zwecken gelaufen war. Dann bemerkte sie, dass Shelby auch etwas gepostet hatte, dass mehrere tausend Mal angeklickt worden war. Es war einfach nur ein Foto ihrer Hand mit einem Ring auf dem Ringfinger daran. Wie bitte? rief Kira aus und verschüttete dabei beinahe ihren Drink. Neben ihr rührte sich Garrett und schaute sie irritiert an. Ist alles in Ordnung? Kira winkte ab. Sie konnte nicht glauben, was sie da sah. Shelby hatte mit keiner selten über ihren Lebensgefährten David, dass Kira schon manchmal den Verdacht gehabt hatte, die beiden hätten sich heimlich getrennt. Wie man sich doch täuschen konnte. Die beiden waren seit dem College zusammen, also schon seit gut sieben Jahren. Da war eine Hochzeit durchaus naheliegend und dennoch versetzte es Kira einen Stich. Sie rief noch einmal nach dem Service und bestellte einen weiteren Drink. Sie brauchte etwas, um ihre Nerven zu beruhigen. Der Mann neben ihr schaute misstrauisch herüber. Kira blickte ihn kühl an und er wandte sich wieder dem Film zu, während er so tat, als habe er überhaupt nicht versucht, einen Blick auf ihr Handy zu werfen. Sie schickte schnell ein paar Glückwünsche an Shelby und David, auch wenn ihr nicht nach Feiern zumute war. Sie wollte nicht verbittert sein. Sie wollte sich viel mehr für ihre alte Studien Freundin freuen, aber sie fühlte sich einfach zu elend. Das Herz war ihr schwer. Sie warf einen Blick auf ihr Handy und fragte sich, ob Shane wohl überhaupt noch versuchen würde, in Kontakt zu bleiben. Sie hatten vor wenigen Tagen das letzte Mal miteinander gesprochen und seither war Funkstille. Er hatte behauptet, sie könnten ihr Freunde bleiben, aber das war wohl nur so dahingesagt. Sie bezweifelte, dass er das ernst gemeint hatte. Er hatte nicht einmal eine Nachricht geschickt, um ihr mitzuteilen, wie es Callum ging oder seinen Schwestern. So viel zum Thema Freundschaft. Sie kippte den zweiten Drink herunter und spürte die Wirkung des Alkohols. Sie machte es sich in ihrem Sitz bequem und machte ein Nickerchen. Sie konnte ihr Unglück auch einfach verschlafen. Schließlich begann sie auch noch zu träumen. Da tauchten Bilder von den Orten in Italien auf, die sie eben noch betrachtet hatte. In ihrem Traum trug sie einen Sportdress und war mit Schlamm verdreckt. Sie musste einen Marathon bis zur Amalfi-Küste laufen, um an Shelbys und Davids Hochzeit teilzunehmen. Aber als sie da endlich ankam, total außer Atem und verdreckt, trugen alle anderen eine Maske. Als David seine abnahm, kam Shane darunter zum Vorschein. Und die Frau, die er heiratete, war Bryn. Kira stolperte über den Strand auf sie zu. Wie konntest du mich so hinter gehen, rief sie und starrte Shane schockiert an. Ich dachte, gleichgültig mit den Schultern. Das habe ich mir nur ausgedacht, antwortete er kühl. Ich habe mit dir Schluss gemacht, weil deine Schwester viel heißer ist als du. Kira wandte sich zu Bryn um. Du hast mich die ganze Zeit angelogen, meine eigene Schwester. Aber Bryn schien das gar nicht zu beeindrucken. Was hätte ich denn machen sollen? fragte sie schulterzuckend. Er hat und nach nahmen alle anwesenden Hochzeitsgäste ihre Masken ab. Zu Kiras größtem Entsetzen war da noch ein Shane und er war mit Julia da, der Frau, mit der Zach Kira betrogen hatte. Und ein dritter Shane stand an der Seite von Maxine und noch einer und noch einer und noch einer Shane mit Shelby, Shane mit Tessa, dem Mädchen aus Irland, dass sie von Anfang an in Verdacht gehabt hatte, dass da etwas mit Shane lief, Shane mit ihrer Mutter und immer noch mehr, wohin auch immer Kira schaute, verwandelten sich alle männlichen Gäste in Shane. Sie sank auf die Knie und begann zu weinen. Aber plötzlich packte sie jemand am Ellenbogen. Sie blickte auf, die Sonne blendete sie ein wenig. Dann schaute sie in die schönsten blauen Augen mit den dichtesten Wimpern, die man sich vorstellen konnte. Kira, weine doch nicht, sagte der Mann mit leiser Stimme und einem melodischen italienischen Akzent. Wer bist du? fragte sie und ließ sich von ihm auf die Füße ziehen. Erkennst du mich denn nicht? fragte er lächelnd. Sein Gesicht war wundervoll. Perfekt, bemerkte Kira, als sie ihn genauer betrachtete. Er war so wunderbar, dass ihre Knie schon wieder weich wurden. Er nahm sie auf den Arm. Sie schmiegte sich an seine Brust, brug sie, als wäre sie ein Fliegengewicht. Seine Füße wurden vom Meer umspült. Sie standen im Ozean. Du hast mir immer noch nicht deinen Namen genannt, sagte Kira. Der Mann lachte. Es klang wie ein Fest für die Ohren. Das muss ich auch nicht, du kennst ihn bereits, sagte er. Kira dachte angestrengt nach. Dann kam mir ein Name in den Sinn, in absoluter Klarheit. Bist du Romeo? fragte sie ungläubig. Der Mann lächelte. Das Gesicht war so schön. Ja, der bin ich, Romeo, dein Romeo. Er beugte sich über sie ganz langsam. Ihre Lippen waren nur wenige Millimeter voneinander Plötzlich rieß Kira die Augen auf. Sie schaute sich orientierungslos um und stellte fest, dass sie noch immer im Flugzeug war. Sie sanken durch die Wolken und das Signal für die Gurte leuchtete auf. Der Landeanflug hatte wohl begonnen. Sie hatte den ganzen Flug verschlafen. Der Traum hatte sie atemlos gemacht. Sie legte eine Hand auf ihre Brust, spürte den schnellen Herzschlag unter ihrem Shirt. Ihr Kopf drehte sich noch ein wenig vom Alkohol, der noch nicht ganz seine Wirkung verloren hatte. Ich glaube, du hattest einen Albtraum, sagte Garrett. Kira rieb sich die Schläfen und erinnerte sich an den schrägen Traum. Ja, ich glaube, da könntest du recht haben, zumindest anfangs. Ich wurde von meinem Ex-Freund heimgesucht, der meine Schwester geheiratet hat und alle meine Freundinnen und meine Mutter. Der Mann blickte sie amüsiert an. Kira fragte sich, was er wohl wirklich von ihr dachte. Sie vermutete, er hielt sie für vollkommen durchgeknallt. Das Flugzeug setzte auf und rollte die Landebahn entlang. Als es endlich zum Stehen kam, sprang der Mann neben Kira auf, sobald es erlaubt war. So vermeidet man die Warteschlangen, erklärte er verlegen. Sicher, Kira konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Die Kabinentüren wurden geöffnet und Garrett flitzte hinaus. Kira lachte auf. Sie mochte ihre falsche Persönlichkeit. Vielleicht war Brynn doch nicht ganz so albern, wie sie bisher angenommen hatte. Sie packte ihre Sachen zusammen, löste den Gurt und holte ihre Tasche aus dem Gepäckfach über ihr. Während sie durch den Gang ging, dachte sie darüber nach, wie sie das Spielchen mit Garrett als nächstes in die Tat umsetzen würde. In den nächsten drei Wochen würde sie vorgeben, jemand anderes zu sein. Jemand, der noch immer an die Liebe glaubte. Sie hatte das vage Gefühl, dass das weitaus schwieriger sein würde, als eine Weinkennerin zu spielen. Sie verließ das Flugzeug und genoss das Streicheln der warmen Sonne auf ihrer Haut. Das war doch viel angenehmer als das kalte Wetter in New York. Die Sonne machte sie immer irgendwie zuversichtlich. Alles sah netter aus. Und auch wenn sie von Italien gerade nur diesen Flughafen sehen konnte, so sahen die Berge ringsum in der Sonne doch atemberaubend aus. Sie folgte dem York verlassen hatte, stellte sie sich vor, ihr Romeo würde sie erwarten. Kapitel 6 Als sie endlich ihr Gepäck eingesammelt hatte und in die Ankunftshalle trat, hatte sich Kiras Tagtraum ziemlich verselbstständigt. In Gedanken hatte sie den Romeo aus ihrem Traum verschmolzen mit dem Reisebegleiter, den sie gleich treffen würde. In ihrer Vorstellung würde er sie mit seiner stürmischen Leidenschaft direkt von den Füßen holen. Sie konnte es kaum noch erwarten ihn endlich zu treffen. Sie stand da mit ihrem Koffer und beobachtete das geschäftige Treiben des Neapolitanischen Flughafens. Um sie herum standen Leute, die Namensschilder hochhielten. Auf einem las sie ihren eigenen Namen. Sofort beschleunigte ihr Puls. Der Mann, der das Schild hielt, war ein Adonis. Kira Hi, ich bin Kira, sagte sie und deutete auf das Schild mit ihrem Namen. Der Mann blickte erst sie, dann das Schild verwirrt an. Oh, das, er fing an zu lachen, das halte ich nur einen Moment für einen Typen, der mal dringend aufs Klo musste. In dem Moment fiel Kiras Blick auf einen Mann, der die Waschräume verließ und in ihre Richtung kam. Er war klein, rundlich und schlampig gekleidet. Das graue Shirt hatte Flecken und die Jeans saß nicht richtig. Das wenige Haar, das er noch auf dem Kopf trug, sah aus wie ein Vogelnest. Sie hoffte, er möge vorbeigehen, musste aber mit Bedauern erkennen, dass er genau auf sie zukam. Der Adonis mit dem Schild bemerkte ihn ebenfalls. Sobald der Mann bei ihnen angekommen war, übergab den jungen Frau, die gerade die Ankunftshalle betreten hatte. Sie begrüßten sich überschwänglich. Kira verzog das Gesicht. Junge Liebe was, sagte der Reiseführer und kratzte sich an einer Stelle, die das Shirt nicht ganz bedeckte. Bist du Carla? Kira. Er blickte noch einmal auf sein Schild und zuckte mit den Schultern. Amerikanische Namen klingen alle gleich für mich. Während er sprach, verströmte er mit seinem Atem ein Aroma von Zwiebeln und Kaffee, was Kira Übelkeit bereitete. Na dann komm, forderte er Kira auf. Der Wagen steht da hinten. Er drehte sich auf dem Absatz um und verschwand schnell in die Menge. Kira blieb in der Mitte des Flughafens zurück. Sie schnappte sich ihre Koffer und suchte hektisch nach dem Ausgang. Sie fand das Schild am Ausgang direkt über dem Reisebegleiter, der gerade dadurch verschwand. Er hatte nicht einmal nachgesehen, ob sie ihm überhaupt folgte. Mit einer Grimasse folgte Kira dem schlampigen Kerl und zog ihren schweren Koffer hinter sich her. Während sie ständig angerempelt wurde, löste sich ihre Hoffnung schnell in Luft auf, dass sie eine italienische Romanze über ihr gebrochenes Herz hinweg trösten könnte. Anstatt von einem gut aussehenden Mann im Sturm erobert zu werden, musste sie Zwiebelgeruch und Unhöflichkeit von ihrem Reisebegleiter ertragen. So viel zum Thema Romeo, dachte sie mit schwerem Herzen. Kapitel 7 Weißt du, dass du zu spät bist? fragte Antonio der Reisebegleiter, als er sie über den Parkplatz führte. Er runzelte die Stirn, als sei das ihre Schuld. Ich musste eine Weile auf meinen Koffer warten, antwortete Kira noch immer angeschlagen von der Enttäuschung, dass kein Romeo auf sie wartete. Kira fühlte sich in Antonios Gegenwart sehr unwohl. Nicht nur, weil sein runder behaarter Bauch über dem Hosenbund heraushing, sein Benehmen war rüde. Wie ein Lehrer, bei dem man wusste, dass man es ihm nie würde recht machen können. Die Luft war sehr warm, fast schon bedrückend, aber das bremste ihn nicht. Sie eilten die Reihen entlang, Antonio immer ein paar Schritte vorweg. Kira hatte Mühe, mit ihrem Koffer Schritt zu halten, langsam geriet sie ziemlich ins Schwitzen. Mein Rücken ist kaputt, sagte er als Rechtfertigung dafür, dass er ihr nicht half. Während Seine Worte kamen ohne Pause wie Hundegebell. Kira dachte an den Romeo in ihrem Traum. Antonio war das genaue Gegenteil. 21 Tage, was? sagte er, noch immer vorauseilend, so dass Kira sich beeilen musste, um Schritt zu halten. Sie begann mit Grauen daran zu denken. Er führte sie zu einem Auto. Kira hatte ein hübsches Auto erwartet, wurde aber mit einer alten kleinen Rostlaube konfrontiert. Das ist es? fragte sie. Auf dem Rücksitz gibt es keinen Platz für das Gepäck. Pack es in den Kofferraum, wies Antonio sie an. Kira öffnete die Klappe und stellte fest, dass das Auto voll mit Einkaufstüten war. Als sie ihre Sachen neben seinen Tüten verstaute, kam ihr der Geruch von Käse entgegen. Eine der Tüten ging auf und stellte mit einer Mischung aus Neugier, Erstaunen und Ekel fest, dass alle Tüten nur Pecorino enthielten. Aß dieser Mann etwa nichts anderes? Dann wurde ihr bewusst, dass der Gestank wahrscheinlich auch in ihre Sachen ziehen würde, in ihre Kleidung, sie würde die nächsten drei Wochen nach Käse stinken. Sie verzog das Gesicht und schloss den Kofferraum. Derweil startete Antonio den Wagen und ein paar Qualmwolken umspielten ihre Beine. Wütend stieg Kira auf den Beifahrersitz ein. Zu ihrem Entsetzen stellte sie fest, dass ihre Knie seine berührten, weil der Wagen so klein war. Sie schaute auf Antonios feuchte behaarte Hände, die das Lenkrad umklammerten. Der Gestank im Wagen war eine Mischung aus Käse, Schweiß und feuchter Luft. Noch bevor sie sich überhaupt anschnallen konnte, fuhr Antonios schon los. Das Auto machte einen Satz nach vorn, sodass Kira sich an den Seiten ihres Sitzes festhalten musste. Sie klammerte sich daran fest, als hinge ihr Leben davon ab. Antonios fuhr wie ein Irrer. Erzähl doch mal New York, sagte er. Böse Stadt, oder? Viel Kriminalität. Kira blickte ihn schockiert nicht wirklich. Es gibt da auch Probleme, wie in allen Städten, aber es ist großartig. Aber kalt oder nicht, hinkte Antonio nach. Für Kira klang das so, als wollte er unbedingt etwas Negatives über ihre Heimatstadt hören. Jetzt gerade ist es kalt und wir haben hier den herrlichsten Sonnenschein. Er lachte keuchend und zeigte eine Reihe schiefer gelber Zähne. Warst fragte Kira, die sich von diesen Bemerkungen beleidigt fühlte. Nein, 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 antwortete Antonio und schüttelte den Kopf, als sei das eine ganz absurde Idee. Ich würde nie eine so gottlose Stadt besuchen. Hier sind wir gute Katholiken. Falls Antonio es darauf angelegt hatte, den falschen Ton zu treffen, war er sehr erfolgreich damit. Antonio war sicherlich ein echter Schock. Aber auch wie es sich vorgestellt hatte. Die Straßen waren eng, die fünfstöckigen Wohnhäuser hatten rostende Balkone, Wäscheleinen waren überall gespannt und bunte Wäsche flatterte daran im Wind. Es gab kaum Gehwege, was dazu führte, dass die Leute alle auf den Straßen liefen, oft ohne den Verkehr zu achten und tauchten plötzlich zwischen den parkenden Autos auf. Selbst die Ampeln und die Verkehrsschilder waren an den Hauswänden angebracht, weil es nicht genug Platz auf den Straßen gab, um sie dort aufzustellen. Nichts davon bremste Antonio in irgendeiner Weise aus. Er stieß laute italienische Flüche aus, sobald ihm jemand über den Weg lief, wich aus, hupte wie wild. »Que cavolo!« rief er laut und gestikulierte wild, als eine Frau direkt vor ihm auf die Straße trat. Auch wenn sie nicht genau verstanden hatte, was Kraftausdruck war und wurde rot, weil es ihr so peinlich war und sie sich vor der alten Frau schämte. Aber die gestikulierte ebenso rüde zurück. Offenbar war sie so eine Behandlung gewohnt. Vespas flitzten an ihnen vorbei. Kira fiel auf, dass die Wände über und über mit Graffiti bedeckt waren. Tatsächlich waren es so viele, dass man sie mit weiteren Graffiti übermalt hatte. Kira verlor schnell den Überblick, an wie vielen Pizzerias sie vorbeifuhren. Ihr knurrte der Magen. Seit der Faden Mahlzeit im Flugzeug waren schon ein paar Stunden vergangen. Sie bogen um eine Ecke und fuhren haarscharf an einer Fischbude vorbei. Der Geruch bereitete Kira Übelkeit und sie verlor gänzlich ihren Appetit. Pass auf, rief Kira, als Antonio auf eine verdreckte und ausgemergelte Katze zusteuerte, die mitten auf der Straße saß. Glücklicherweise lief sie noch im letzten Moment davon. Streuner, sagte Antonio, als würde das erklären, warum er nicht einmal versucht hatte zu bremsen. Eine Seuche! Wir haben einfach zu viele davon. Der Wagen hüpfte ziemlich auf dem Kopfstein Pflaster. Die Fahrt war gelinde gesagt, unangenehm. Gleich kannst du den Berg sehen, sagte Antonio. Vesuv, oh, antwortete Kira. Sie war beinahe alarmiert von Antonios erstem Versuch, so etwas wie Smalltalk zu machen. Da, sagte er und deutete plötzlich nach links. Falls der Berg überhaupt sichtbar war, dann höchstens für eine Sekunde, denn als Kira guckte, war nichts zu sehen. Hast du ihn gesehen? fragte Antonio beinahe aggressiv. Hast du? Ich muss ihn verpasst haben, murmelte Kira. Wir sind etwas schnell vorbeigefahren. Schnell, höhnte Antonio. Ich fahre im Schneckentempo dank dieses Idiots vor uns. Er wedelte mit den Armen Richtung des roten Autos vor ihnen, den sie schon fast auf der Stoßstange saßen. Dann hubte er mehrfach und fluchte laut. Er bog scharf in eine weitere Seitenstraße ein. Hier war alles voller Müllsäcke. Auch hier waren die Hauswände mit Graffiti übersät und die Autos sahen so aus, als hätte man sie einfach hier zurückgelassen. Voller Staub und Vogeldreck. Einige der Balkone waren hier durchgerostet und schon halb herunter gefallen. Die Toppflanzen sahen ziemlich verrottet aus. Antonio lachte plötzlich und deutete auf eine riesige Werbetafel, die über den Eingang eines Parkplatzes hing. Eine sexy Lady, was? meinte er. Unsere italienischen Frauen sind Göttinnen. Kira wandte sich verlegen. Oh ja, sie sind sehr schön, sagte sie. Guckst du auf den Müll? bellte Antonio. Schuldbewusst wandte Kira den Blick von den Bergen von Müll ab. Das ist ein großes Problem, fügte Antonio hinzu. Ein sehr großes hier nennt man es das Todes Dreieck. Der Müll verursacht Krebs, Geburtsfehler, solche Sachen. Kira verzog das Gesicht. Das System macht nichts dagegen, sagte Antonio. Das System? fragte Kira nach. Die Mafia, verstehst du? Wieder sprach Antonio in einem Ton, als halte er sie für total bescheuert. Die sieht man hier überall. Wenn es Streit gibt, sind sie da. Es sind diejenigen, die die Waffen haben. Mit jedem Augenblick fühlte Kira sich elender. War Elliot sich bewusst, was sie in dieser Stadt erwartete, hat. Es war klar, dass sie hier nur durchreiste, aber es erschien ihr doch ziemlich nachlässig. Heather musste doch Bescheid gewusst haben über die Kriminalität und die armseligen Zustände. Sie war so gut organisiert, dass Kira nicht glauben konnte, Heather hätte das übersehen. Gibt es viele solche Kämpfe? fragte Kira ängstlich. Sicher, sicher, sagte Antonio. Es gibt viele Kneipen und viele arbeitslose junge Leute. Es ist eine arme Stadt. Es gibt immer Streit. Kira bekam größte Bedenken über ihren Aufenthalt in der Stadt. Dann fahren wir jetzt zum Hotel? fragte sie. Keine Zeit, antwortete Antonio schroff. Ich bin dein Fahrer, ich soll dich herumführen. Wohin fahren wir denn dann? fragte sie. Sie war erschöpft und die Begegnung mit Antonio ebenso wie die Beklemmungen ausgelöst durch das, was sie sah, machten sie noch müder. La Statua del Nilo, antwortete Antonio. Eine wundervolle Statue, antik. Er fuhr mit Höchstgeschwindigkeit durch die engen Straßen. Dann stieg er plötzlich in die Bremsen, so dass Kira unangenehm heftig nach vorn rutschte und schmerzhaft vom Sicherheitsgurt aufgefangen wurde und dann zurück prallte. Da Antonio strahlte. Kira sah sich um. Der Wagen hatte neben einem steinernen Sockel angehalten, der sehr verwittert aussah. Darauf befand sich eine Statue aus Marmor. Sie stellte einen Mann dar, der auf der Seite lag und einen Strauß Blumen hielt. Großartig nicht, hackte Antonio nach. Das kriegt man nicht in New York. Kultur. Geschichte. Oh, ähm, sicher, antwortete Kira. Was ist das? Der Gott des Nils, erklärte Antonio, mit einer geköpften Schlange. Vor vielen Jahren hat man der Statue den Kopf abgeschlagen. Das ist nicht der originale Kopf. Dieser Umstand schien ihn sehr zu amüsieren. Kira fand das nicht lustig und beeindruckt war sie auch nicht. Komm, meinte Antonio, wir gehen in die Kirche. Musst du den Wagen nicht erst parken? fragte Kira. Habe ich doch, antwortete Antonio lässig und stieg bereits aus. Vorsichtig stieg Kira ebenfalls aus und schaute sich zum Wagen um. Er war mitten auf der kleinen Piazza abgestellt und versperrte für alle anderen Fahrzeuge den Weg. Die Luft war heiß. Kira fühlte sich dadurch nur noch unwohler. Du willst Orte sehen, an denen Menschen sich verlieben, sagte Antonio. Hier, in der Kirche, Santa Maria Assunta dei Pignatelli. Kira betrachtete die wenig einladende graue Fassade. Davor tummelten sich zahlreiche junge Leute, die rauchten und Bierdosen in den Händen hatten. Kira bekam einen Hustenanfall vom Qualm. Hier? fragte Kira erstaunt. Ja, hier, antwortete Antonio. Und da drüben auch. Er deutete auf eine kleine Straße, die von der Piazza abging und ganz im Schatten lag. Kira folgte ihm mit einem unangenehmen Gefühl im Bauch. Sie blieben vor dem Gebäude stehen und Kira stellte fest, dass es sich um ein Internet Café handelte. Das ist doch ein Scherz, meinte sie stirnrunzelnd. Kein Scherz, erwiderte er energisch. Leute kommen her, um Partner zu finden. Stimmt doch, kannst du jeden fragen. Er schubste sie geradezu hinein. Drinnen waren die Wände in grellem Gelb angemalt und die Tische standen voller Computer. Antonio sprach in schnellem Italienisch mit einem Mann in der Nähe, dann schaute er Kira an. Dieser Junge spricht mit seiner Freundin. Er wird dir ein Interview geben. Was? fragte Kira schockiert. Zück dein Notizblock, sagte Antonio. Komm schon, ich habe dir ein Interview besorgt. Außerstande seinen Anweisungen zu widersprechen, holte Kira ihren Block und einen Stift aus ihrer Tasche. Also, ich schreibe einen Artikel über die Liebe in Italien, erklärte sie dem jungen Mann. Der brach in Gelächter aus, was allerdings eher wie das Gackern einer Hyäne klang. Kira verzog den Mund. Ist das irgendwie witzig? Nein, nein, sagte der Junge noch immer amüsiert und versuchte sich das Lachen zu verkneifen. Stell deine Fragen. Kira holte tief Luft. Dann erzähl mal, hast du hier die Liebe gefunden? Sie deutete auf das Café um sie herum. So in etwa, sagte der Junge. Ich habe mein Mädchen gefunden, das ich mag. Okay, und das lief über das Internet? Ein Forum oder sowas? Internetportale für Singles waren nicht das, was Kira im Sinn hatte. Aber vielleicht sollte sie das überdenken. Vielleicht konnte sie die Geschichte Italiens mit den neuen Technologien, die die jungen Leute benutzen, um die Liebe zu finden, kombinieren. Vielleicht gab es eine Verbindung zwischen der Piazza draußen bei der Kirche, die einst Treffpunkt der Liebenden war, und diesem nahegelegenen Internetcafé. Aber dann antwortete der Junge und machte ihre Vorstellung zunichte. Ich bin nur hier, weil mir mein Handy geklaut wurde. Wir haben uns über eine App kennengelernt. Du weißt schon, nach links wischen, nach rechts wischen, er grinste verschmitzt. Kira ließ die Schultern hängen. Single Börsen per App waren nichts, was ausgerechnet nur typisch für Italien war. Trotzdem war da vielleicht etwas für sie drin. Italienische Jugendliche verwenden diese Technologien möglicherweise anders als die in Amerika. Und du meinst es ist Liebe? fragte Kira. Das mit dir und dem Mädchen, das du über die App kennengelernt hast. Natürlich, antwortete er. Sie ist wunderschön. Es ist immer Liebe, wenn man ein Mädchen trifft, das schön ist. Es gibt eine Menge schöne Mädchen, meinte Kira. Was ist an diesem so besonders, dass du sie liebst? Er zuckte mit den Schultern. von Liebe erheblich voneinander abwich. Da beugte sich eine Frau auf dem Platz daneben zu ihnen herüber und mischte sich ein. Dein Auftrag ist naiv. In Italien gibt es keine Romantik, erst recht nicht in Neapel. Hast du die Stadt nicht gesehen? Kiras kurze Begegnung mit Neapel hatte nicht den Hauch von Romantik in ihr geweckt. Es war überfüllt, schmutzig und einschüchternd wie die schlimmsten Stadtteile von New York, aber sie hatte gehofft, unter all dem Dreck vielleicht doch eine romantische Ader in der Stadt zu entdecken. Irgendwas, das sie in ihrem Artikel verwenden konnte. Leidenschaft und Zorn waren immerhin sehr starke Empfindungen. Die Frau hörte nicht auf zu schimpfen, sehr zur Unterhaltung der anderen Besucher des Cafés. Die Männer hier jagen Frauen, umgarnen sie, reden von der Liebe, aber sie alle haben Affären, es ist nur ein Spiel für sie. Herzen brechen, jeder denkt nur an sich, sie sagen, sie lieben dich, aber es ist nur ein großer Spaß und so eine Liebe ist nicht von Dauer. Wie viele Freundinnen hast du? fragte sie den Jungen, den Kira ursprünglich interviewt hatte. Er kicherte und zuckte arrogant mit den Schultern. Sieben könnten auch mehr sein. Siehst du, rief die Frau leidenschaftlich und jeder Einzelnen sagte er, oh Schätzchen, ich liebe dich, du bist die Einzige für mich. Schweine, allesamt. Die erhitzte Diskussion war Kira sehr unangenehm. Dann denkst du nicht, dass Italien der romantischste Ort der Welt ist? Die Frau schüttelte energisch den Kopf. Das Mann ein Mythos ist. Der junge Mann neben ihr lachte laut auf. Wie die anderen Besucher im Café schien er von ihrem gerechten Zorn eher amüsiert zu sein. Kira hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie den Streit ausgelöst hatte. Sie blickte Antonio an. Ich denke, mehr kann ich hier nicht erfahren. Können wir jetzt zum Hotel fahren? Das Erlebnis hatte sie noch müder gemacht. Antonio schaute sie unzufrieden an, als sei sie ein undankbares Gör, aber er stand immerhin auf und verließ das Café. Kira folgte ihm und warf einen Blick über ihre Schulter auf den lauten Streit, den sie ausgelöst hatte. Tut mir leid, murmelte sie und verdrückte sich nach draußen, lautes Chaos zurücklassend. Kiras Hotel befand sich an einer Hauptstraße, die wenigstens etwas breiter war als die, durch die Antonio sie kutschiert hatte. Die Gebäude waren aus dunklem Beton mit Fensterläden aus grünem Holz. Von dem Balkonen flatterten italienische Fahnen. Antonio bog in eine schmale Straße, die zu einem Innenhof führte. Überall parkten Roller. Er zeigte Kira die Richtung, wo das Hotel lag. Ich sehe dich dann morgen früh, sagte er und blieb sitzen. Kira wurde klar, dass er nicht aufsteigen und ihr mit den Koffern helfen würde. Daher stieg sie aus, murmelte ein paar Dankesworte und holte ihr Gepäck aus dem Kofferraum. Dann betrat sie die Lobby. Hier gab es wenigstens eine Klimaanlage. Ansonsten sah der Laden aber billig und abgenutzt aus. Im Foyer stand ein alter Tisch und eine abgenutzte Couch. Ein paar moderne Lampen standen herum, die nicht dazu passten. Kira fragte sich, warum Heather sie in einem solchen Hotel untergebracht hatte. Hatte Viatorum etwa Geld Probleme? An der Rezeption checkte sie ein. Der Fahrstuhl war außer Betrieb. Daher musste sie ihre Sachen in den vierten Stock die Treppe hinauf schleppen. Ihr Zimmer war winzig. Es gab nicht mal einen Tisch. Sicher wusste Heather doch, dass sie einen Tisch im Zimmer brauchte. Wie sollte sie denn ohne einen Tisch arbeiten? Sie setzte sich probehalber auf das Bett. Es quietschte und die Matratze war so hart, dass sie dachte, sie sei aus Holz. Im angrenzenden Bad gab es eine winzige Dusche, ein Klo und ein Waschbecken. Sie versuchte das Wasser aufzudrehen, aber es kam nichts. Dann bemerkte sie einen Münzschlitz. Das ist doch wohl ein Scherz, sagte sie. Sie holte ein paar Münzen aus ihrer Tasche und warf eine in den Schlitz. Wasser kam aus dem Duschkopf. Sie hielt ihre Hand unter den schwachen Strahl. Er hinterließ ein klebriges Gefühl auf ihrer Haut. Immerhin würde sie nur eine Nacht hier verbringen, redete Kira sich die Lage schön. Morgen fuhr sie mit dem Zug an die Amalfi Küste und würde in einer Stadt namens Positano bleiben. Seit ihrer Ankunft in Italien hatte Kira jetzt den ersten Moment für sich allein. Sofort blickte sie auf ihr Handy. Keine Nachricht von Shane. Erschöpft setzte sie sich auf das Bett und spürte die Tränen kommen. Sie bemühte sich verzweifelt an etwas Positives für den Artikel zu denken aber es wollte ihr einfach nicht gelingen. Bisher hatte sich Neapel als Reinfall erwiesen. Sie fühlte sich niedergeschlagen und einsam und es graute ihr davor morgen wieder mit Antonio in dem engen Wagen herum zu fahren. Sie war gerade erst angekommen aber am liebsten würde sie gleich wieder um kehren. Sie krabbelte ins Bett und weinte sich in den Schlaf. Kapitel 8 Kira erwachte von dem schrillen Klingeln ihres Telefons. Draußen war es noch dunkel. Die Sonne war noch nicht einmal aufgegangen. Ihr erster Gedanke war, dass jemand von daheim sie anrief, aber als sie das Handy in die Hand nahm, kannte sie die Nummer nicht. Hallo, sagte sie, als sie das Gespräch annahm. Ihre Stimme klang noch sehr verschlafen. Ich kann dich heute nicht treffen, sagte eine ihr unbekannte Stimme. Kira runzelte verwirrt die Stirn. Sie schaute auf den Wecker auf den Nachttisch. Fünf Uhr morgens. Entschuldigung, wer ist denn da bitte? fragte sie. Antonio kam die schroffe Antwort. Kira rieb sich die müden Augen. Warum rufst du mich so früh an? fragte sie seufzend und lehnte sich zurück gegen das dünne mir war die ganze Nacht übel. Wie nett, dachte Kira. Doch dann überkam sie eine Welle der Erleichterung. Kein Antonio heute, keine behaarten Hände und keine Unhöflichkeiten. Sie versuchte sich in ihrem verschlafenen Zustand daran zu erinnern, was für heute auf dem Programm stand. Sie sollten zusammen mit dem Zug an die Amalfi-Küste fahren. Die Vorstellung allein in einem fremden Land mit nicht, zumal sie überhaupt erst einmal irgendwie durch diese schmutzige und gefährliche Neapel hindurch musste, um den Bahnhof zu finden. Je länger sie darüber nachdachte, umso mehr Angst bekam sie. Vielleicht war Antonio doch ein notwendiges Übel. Könnte mich denn vielleicht jemand anderes begleiten? fragte Kira. Keine Ahnung, kam die schroffe Antwort. Ich bin sicher, die Agentur kann einen Ersatz schicken. Warum rufst du sie nicht an? Weil ich deren Nummer nicht habe? gab sie zurück. Das wurde alles vom Verlag organisiert. Soll ich das etwa machen? klagte er. Obwohl ich krank bin? Kira fletschte die Zähne. Schon gut, ich kümmere mich selbst darum. Bleib nur liegen und erhol dich, fügte sie sarkastisch hinzu. Sie legte auf und stöhnte laut. Wie hatte Viatorum das alles nur so vermasseln können? Von der widerlichen Unterkunft in dieser dreckigen Stadt bis zu diesem völlig inkompetenten Antonio hatte sich die Reise bisher als Albtraum erwiesen. Zeit, denen bei Viatorum mal gehörig die Meinung zu sagen. Sie zählte an den Fingern ab, wie spät es jetzt in New York war. Aber sicher würde sie trotzdem jemanden in der Redaktion erreichen. Wahrscheinlich nicht gerade Elliot, daher suchte sie nach Heathers Nummer in ihrer Mappe. Sie ging schon nach dem ersten Klingeln dran. Heather, hier ist Kira. Kira, ist es jetzt nicht erst fünf Uhr morgens in Italien? fragte Heather. Wie kannst du das so schnell errechnen? wunderte sich Kira beeindruckt. Ja, ist es. Ich wurde gerade von meinem unglaublich charmanten Reisebegleiter geweckt, der eine Lebensmittelvergiftung hat und mich morgen nun nicht bei meinem Ausflug begleiten kann. Oh nein! Soll ich in der Agentur anrufen und für Ersatz sorgen? Um ehrlich zu sein, der letzte, den die geschickt haben, war grauenhaft. Können wir nicht eine andere Agentur beauftragen? Ich kümmere mich darum, sagte Heather. Ist sonst alles in Ordnung? Kira sah sich in ihrem schäbigen Zimmer um, das Hotel ist ziemlich heruntergekommen, gab sie zu. Tut mir leid, Kira. Heather klang, als bedauere sie das aufrichtig. Das Budget für diese Reise war knapp bemessen. Ich musste hier und da Abstriche machen. Online hatte es gute Bewertungen, aber als Student hat man vielleicht doch eher andere Maßstäbe. Ist schon gut, morgen checke ich ja wieder aus. Heders Bemerkung über das knappe Budget gaben ihr zu denken. Kira beendete das Telefonat, beruhigt, dass Heather sich um alles kümmern würde. Dann legte sie sich wieder hin und versuchte einzuschlafen. Aber dank des Jetlag konnte sie ihrem Körper einfach nicht weismachen, dass es noch Schlafenszeit war. Stattdessen scrollte sie sich durch ein paar Fotos auf ihrem Handy Shelbys und Davids Verlobungsfeier. Sie war eifersüchtig auf deren Glück und traurig, weil sie die Feier verpasst hatte. Während sie noch mit dem Handy herumspielte, ging ein Anruf ein. Zu ihrer Überraschung stand der Name Elliot im Display. Sie wunderte sich, warum Elliot sich wegen des Reisebegleiters einklingte und nahm ab. Was muss ich über die Agentur hören? fragte er. Er klang ziemlich gestresst. Kein Grund zur Aufregung, sagte Kira. Der Reiseführer ist krank, daher organisiert Heather einen neuen, mehr nicht. Aber sie wollte mein Okay dafür, dass wir eine andere Agentur benutzen, eine teurere. Was stimmt denn nicht mit der, die ich ausgesucht hatte? Kiras Sorgen wuchsen. Es war eigentlich nicht Elliot Art, sie so übers Telefon sehr an Joshua. Sie betete inständig, dass sich das nicht in die Richtung weiterentwickelte. Nun, ich hatte nicht den Eindruck, dass diese Agentur einen guten Service macht, antwortete Kira ruhig. Er war ziemlich unfreundlich und ungeduldig. Er hat mich in ein Internet Café gebracht für ein Interview. Er meinte, da würde man die Romantik schon finden. Ich möchte nicht, dass ihr Geld verschwendet, wenn die nicht liefern, wofür ihr bezahlt. Es entstand eine längere Pause. Dann sprach Elliot schließlich. Das ist natürlich richtig. Er klang resigniert. Ich wollte nur sparen, aber dein Argument ist stichhaltig. Wir werden kein Geld ausgeben für Dinge, die nicht liefern, was wir wollen. Kira wunderte sich über diese Äußerung. Im Geiste verband sie das mit den Bemerkungen, die Nina im Café gemacht hatte, darüber, dass Elliot von einer anderen Firma ausgezahlt worden war. Kümmerte er sich deshalb um Dinge, die eigentlich zu Heathers Aufgaben gehörten, um eine Uhrzeit, um die er normalerweise nicht mehr im Büro war? Was ging denn vor bei Viatorum? Ist alles in Ordnung? fragte Kira. Seit der Irland-Geschichte hatte sie ein gutes Verhältnis zu Elliot, aber sie waren nicht wirklich befreundet und sicher gingen sie persönliche Dinge überhaupt nichts an. Aber sicher, das ist einfach ein sehr wichtiger Auftrag und du bist ein wertvoller Mitarbeiter. Ich will nicht, dass etwas schief geht. Kira sah sich auf einmal in der Verantwortung Elliot zu beruhigen, aber eigentlich brauchte sie Selbstbestätigung. Ihr gestriger Tag war eine Katastrophe gewesen, der heutige hatte auch nicht besser angefangen. War das ein schlechtes Omen? Und wenn das Schicksal von Viatorum in diesem Artikel hing, was genau wollte das Schicksal ihr damit sagen? Dass die Reise verflucht war, das Magazin verloren? Du hörst dich an, als würdest du mächtig unter Druck stehen, sagte Kira bemüht, diplomatisch zu klingen. Mehr als sonst. Das stimmt, antwortete Elliot. Er seufzte laut, als habe er eine große Finger, Kira. Ich kann nicht ins Detail gehen, aber ein Kurswechsel im Magazin wird sich vielleicht nicht vermeiden lassen. Es wäre mir lieber, wenn es nicht so wäre. Du weißt, Viatorum ist wie mein Baby und mein Partner. Ich habe immer alles für das Magazin geopfert. Wir beide, sagte Kira. Aber was meinst du mit von oben? Ich dachte, du stehst über allem. Es entstand eine sehr lange Pause. Finde einfach die richtige Story, okay? sagte er schließlich. Werde ich, antwortete Kira, aber er hatte schon aufgelegt. Ihre Sorge wuchs. Der Anruf hatte sie erst recht irritiert zurückgelassen. Falls Nina recht hatte, was eine Übernahme des Magazins anging, dann trug sie mehr Verantwortung auf ihren Schultern, als ihr bisher klar gewesen war. Das ganze Magazin konnte davon abhängig sein, wie sie sich bei diesem Auftrag anstellte. Sie hatte noch nie so unter Druck gestanden. Es ging hier nicht mehr nur um sie selbst, um ihre Karriere, sondern auch noch um alle Kollegen, Elliot, Nina. Sie alle zählten nun auf sie. Sie stieg entschlossen aus dem Bett. Sie würde das hinkriegen, Reiseführer hin oder her. Was zählten schon die beängstigenden Straßen von Neapel, wenn ihre aller Jobs in Gefahr waren. Kira packte ihre Taschen, erleichtert, dass sie dem schäbigen Hotel den Rücken kehren konnte, und schleppte ihre Sachen die vier Etagen wieder runter. Sie checkte aus, einerseits erleichtert, hier wegzukommen, andererseits angespannt, weil sie allein weiterreisen würde. Sie presste ihre Tasche fest gegen ihre Brust, biss die Zähne zusammen, und stellte sich dann allein den Straßen von Neapel. Kapitel 9 Es war ein weiterer heißer Tag und der Gestank des Mülls auf den Straßen rund um das Hotel war noch unerträglicher geworden. Kira bemühte sich möglichst nicht so genau auf die Kleidungsstücke zu achten, die über die Straße verteilt lagen, Straßen, die verstopft waren von Autos und Rollern, die alle wild hupten, weil die Leute es offenbar setzte die Rush Hour in Italien schon sehr früh ein, vermutete Kira. Sie ging vorsichtig den Bürgersteig entlang, wo immer es überhaupt einen gab, und fühlte sich dabei wie ein Fisch außerhalb des Teiches. Sie war über sich selbst wütend, weil sie so ängstlich war. Immerhin war sie eine Journalistin aus New York, aber dennoch schlich sich hier entlang wie ein Einbrecher. Außerdem waren alle, an denen sie vorbeikamen, so sehr mit sich selbst beschäftigt auf ihrem Weg zur Arbeit, dass sie sich nicht im geringsten für die amerikanische Touristin interessierten, die durch die Schatten schlich. Vielleicht hatte Antonio mit seinem Gerede über die Kriminalität hier deutlich übertrieben, um ihr Angst einzujagen. Sie hatte ja nicht viel Gelegenheit gehabt, ihn kennenzulernen. Es wäre also durchaus denkbar, dass er einen furchtbar morbiden Sinn für Humor hatte. Sie entspannte sich ein wenig und presste ihre Handtasche nicht mehr ganz so fest an ihre Brust. Das erste Mal, seit sie das Hotel verlassen hatte, entspannten sich ihre verkrampften Hände. Wie durch ein Wunder schaffte es Kira ohne Zwischenfall am Bahnhof anzukommen. Sie war beinahe selbst überrascht, dass aber jetzt ergab sie schon das nächste Hindernis, nämlich der verwirrende Bahnhof selber. Wenn ihr die Hauptstraßen von Neapel überfüllt und laut vorgekommen waren, so war das noch gar nichts gewesen im Vergleich zu diesem Bahnhof. Für Kira machte es den Eindruck, als wollte jeder Einwohner plus deren Großmutter heute mit dem Zug fahren. Sie wurde angerempelt, hin und her geschubst, man rammte ihr laut auf Italienisch, sodass sie zum Glück die Unhöflichkeiten gar nicht verstand. Babys schrien, Hunde bellten, bewaffnete Polizisten gingen herum und schauten finster, was Kira erst recht nervös machte. Und es waren nicht nur Menschen, die sie sah, sondern hier und da mal eine Ratte. Alle Anzeigetafeln waren auf Italienisch, aber sie erkannte den Ortsnamen, nachdem sie suchte und trat an keine Sprachauswahl. Daher musste sie wohl oder übel mit der italienischen Ausgabe zurechtkommen. Sie benutzte dazu die Übersetzungs-App auf ihrem Handy, was die Schlange hinter ihr zu lautem Murren und Knurren veranlasste, weil es so lange dauerte. Es tut mir leid, sagte Kira über ihre Schulter. Scusi, Scusi. Da drängelte sich jemand bis ganz nach vorn und blieb neben ihr stehen. Es war leider der wie ein Student aussah. Brauchst du Hilfe? fragte er. Bitte, ich möchte ein Ticket nach Salerno, sagte sie ihm. Mit Rückfahrt heute oder verreist du länger? Nur eine Strecke, um genau zu sein. Ich komme nicht zurück. Sie hatte die letzte Bemerkung vielleicht mit etwas zu viel Erleichterung gesagt. Hoffentlich störte sich der nette Fremde nicht daran. Sie Sachen auf dem Display an. Zück mal deine Geldbörse. Willst du bar oder mit Karte bezahlen? Kira wühlte in ihrer Handtasche nach dem Portemonnaie und zog es hervor. Sie wollte nicht mit der fremden Währung hantieren und damit die Schlange hinter sich noch mehr gegen sich aufbringen. Daher benutzte sie ihre eigene Karte zum Bezahlen. Sicher würde Heather ihr das Geld später erstatten. Okay, das Ticket kommt da raus, sagte der junge Mann, sobald Kira den PIN-Code eingetippt hatte. Er deutete auf eine Klappe unten am Automaten. Kira steckte ihre Geldbörse wieder ein und bückte sich, um das Ticket herauszunehmen. Sobald sie es hatte, richtete sie sich wieder auf. Danke für ihre Hilfe, sagte sie. Aber der Fremde war schon weg. Sie vermutete, dass er es wohl besonders eilig hatte. Es kümmerte sie nicht weiter, da sie nun mit ihrem Koffer durch die Menge zum Bahnsteig eilte. Sie fand den Aufgang, aber zunächst funktionierte das Ticket nicht im Scanner, bis sie merkte, dass sie es falsch herum reingesteckt hatte. Endlich öffnete sich der Durchgang. Als sie gerade ihren Koffer hindurch tragen wollte, wurde sie von Ein Sicherheitsbeamter verfolgte den Kerl, der Kira angerempelt hatte, und warf ihn zu Boden. Gleich darauf erschien auch ein Polizist mit Hund. Kira eilte daran vorbei. Die Stimmung hier in Neapel war immer so angespannt, als warte jeder nur auf die nächste Katastrophe. Jemanden zu Boden zu werfen, weil er kein Ticket hatte, erschien ihr doch ein wenig übertrieben. Sie wenig mehr Sicherheit versprach. Ihr Herz raste, wahrscheinlich vom Adrenalin, aber sie war auch stolz auf sich, dass sie es mehr oder weniger allein bis hierher geschafft hatte. Es gab eine Durchsage auf Italienisch, aber viel zu schnell, als dass Kira sie mit ihrer App hätte übersetzen können, aber sie hatte das Wort Amalfi verstanden und das reichte ihr schon. Der Zug verließ den Bahnhof. Auf Wiedersehen Neapel, sagte Kira und winkte den schmutzigen Straßen zum Abschied zu. Auf Nimmer Wiedersehen. Je mehr sie sich von Neapel entfernte, umso besser wurde die Sicht darauf. Je mehr man aus der Ferne davon sehen konnte, desto hübscher sah die Stadt aus. Kira fand es schade, dass sie nicht die Zeit gehabt hatte, mehr davon zu sehen und vor allem unter besseren Umständen Tenteren Agentur gehabt, dann hätte sie vielleicht mehr von den Sehenswürdigkeiten zu sehen bekommen. Antonio hatte es einfach nur auf das leicht verdiente Geld abgesehen. Es tat ihr leid für Elliot, der über den Tisch gezogen worden war, wo er doch gerade unter solchem Druck stand. Aber die Sorge um Elliot wandelte sich schnell in Sorge über sich selbst. Er hatte es sehr deutlich gemacht, dass sehr viel von ihr abhing. Ihr Artikel war aufschlaggebend für die Zukunft von Vietorum. Das war für Kira eine große Verantwortung und ziemlich viel Druck, zumal sie sich gerade nicht in Topform befand. Sie holte ihren Laptop aus der Tasche und öffnete ein leeres Dokument. Die Interviews vom Vortag waren völlig nutzlos. Daher hatte sie sich nicht einmal die Mühe gemacht, sie aufzuschreiben. Außerdem war sie sehr erschöpft gewesen bei ihrer Ankunft im Hotel, hatte viel Kleingeld ausgeben müssen für die Dusche und hatte nichts gegessen. Daher war dies eigentlich erst die erste richtige Gelegenheit zu schreiben. Sie sollte sich deswegen keine Vorwürfe machen. Sie starrte auf die leere Seite, den blinkenden Cursor, den sie zwingen wollte, etwas zu schreiben. Nichts kam ihr Statt zu schreiben lehnte sie sich zurück und versuchte sich zu entspannen. Sie blickte hinaus auf die wunderschöne italienische Landschaft, durch die sie fuhren. Am nächsten Ort wurde sicher alles viel besser sein, hoffte sie. Dann würden auch die Worte nur so fließen. In dem Moment kam der Schaffner durch die Sitzreihen und wollte ihr Ticket sehen. Kira öffnete ihre Handtasche und suchte darin herum. Sie versuchte sich zu erinnern, ob sie es lose eingesteckt hatte oder in ihr Portemonnaie. Dann fiel ihr auf, dass das Portemonnaie gar nicht da war. Oh nein, rief sie, ich kann mein Portemonnaie nicht finden. Sie zermatete sich das Hirn, um sich zu erinnern, wann sie es zuletzt gesehen hatte. Sie hatte es rausgeholt, um das Ticket zu bezahlen. Danach hatte sie es wieder eingesteckt. Da war sie ganz sicher. Dann erinnerte sie sich an den Fremden, der ihr geholfen hatte, die Fahrkarte zu kaufen. Er war verschwunden, als sie ihr Portemonnaie wieder eingesteckt und sich gebückt hatte, um die Fahrkarte aus dem Automaten zu nehmen. Hatte er sie beobachtet, um zu sehen, wohin sie die Geldbörse steckte? Hatte er die Gelegenheit benutzt, sie zu bestehlen? War es dumm von ihr gewesen, ihm zu trauen? Sie hatte nicht mehr richtig aufgepasst und das hatte sich sofort gerecht. Die hinterhältige Vorgehensweise traf sie besonders hart. Auf diese Weise war es noch perfider, als wenn ihr jemand einfach die Handtasche entrissen hätte, denn er hatte so getan, als helfe er ihr. Andererseits war sie auch angerempelt worden, beide hätten also der Dieb sein können. Ihr Gefühl des Triumphs war dahin. Sie war so stolz gewesen, es bis hierher geschafft zu haben, aber jetzt fühlte sie sich naiv wie ein dummes Kind. Ihr kamen die Tränen. Sie haben keine Fahrkarte? fragte der Schaffner. Er sah kein bisschen beeindruckt aus. Immerhin war sie damit durch die Schranke gekommen. Endlich fand sie es in einer Seitentasche. Der Schaffner stempelte sie ab. Die Tränen waren ihm völlig egal. Ein Ehepaar ein paar Sitze weiter schaute sie aber voller Mitgefühl an. Sie wurden bestohlen? fragte die Dame. Neapel ist berüchtigt dafür. Kira wischte sich die Tränen fort und nickte niedergeschlagen. Können wir ihnen irgendwie helfen? fragte die Frau. Brauchen sie Euros? Kira lächelte, fühlte sich getröstet, schüttelte aber den Kopf. Sie hatte noch ihr Handy und das war das Wichtigste. Ein Anruf bei Heather und sie wusste alles würde sich aufklären. Sie musste nur abwarten bis es in New York eine anständige Zeit war um anzurufen. Selbst jemand der so in seinem Job aufging fragte die Dame nach ich mag nicht wenn jemand so in Schwierigkeiten ist ich würde ihnen gern helfen wenn ich kann. Kira wollte die Hilfe schon endgültig ablehnen als ihr in den Sinn kam dass das Ehepaar ihr tatsächlich helfen könnte. Sie sahen glücklich zusammen aus und machten offenbar einen Ausflug an die Küste. Eine romantische Reise nach so vielen Jahren Ehe? Um ehrlich zu sein könnten sie vielleicht doch helfen sagte Kira und zückte Stift und Block Ich bin Reisejournalistin für eine Zeitschrift in New York Ich schreibe über Italien und Romantik Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen zum Beispiel was das Geheimnis ihrer Liebe ist? Sofort wandelte sich das freundliche Gesicht der Frau in Ablehnung Auch der Mann schaute sie zornig an Kira zuckte zurück Da waren Galt es in Italien als unhöflich Menschen über die Liebe zu befragen? Sie hoffte nicht das würde ihre Arbeit erheblich erschweren oder war ihr ein schwerer Fehler unterlaufen und die beiden waren gar nicht verheiratet sondern Geschwister Das können wir nicht beantworten sagte die Frau und verschränkte mit gekränktem Gesichtsausdruck die Arme vor der Brust Es tut mir Das ist es nicht mischte sich der Mann ein Wir können die Frage bloß nicht beantworten denn wir können uns nicht leiden Kira lachte nervös auf unsicher ob das italienischer Humor war den sie nicht verstand aber der Mann bekräftigte seine Worte noch einmal Wir lassen uns scheiden Wirklich rief sie aus Aber sie reisen doch zusammen an die Küste Ist die Amalfi Küste denn nicht berühmt für die romantische Szenerie und edle Restaurants Ja und darüber hinaus auch für einen der besten Scheidungsanwälte den das Land zu bieten hat sagte die Frau bitter Wir fahren zu ihr um die Scheidungspapiere zu unterschreiben Sie warf einen Seitenblick auf ihren Mann Endlich Kira war sehr unwohl Wo war sie da nur hineingeraten Wie meinst du das Endlich schnappte der Mann Dass sie Zuhörer hatten schienen sie vergessen zu haben Ich habe doch seit Jahren schon darauf gedrängt Aber nur weil du diese junge Schicksal heiraten willst bist die Frau zurück Ich habe schon 79 danach verlangt Du warst derjenige der das immer wieder hinaus gezögert hat Und jetzt passt es dir auf einmal in den Kram Sie wechselten ins Italienische und stritten sich laut Kira vergrob das Gesicht in den Händen Sie fühlte sich erbärmlich und das Ganze war ihr sehr peinlich Wenn es ein schlechtes Omen gab dann das hier Kapitel 10 Nicht einmal eine Stunde nachdem der Zug Neapel verlassen hatte fuhr der Zug im Bahnhof von Salerno ein an der Amalfi Küste Es war nur ein kleiner Bahnhof mit wenigen Bahnsteigen die mit Fußgängerbrücken verbunden waren Es war kein sonderlich schöner Bahnhof Er hatte die beste Zeit wohl hinter sich Graue Betonpfeiler dicke Kabelstränge unter der Decke nicht gerade ein luxuriöser Start in einen der angeblich schönsten Orte der Welt Kira stieg aus dem Zug und ließ das noch immer streitende Paar zurück Sie ging zum Hauptschalter und sah sich um Sie suchte den neuen Reisebegleiter der hier auf sie warten sollte Sie ging fest davon aus dass Heather sich gekümmert und jemanden gefunden hatte der sich hier in Empfang nahm Aber als der Bahnhof sich wieder leerte stellte Kira fest dass sie allein zurück geblieben war während alle anderen sicher einen Tagesausflug in die Sonne machten Sie konnte Heather nicht anrufen in New York war es noch immer mitten in der Nacht Heather war kein Roboter und würde folglich um diese Zeit schlafen Daher schickte sie ihr nur eine E-Mail um ihr mitzuteilen dass sie bestohlen worden war Kira ihren schweren Koffer zur Busstation von wo sie eigentlich mit dem neuen Reisebegleiter nach Positano aufbrechen sollte Trotz der vielen Rückschläge war sie dennoch stolz darauf es allein bis hierher geschafft zu haben Bryn wäre sicher ebenfalls sehr stolz auf sie dass die kleine Schwester so unabhängig war Der Busbahnhof von Salerno war kaum mehr als ein paar Park Buchten Kira begab sich zu einem Bus dessen Fahrziel Positano war aber als sie einstieg wurde ihr bewusst dass der Reiseführer die Fahrkarten hätte kaufen sollen und wegen des Diebstahls hatte sie kein Geld um sich eine neue Fahrkarte zu kaufen wieder mal lief alles schief ich bin in Neapel bestohlen worden sagte sie dem Busfahrer er schaute sie unbeeindruckt an und und kann ich trotzdem mit dem Bus nach Positano fahren ohne zu bezahlen das meinen sie doch oder Kira ahnte schon wie das enden würde schauen sie ich kann ihnen die Kontaktdaten meiner Geschäftspartner geben die bezahlen sie dann später ich bin kein Taxi antwortete der Mann grummelnd ich kann keine Rechnung ausstellen er winkte Kira weg sie stieg aus dem Bus und fühlte sich elend wieso war der neue Reisebegleiter nicht gekommen die ganze Sache entwickelte sich immer mehr zu einer Katastrophe in dem Moment bemerkte Kira einen Reisebus ankommen dem eine amerikanische Touristenfamilie entstieg sie trugen allesamt Wanderkleidung der Vater hatte eine Kamera um den Hals die Mutter hatte sich eine Gürteltasche umgeschnallt sie hatten auch ein kleines Kind dabei Kira hatte sich noch nie so gefreut einen heimatlichen Akzent zu hören das einzige Stück Heimat hier Entschuldigung rief sie und eilte auf sie zu der Vater der Familie drehte sich um sichtlich überrascht hier noch einen Amerikaner zu treffen hey was kann ich für sie tun fragte er mit starkem Südstaaten Akzent mir ist in Neapel das Geld gestohlen worden berichtete Kira hätten sie vielleicht ein paar Euros damit ich die Busfahrkarte bezahlen kann ich muss nur bis zu meinem Hotel kommen dann kann ich mit meiner Firma in New York sprechen und mir Geld schicken lassen ich kann ihnen meine Karte geben sie öffnete die Tasche aber dann fiel ihr ein dass all ihre Karten im Portemonnaie waren vergessen sie es ich kann ihnen die Daten nennen und zahle es ihnen zurück oh nein meinte der Mann ich würde ihnen wirklich gern helfen aber wir haben gerade unser ganzes Geld für Souvenirs ausgegeben dann schloss er ihre Tasche wieder er öffnete seine Tasche und zeigte seine Errungenschaften dann schloss er die Tasche wieder tut mir wirklich leid miss ich würde einer Landsfrau natürlich helfen wenn ich könnte Hank sagte die Frau von der Kira annahm sie sei seine Ehefrau was ist mit dem Pass hier den kann ich ihnen geben wenn das hilft erreichte ihr den Pass für den Touristenbus der gilt den ganzen Tag führt an der ganzen Küste entlang seine Frau mischte sich ein das ist so ein schöner Ausflug Kira nahm den Pass er war besser als nichts danke sagte sie als die Familie sich verabschiedete wünschte sich Kira sie würden nicht gehen sie waren wie eine Rettungsleine nach Hause jetzt da sie sich doch so allein fühlte aber dann hörte sie das kleine Kind den Vater fragen soll ich für die Obdachlose beten und der Vater antwortete ja Kirtney bete sehr viel für sie Kira runzelte beleidigt die Stirn sie hatte nur einen einzigen Tag in Neapel verbracht und wurde schon zeigte dem Fahrer den Pass den sie bekommen hatte wie lange dauert es nach prositano fragte sie er schaute sie verwirrt an das ist eine Rundfahrt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten meinte er eine Besichtigungstour es dauert ungefähr zwei Stunden um Berge und Küste zu sehen wenn es schnell gehen soll müssen sie den normalen Bus nehmen es hatte keinen Sinn mit ihm zu debattieren und ihr Problem zu erklären Kira seufzte ergeben heute würde einfach nichts nach Plan laufen der Bus fuhr eine gewundene Küstenstraße entlang mit steil abfallenden und aufsteigenden Wänden links und rechts die Aussicht war fantastisch aber da Kira Höhenangst hatte wurde ihr in jeder Kurve schwindelig sie wünschte wenigstens ein festes Dach über den Kopf zu haben etwas das ihr mehr Sicherheit geben würde das offene Dach machte sie nur noch nervöser und hilfloser jedes mal wenn sie um eine Kurve bogen sah es so aus als würden sie in die Tiefe stürzen in das dunkle Gewässertief unten entweder das oder sie sah sich über der Reling des Busses fallen und niemand würde sie je wieder finden sie musste zugeben dass die Szenerie sehr schön war das Meer war klar und glänzte in der Sonne bunte Blüten und grüne Bäume säumten die Straßen überall da wo keine Häuser oder Geschäfte standen es sah aus als habe man in jede noch so schmale Felsspalte ein Haus gequetscht übereinander gestapelt wie Legoklötze und auch genauso bunt hätte sie nicht alle paar Sekunden die Augen zusammen gekniffen hätte sie den Ausblick sicher auch nach gefühlten Stunden fuhr der Bus auf einen Parkplatz am Fuß der Klippen in Positano sie stieg mit wackeligen Beinen aus und schaute sich um sie war umgeben von Klippen die Häuser waren daneben gebaut wie sie es schon gesehen hatte es gab einen Streifen Strand wo sich Urlauber sonnten auf den blauen Wellen schwammen ein paar Boote wunderschön anzuschauen wie aus einer anderen Welt natürlich hatte Kira keine Zeit sich hier zu vergnügen denn sie war mal wieder gestrandet sie hatte keine Ahnung wie sie zu ihrem Hotel kommen sollte hatte keine Karte und keinen Reisebegleiter und hier zwischen den Bergen hatte ihr Handy auch so gut wie keine Verbindung sie ging hinüber zum Strand wo ein Schild einen Steinhaufen als Restaurant auswies es gab eine Terrasse wo Urlauber Cocktails tranken Kira trat ein Ciao sagte sie zu dem Barkeeper er lächelte sie an und trocknete weiter ein Glas mit einem Handtuch ab Ciao sprechen sie meine Sprache natürlich meinte er und grinste noch breiter was kann ich ihnen bringen ehrlich gesagt möchte ich nichts trinken erklärte Kira ich wollte wissen ob sie mir wohl sagen können wo das Oceano Hotel ist wohnen sie da fragte er nettes Hotel gute Aussicht ganz oben auf den Klippen Kira war erleichtert zu hören dass er wusste wo es ist können sie mir sagen wie ich da hinkomme ich bin mit dem Bus gekommen und ohne Auto der Mann stellte das Glas ab und legte das Handtuch weg dann lehnte er sich mit den Ellenbogen auf den Tresen das macht es für sie Wochentagen nicht bis abends sie werden wohl klettern müssen klettern fragte Kira mit großen Augen sie konnte nicht mit Sicherheit sagen ob der Mann das wirklich ernst meinte seit ihrer Erfahrung im Bahnhof von Neapel war sie misstrauisch Leuten gegenüber dir angeblich helfen wollten ja du musst die Treppen im Dorf rauf gehen 50 an der Zahl ein ziemlicher Aufstieg Kira stöhnte innerlich sie hatte ihren Koffer dabei den schleppte sie schon seit einer gefühlten Ewigkeit mit sich herum vielleicht sollten sie sich mit einem Cocktail stärken bevor sie sich an den Aufstieg machen schlug der Kellner mit einem schmierigen Zwinkern vor Kira drehte sich auf dem Absatz um und stürmte aus dem Restaurant sie hatte einen Kloß im Hals sie schaute die Klippen hinauf und sah die Steintreppen die der Kellner gemeint hatte war das wirklich der richtige Weg zu ihrem Hotel sie beschloss in einem weiteren Café nachzufragen in der Hoffnung der Barkeeper habe sich nur einen Scherz mit ihr erlaubt aber wenn nicht alle hier denselben grausamen Humor hatten dann befand sich das Ozeanohotel tatsächlich ganz oben auf den Klippen aber wenn nicht alle hier denselben grausamen Humor hatten dann befand sich das Ozeanohotel tatsächlich ganz oben auf den Klippen Kira war nach Heulen zumute aber dann fiel ihr Elliot seltsame Bemerkung wieder ein es lastete viel auf ihr Druck und Verantwortung und für sich selbst wollte sie das auch schaffen beweisen dass sie kein hilfloses Weibchen war sie war vom Hotel zum Bahnhof in Neapel gekommen ohne dass ihr etwas passiert war sie würde doch wohl die 50 Treppen mit ihrem Koffer hinauf schaffen Kiras Beine schmerzten der Schweiß rann in Strömen an ihr herunter ihre Arme waren taub vom schleppen des schweren Koffers die Treppen hinauf sie war an niedlichen Souvenirläden vorbeigekommen an Eisdielen an mit Efeu bewachsenen Delikatessengeschäften und an einer Kirche manchmal gab es eine Reling an der sie sich festhalten konnte manchmal glich der Weg eher einer schmalen Felsspalte mit Wänden links und rechts immerhin bot ihr das dann etwas Schatten denn ansonsten war sie der prallen Sonne ausgesetzt hin und wieder wurde sie von Touristen überholt die gut ausgerüstet den Aufstieg meisterten manchmal waren es auch Einheimische die die vielen Treppen einfach gewohnt waren schwer atmend legte Kira eine Verschnaufpause ein und setzte sich auf die Treppen Stufen es war das erste Mal dass sie sich überhaupt die Aussicht ansah und sie war atemberaubend Kira fühlte sich als sei sie in eine Traumwelt eingetreten oder in ein Gemälde gesaugt worden das Meer die Häuser alles war so malerisch diesen Anblick hätte sie auch vom Bus aus genießen können wenn sie nicht ständig ängstlich die Augen geschlossen hatte sie nahm sich Zeit um sich zu erholen sog tief die warme Meeresluft ein und ließ Scharen von Leuten an sich vorbeiziehen ihr wurde bewusst dass sie zum ersten Mal seit langer Zeit lächelte auf einmal kam jemand die Treppe zu ihr herunter geeilt miss sind sie gestürzt sie blickte zu dem jungen Mann auf offenbar ein Einheimischer er kam mit den Treppen sehr gut zurecht wie eine Bergziege nein mir geht es gut sagte Kira ich schnappe nur nach Luft er haben sie den ganzen Weg hier rauf getragen er schaute sie überrascht an Kira nickte und fühlte sich gut dabei ja habe ich kommen sie ich trage ihnen den Rest des Weges Kira fühlte sich erhaben dass sie so weit gekommen war als stünde sie auf dem Dach der Welt daher nickte sie zustimmend danke das ist sehr nett er griff danach und zog in die nächste Stufe hoch woher kommen sie denn fragte er während er sich an den Aufstieg machte bei ihm sah der Koffer gar nicht so schwer aus vielleicht war es gewohnt Sachen die Treppen hinauf zu tragen ich komme aus New York antwortete Kira aber jetzt gerade komme ich aus Neapel er verzog das Gesicht übler Ort Neapel aber jetzt sind sie ja hier Positano ist der schönste Ort in Italien und der romantischste Kira war froh das zu hören sie konnte Romantik jetzt gut gebrauchen endlich erreichten sie das obere Ende der Treppe Kira erblickte vor sich das Oceano Hotel gleich auf der anderen Straßenseite es sah nett aus mit einer Dachterrasse und einer langen Veranda draußen da sie nun hier war fühlte sie sich in der Lage Heather den Schnitzer mit dem anderen Hotel und dem Reisebegleiter zu vergeben tada machte der junge Mann und deutete auf das Hotel vielen Dank sagte Kira ich kann ihnen gar nicht sagen wie sehr ich etwas Hilfe zu schätzen weiß bisher waren die Leute nicht gerade nett gewesen aber noch bevor sie ihren Satz beendet hatte streckte der Mann die offene Hand aus sie runzelte die Stirn und dachte zunächst sie sollte die Hand ergreifen dann wurde ihr bewusst dass er nach einem Trinkgeld verlangte aber er hatte ihren Koffer doch nur 20 Stufen getragen sie hatte über 100 davon allein bewältigt sie hätte ihn für die restlichen nicht gebraucht ich habe kein Geld sagte sie noch immer die Stirn gerunzelt so ist es das ist mir egal meinte sie ihre Geduld ging zur Neige ich habe kein Geld ich bin in Neapel bestohlen worden sein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig das hätten sie aber sofort sagen müssen ich habe den Koffer für sie im Vertrauen darauf getragen dass sie dafür etwas bezahlen Kira war nicht in der Stimmung das länger anzuhören ihr platzte der Kragen sie hatte die Nase gestrichen voll von Leuten die sie über den Tisch ziehen wollten die ihr nicht halfen wenn sie wirklich Hilfe brauchte verschwinde schrie sie Hau ab los ich habe sie nicht um Hilfe gebeten sie haben sie mir ja geradezu aufgedrängt der junge Mann zischte etwas Kira vermutete es handelte sich dabei um eine gängige Beleidigung dann ging er weg Kiras Wangen glühten noch immer und waren rot vor Zorn noch immer wütend stemmte sie ihren Koffer mit schmerzenden Muskeln hoch und über die Straße zum Ozeanohotel sie stolperte hinein unendlich erleichtert die Klimaanlage lief auf Hochtouren und kühlte ihr sofort den Schweiß auf der Stirn unterm Hals halb gegen die Wand im Eingangsbereich gelehnt schnappte Kira nach Atem sie wollte nicht übermäßig dramatisch erscheinen aber sie fand es war schwierig genug überhaupt bis hierher zu kommen auf einmal kam jemand auf sie zu sie blickte auf Romeo er sah exakt so aus wie der Mann in ihrem Traum schwarzes Haar lange Wimpern sinnliche Augen es war als sei Kira in ein Fotoshooting geraten und das Model hätte sich entschieden mit ihr zu plaudern sie vermutete er war ein Angestellter sie winkte ihn fort um ihm zu signalisieren dass alles in Ordnung war aber nach der Anstrengung konnte sie kaum einen Ton herausbringen Miss Swanson sagte der Mann als er neben ihr trat er berührte sie am Ellenbogen Kira war überrascht dass er ihren Namen wusste sie schaffte es eine kurze Antwort zu stammeln ja mein Name ist Christiano sagte er ich bin ihr Reiseführer es hat eine Verwechslung gegeben und ich dachte dass wir uns hier im Hotel treffen ich hoffe sie hatten keine Probleme herzukommen Kira konnte sich nicht länger zusammenreißen vielleicht lag es an der Erleichterung es geschafft zu haben oder an der Erschöpfung die das mit sich gebracht hatte vielleicht hatte sie auch einen Sonnenstich oder einen Schock weil sie sich ihrem Romeo so unverhofft gegenüber fand auf jeden Fall konnte sie sich nicht länger auf den Beinen halten Miss Swanson hörte sie Romeo sagen und sah sein besorgtes Gesicht vor ihr Miss Swanson sind sie in Ordnung Kiras Knie gaben nach und sie brach über ihrem Koffer zusammen fiel dann auf die kalten Fließen Bevor um sie herum alles dunkel wurde sah sie als letztes Romeo der auf sie herab schaute Kapitel 11 Ohnmacht Das war das einzige Wort das Kira einfiel Christiano hatte ihr buchstäblich die Knie weich werden lassen sie wurde rot vor Scham nicht nur weil sie ohnmächtig geworden war sondern vor allem weil es passiert war als sie verschwitzt durcheinander und wütend war Christiano beugte sich vor reichte ihr die Hand und zog sie wieder auf die Füße sobald sie seine Hand ergriffen hatte durchfuhr es sie wie ein Strom schlag während er sie mit seinen Muskeln hoch zog als sei das nichts sie kam nur wenige Zentimeter von ihm entfernt zum stehen die Klimaanlage pustete auf sie herab es war wie in einem romantischen film ist es warm draußen fragte Christiano sein Blick brannte heiß sehr antwortete Kira leise sie fühlte sich taub und sie hoffte das erkläre ihre ungepflegte Erscheinung soll ich ihnen das abnehmen fragte Christiano und bewegte sich ein Stück von ihr weg Kira blickte sich nach ihrem Koffer um der mitten im Foyer lag noch bevor sie antworten konnte hatte Christiano ihn aufgehoben und trug ihn als wiege er gar nichts kommen sie da geht es zum Einchecken Kira folgte ihm mit immer noch wackeligen Knien das ganze durcheinander tut mir sehr leid sagte Christiano während sie gingen mussten sie allein her finden das war kein Problem antwortete Kira nach nochmaligem überlegen fügte sie hinzu ich bin bestohlen worden das war nicht so toll Christiano sah entsetzt aus das ist alles meine schuld aber nicht doch antwortete Kira sobald es die Zeitverschiebung erlaubt rufe ich in New York an dann klärt sich alles bis dahin nehmen sie das bitte Christiano reichte ihr ein paar Geld Scheine Kira schüttelte den Kopf nein das ist nicht nötig ich bestehe darauf sagte er es ist meine schuld und sie müssen hungrig sein dann erlauben sie mir wenigstens sie als entschädigung zum essen einzuladen Kira war nicht so dumm eine Gelegenheit abzulehnen mit diesem Adonis zusammen zu essen daher nickte sie dankbar sie gelangten zum empfang wo Christiano sich auf italienisch mit der empfangsdame unterhielt kira hatte das gefühl dass alles nun geschmeidig laufen würde da sie sich in seine Hände begeben hatte wenn sie doch nur ihn am flughafen getroffen hätte anstatt antonio die empfangsdame reichte ihr einen schlüssel und wies vage in die richtung wo das zimmer war ich warte hier auf sie sagte Christiano lassen sie sich ruhig Zeit wenn sie fertig sind dann führe ich einverstanden kira hätte am liebsten vor begeisterung gequiekt aber sie riss sich zusammen klingt gut für mich sie ging den flur entlang bis zu ihrem zimmer zu sagen es sei besser als das letzte wäre eine untertreibung gewesen auch wenn das zimmer winzig war es war sauber aufgeräumt und hat Stil das letzte zimmer wirkte einfach nur billig dieses hier schien echt italienisch zu sein schick war das wort das kira in den sinn kam hier würde sie sich wohl fühlen kira blickte aus dem fenster die sonne ging langsam über dem meer unter und es sah fantastisch aus selbst ihre höhenangst machte ihr hier nicht so viel aus ihr fiel ein dass christian im foyer auf sie wartete daher zog sich kira schnell um bemüht eine mischung aus selbstbewusst und sexy zu finden als sie sich im spiegel betrachtete sah sie mit entsetzen dass ihr make-up verschmiert war sie wusch sich schnell das gesicht und legte frisches make-up auf für ihre haare blieb keine zeit daher wickelte sie sie zu einem etwas unordentlichen knoten auf sie war nicht ganz zufrieden aber immerhin sah sie nun wieder halbwegs menschlich aus nicht mehr so verschwitzt und würde sie aber leider nicht mithalten können sie schrieb schnell eine nachricht an brin habe meinen neuen reiseführer getroffen er ist romeo brin antwortete sofort worauf wartest du dann noch sie schmunzelte genau das hatte sie hören wollen brin würde sich niemals davon abschrecken lassen dass ein typ vielleicht eine nummer zu groß sein könnte um wenigstens ein date mit ihm raus zu holen und kira sollte das auch nicht tun sie konnte schließlich immer noch eine rolle spielen so wie sie es im flugzeug schon geübt hatte bloß würde sie nicht die alberne weintussi spielen sondern jemanden mit sehr viel selbstbewusstsein sie kanalisierte ihre innere brin sie eilte die treppe hinunter in die lobby sie hatte es eilig christiano wiederzusehen aber als sie im foyer ankam war von christiano nichts zu sehen enttäuschung machte sich breit hatte sie ihn sich denn nur eingebildet hatte sie halluziniert wegen des sonnenstichs und der reinen verzweiflung oder hatte er sich anders überlegt und wollte sich den abend lieber nicht mit einer verwirrten tussi wie ihr verderben die frau am empfang schaute kira an kira wich ihrem blick aus bemühte sich cool zu erscheinen nicht wie eine frau die gerade sitzen gelassen worden war christiano ist schon voraus gegangen um einen tisch für sie zu besorgen sagte die frau es handelt sich um das restaurant trullo das ist sehr gefragt gleich bei den klippen sie reichte kira eine art visitenkarte des restaurants auf der rückseite befand sich eine kleine übersicht wie sie dahin gelangte noch mehr treppen gut dass ich keine hohen absätze trage sagte kira zu der empfangsdame und bedankte sich sie eilte hinaus in die dämmerung die drückende hitze des tages hatte nachgelassen und jetzt war es angenehm warm wie kalifornien an einem frühlings abend kira folgte der weg beschreibung auf der visitenkarte und genoss den weg durch die engen gassen von positano da sie nun weniger aufgeregt und wütend war konnte sie sich endlich in ruhe umschauen der ort war wirklich romantisch wie im traum als habe ein künstler sich alles ausgedacht geschichte und kultur schien aus jeder felsspalte zu quellen während sie ging stellte sie sich vor wie viele füße diese steine im laufe des jahrhunderts bereits entlang gegangen waren mit den Augen immer ganz wo anders wäre kira beinahe im restaurant vorbeigelaufen wie die anderen häuser auch war das gebäude in den fels gehauen und hatte eine terrasse davor alle tische waren für zwei personen hier hatte man sich ganz eindeutig auf paare spezialisiert und kira konnte erkennen warum die aussicht die kerzen der baldachin die efeu ranken alles hier schrie geradezu romantik zum ersten mal seit sie die redaktion von viatorum verlassen hatte fühlte kira eine gewisse zuversicht dass sie diesen artikel wirklich würde schreiben können an einem der tische erhob sich jemand von seinem stuhl sie hielt erstaunt inner wieder vollkommen überwältigt von christianos erscheinung sie erinnerte sich an ninas rat sich jemanden zu suchen der ihr über shane hinweg half shelby hatte gelacht bei der vorstellung dass kira sich einen heißen italiener angeln würde brin hatte ihr geraten es einfach zu tun sie machte ja nichts verbotenes richtig sie war frei sie war single shane hatte sich kein einziges mal gemeldet in den letzten tagen damit war das wohl eindeutig geklärt christiano schob ihr den stuhl passend hin und kira wurde rot als sie sich hinsetzte sie versuchte ihre nerven zu beruhigen aber die tolle atmosphäre hier war allein schon atemberaubend mit christiano darin war sie einfach überwältigend ich habe nicht oft die gelegenheit draußen zu essen erklärte kira als der kellner mit der speisekarte zu ihnen kam oder am meer new york grenzt auch ans meer oder nicht fragte christiano aber das ist nicht dasselbe antwortete sie von hier aus konnte man die lichter der anderen restaurants unter ihnen sehen und auf dem wasser spiegelte sich das funkeln der sterne christiano bestellte ihnen eine flasche wein die in einem amerika sagte er und füllte ihr glas es klingt ziemlich exotisch exotisch kira lachte ist es nicht ich meine im vergleich zu italien ja mein land ist sehr schön stimmte er ihr zu aber deines ist lebendiger mag schon sein sagte sie sie nippte an ihrem wein und christiano schaute sie erwartungsvoll an schmeckt er dir sie nickte sehr gut pecorino erklärte christiano passt sehr gut zu meeres früchten pecorino rief kira aus und lachte als sie an die vielen tüten mit pecorino käse in antonios kleinem wagen dachte ich dachte das wäre eine käsesorte sofort bereute sie das gesagt zu haben diese art bemerkung passte nicht zu der selbstbewussten und gebildeten frau die sie gerade spielte ist es auch christiano lächelte es ist beides aber ich kann dir versichern das in deinem glas ist der wein nicht der käse mein letzter reiseführer war ein großer fan von pecorino dem käse nicht dem wein sein auto war voll davon und wenn ich sage voll dann meine ich voll christiano lachte sein angenehmes kichern ging kira durch und durch sie hatte genau das richtige gesagt vielleicht musste sie sich doch nicht so sehr verstellen wie zunächst angenommen er schien ihre gesellschaft zu mögen so wie sie war als der kellner kam folgte sie christianus rat und bestellte calamari für den ersten gang während sie auf das essen warteten entspannte sich kira in christianus gesellschaft immer mehr er sprach sehr langsam und schaute sie dabei interessiert an was sie sehr für ihn ein nahm schwer zu sagen ob er schwierigkeiten hatte die sprache zu verstehen oder ob er einfach von ihr fasziniert war die vorspeise wurde gebracht zweimal calamari und kira ließ es sich schmecken es war frisch und köstlich schmeckt es fragte christiano sehr gut antwortete kira passt gut zum wein kira nickte es gefiel ihr wie sehr er sich darum sorgte dass sie das hier genoss eine nette abwechslung im vergleich zu antonio dann schlage ich einen chianti zum hauptgericht vor sagte christiano noch mehr wein fragte kira er nickte natürlich und er passt sehr gut zum lamm du kennst dich aus sagte sie lächelnd und erinnerte sich an ihre rolle als weinkennerin kira drehte das weinglas zwischen den fingern hin und her und schaute christiano neugierig an sie wollte ihn besser kennenlernen mehr über ihn erfahren was machst du denn eigentlich berufsmäßig fragte sie dieses und jenes antwortete er in der tourismusbranche gibt es ja viele möglichkeiten dies ist meine erste saison als reiseführer meistens arbeite ich als kellner ah sagte kira verstehend daher das wissen über wein christiano nickte genau aber was möchtest du denn machen hakte kira nach was meinst du als berufliche zukunft deine karriere du bist noch jung hast du dir überlegt was du aus deinem leben machen möchtest christiano zuckte mit den schultern nicht wirklich ich will einfach nur glücklich sein kira war überrascht dass er so lässig mit diesen themen umging wie job karriere und zukunft aber vielleicht war das die italienische art macht kellnern dich denn glücklich fragte sie macht das geschäftige new york dich denn glücklich fragte er scherzend zurück kira hob eine augenbraue sie genoss die zeit mit ihm er schien ohne angst zu sein mit viel witz natürlich erinnerte sie das an shane der auch einen sehr beißenden humor hatte das war einer der gründe gewesen warum sie sich in ihn verliebt hatte dann war da das wissen über alkohol bei shane war es das guinness gewesen christiano war ein weinkenner aber in anderen punkten unterschieden sich die beiden doch erheblich zunächst einmal kleidete sich christiano makellos shane war im besten falle schludrig gewesen mit einem unordentlichen bart christiano hingegen war glatt rasiert seine haut hatte einen olivton im gegensatz zu shanes weißer blässe seine augen waren kohlraben schwarz während shanes blau wie das meer waren kira schüttelte diesen gedankengang ab sie wollte jetzt nicht an shane denken und sie sollte die beiden wahrlich nicht miteinander vergleichen ihre bestellung wurde gebracht sie aßen tranken und unterhielten sich weiterhin angeregt christiano erzählte ihr etwas über die italienische geschichte und den italienischen lebensstil während er sprach mit dem sanften akzent spürte kira wie sie von romantik umfangen wurde sie war so davon gefangen dass sie kaum bemerkte wie ihr teller und das weinglas abgeräumt und mit einer käseplatte und limoncello ersetzt wurden hast du schon mal unseren berühmten zitronen likör probiert fragte christiano mit einem augenzwinkern nein sieht spannend aus antwortete kira sie nahm das kleine glas und nippte daran es schmeckte wie ein flüssiges bonbon nach zitronen drop sie hatte so etwas noch nie getrunken davon muss ich meiner schwester etwas mitbringen sagte kira sie wird es lieben du hast deine schwester fragte er ich auch aber lass mich raten deine schwester ist ebenso wunderschön wie du kira kira wurde knallrot bei so viel direktheit sie musste sich daran erinnern dem nicht zu viel bedeutung beizumessen wahrscheinlich war das normal in italien die frau im internet café hatte ja gesagt dass das alle italienischen männer immer die richtigen worte fanden vielleicht war man einfach lockerer hier in dieser hinsicht der kellner erschien und füllte kiras glas nach das geht aufs haus erklärte er mit einem zwinkern für unseren guten freund christiano er kloppte christiano auf die schulter und ging wieder du kennst den kellner fragte kira überrascht das hatte er bisher nicht erwähnt ich habe schon mal hier gearbeitet sagte er und wurde rot ist dir das peinlich fragte sie schockiert sie hatte bisher nicht den Eindruck gehabt er sei schüchtern ein bisschen meinte er ich möchte nicht dass du mich für knauserig hältst ach nein solche dinge stören mich nicht sie dachte an glenn und seinen fünf jahres plan männer mit geld beeindrucken mich nicht sie fing einen blick von christiano auf der ihr bewusst machte dass sie damit unterstellt hatte er habe sie irgendwie beeindrucken wollen zu ihrer Freude wies er das nicht zurück sondern flirtete mit den Augen weiter kira nahm einen weiteren schluck vom limoncello und kicherte sie bekam langsam einen schwips und das fühlte sich wunderbar an sie fühlte sich leicht und unbeschwert zum ersten mal seit shane sie verlassen hatte und verlor den überblick wie lange sie schon in dem restaurant saßen es war inzwischen komplett dunkel geworden und die kerzen auf ihrem tisch herunter gebrannt als kira sich umsah stellte sie fest dass alle anderen schon gegangen waren sie hatte nichts davon bemerkt es geschah nicht oft dass jemand ihre Aufmerksamkeit so sehr fesselte wie christianos tat zeit fürs bett sagte er kiras augen weiteten sich war das etwa ein Angebot oder hörte sie nur was sie überlegte fieberhaft wie sie antworten sollte du wirst den schlaf brauchen fügte christiano hinzu denn morgen haben wir viel vor ich will dir all die schönheiten zeigen die italien zu bieten hat kira kicherte als ihr bewusst wurde dass seine bemerkung durch die übersetzung irgendwie in falsches fahrwasser geraten war soll ich dich zum ozean hotel zurückbringen fragte er das wäre nett kira war etwas wackelig auf den beinen als sie aufstand der alkohol machte sich nun sehr deutlich bemerkbar sie gingen langsam den gewundenen straßen entlang und schlenderten gemütlich zurück zum hotel kira hatte das bedürfnis das ende hinaus zu zögern um möglichst viel zeit mit ihm zu verbringen sie fragte sich ob es ihm ebenso erging vielleicht schlenderte er aber auch immer so sie wollte nicht so viel da hinein interpretieren aber das flirten hatte sie sich doch nicht eingebildet oder und schließlich sollte sie ja Liebe und Romantik erforschen sie erreichten die Treppen des Hotels Christiano nahm Kiras Hand geleitete sie die letzten beiden Stufen hinauf beugte sich über ihre Hand und küsste sie kira musste sich zusammenreißen um sich ihm nicht an den Hals zu werfen gute Nacht sagte er charmant morgen wird ein wundervoller Tag kira zweifelte nicht daran sie tänzelte ins Hotel als ginge sie auf Wolken sie schwebte den Flur entlang zu ihrem Zimmer als die Tür hinter ihr zu fiel lehnte sie sich dagegen und schnappte nach Luft sie war hingerissen trunken vor Lust nach Christiano sie fragte sich ob er auch nur ansatzweise ebenso empfand vielleicht war sein Verhalten einfach nur Teil seiner Kultur sie hatte einiges über diese verführerischen Italiener gehört völlig überdreht mit der Aussicht auf den nächsten Tag machte Kira sich für die Nacht fertig sie hatte es sich gerade gemütlich gemacht und ein paar Sätze für den Anfang des Artikels formuliert als das wunderbare Gefühl wich und sich stattdessen Schuldgefühle in ihr breit machten sie hatte sich sehr schnell über Shane hinweg getröstet jedoch die Liebe ihres Lebens war sie hatte sein Gesicht in ihrem Kopf einfach durch Christianos ersetzt war diese Taktik wirklich das richtige um über Shane hinweg zu kommen so wie ihr alle geraten hatten oder ging sie offenen Auges auf die nächste Katastrophe zu Kapitel 12 am nächsten Morgen beeilte sich Kira mit Waschen und Anziehen sie konnte es kaum erwarten Christiano wieder zu sehen als sie hinunter in das Foyer des Hotels eilte stellte sie fest dass Christiano bereits auf sie wartete bei hellem Tageslicht sah er noch viel besser aus wieder war er makellos gekleidet eher wie ein Geschäftsmann als wie ein Reiseführer streng genommen hätte man nie vermutet dass das sein Job war anders als bei Shane der nie schick aussah selbst wenn er sich Mühe gab Kiras Herz machte ein paar Hüpfer als sie zu ihm hinunter ging sie hatte sich ein Sommerkleid angezogen und trug Sandalen das Haar hatte sie zu einem Knoten aufgesteckt das Wetter war fantastisch eine Jacke brauchte sie da nicht aber die Sonnenbrille hatte sie vorsichtshalber schon mal in ihr Haar gesteckt Christiano drehte sich zu ihr um als er ihre Schritte hörte sie sah mit freudiger Erregung dass er sie ausgiebig von Kopf bis Fuß musterte sie wollte nicht voreilig sein aber sie hatte durchaus den Eindruck dass ihm gefiel was er sah dein Kleid ist sehr schön sagte Christiano mit einem glitzern in den Augen Kira wurde rot ich mag deine glänzenden Schuhe sofort war ihr diese blöde Bemerkung peinlich aber Christiano lachte einfach nur auf seine typische herzliche Art Danke sagte er bist du bereit für unseren Ausflug Kira nickte in seiner Gegenwart war sie gleichzeitig aufgedreht und sprachlos da war etwas in seinem Blick als wolle er sie damit ausziehen es gefiel ihr zwar aber es alarmierte sie auch Christiano bot ihr seinen Arm an wie ein richtiger Gentleman sie hakte sich unter und genoss diese galante Geste er half ihr die Steinstufen hinunter die Blumen standen in voller Blüte um sie herum war alles lila und rosa positano hatte auf jeden Fall etwas sehr romantisches an sich es war niedlich mit all den kleinen Geschäften die in der schroffen Felswand gehauen waren und es hatte diese dramatische Aussicht über das Meer darunter ich möchte dich in ein Café führen sagte Christiano da sind sicher Leute die du interviewen kannst für deinen Artikel danke sagte Kira sie hatte beinahe vergessen dass sie hier zum arbeiten war nicht zum schwärmen dann fragte sie sicherheitshalber auch das ist kein Internet Café oder Christiano schaute sie etwas verwirrt an nein natürlich nicht Kira seufzte erleichtert ich wollte nur sicher gehen als Christiano sie durch die gewundenen Gassen führte wurde er oft von anderen Leuten gegrüßt an denen sie vorbeikamen Kira kam zu dem Schluss dass er ein sehr umgänglicher Mann sein musste zumindest schien er jeden in Positano zu kennen du bist wohl bei allen sehr beliebt spottete sie während sie einen steilen Weg hinunter schlenderten auf einen Platz zu der gefüllt war mit bunten Schirmen und Bistrotischen ich nehme mir die Zeit um Freundschaften zu schließen sagte er schulterzuckend ich mag Menschen ich höre mir gern ihre Geschichten an Kira lächelte in sich hinein Geschichten persönliche Erlebnisse das war der Grund wie sie zum Schreiben gekommen war es gefiel ihr dass sie das gemeinsam hatten Christiano führte sie zu dem Kaffee und deutete auf einen Tisch auf der Terrasse unter einem der Sonnenschirme ich bin mit dem Barista hier befreundet erklärte er vielleicht kriegen wir einen Kaffee umsonst ein Kellner kam zu ihnen und lächelte Christiano herzlich an sie sprachen kurz italienisch und Kira schnappte ihren Namen dabei auf der Kellner schaute sie kurz an und lächelte genau wie Christiano hatte er dieses leidenschaftliche Glitzern in den Augen sie fragte sich ob alle italienischen Männer wohl so Frauen ansahen der Kellner nahm ihre Hand und küsste sie es ist eine Freude dich kennenzulernen Kira ich bin Wanny bitte brich diesem Mann nicht das Herz warnte er sie so eine wunderschöne amerikanische Frau wie du wohl kaum sagte Kira aber insgeheim doch geschmeichelt Wanny verschwand in dem Kaffee und kam bald darauf mit drei Tassen Kaffee auf dem Tablett zurück in den Schaum hatte er wunderschöne Herzchen gemalt er setzte sich zu ihnen und schlug die Beine übereinander wodurch seine modische Hose gut zu Geltung kam ich vermute du möchtest mich interviewen sagte er das stimmt antwortete Kira und zog eilig Block und Stift sie hier war das wäre wirklich nett kannst du mir ein bisschen etwas über deine Erfahrung über die Liebe in Positano erzählen Wanny lächelte schelmisch es ist ein sehr romantischer Ort das erkennst du nicht wahr in der Tat stimmte Kira ihm zu hast du viele Erfahrungen mit der Liebe hier gemacht zahllose sagte er mit einem verträumten Grinsen es gibt so viele schöne Frauen in Italien so viel gutes Essen und guten Wein hier verstehen wir dass das Leben gelebt werden muss wir tanzen wir feiern wir lieben jeden Sommer verleben wir uns aufs Neue Kira schrieb alles mit was Wanny sagte was ist außerhalb des Sommers fragte sie bist du dann auch verliebt er zuckte mit den Schultern als wäre ihm die ganze Sache überhaupt nicht wichtig hängt davon ab manche Frauen hier wollen keine Beziehung die länger dauert außerdem kennen sie die Regeln sie verstehen wie das mit den italienischen Männern läuft Kiras Interesse war geweckt die Regeln fragte sie neugierig wie lauten die Wanny warf Christiano einen wissenden Blick zu und Kira bekam den Eindruck dass es zwischen den beiden ein unausgesprochenes Einverständnis gab etwas das alle italienischen Männer teilten sie runzelte ein wenig die Stirn das gab ihr doch zu denken die Frauen hier wissen dass sie die Männer nicht für sich allein haben erklärte Wanny das geht einfach nicht du meinst sie betrügen sie Kira war entsetzt denn sie erinnerte sich nur zu gut an den Schmerz den Zack ihr mit seinem Fremdgehen zugefügt hatte ist es Betrug wenn beide Seiten gar keine Treue erwarten fragte Wanny Kira wusste nicht was sie von dieser Aussage halten sollte sie erinnerte sich an die Frau in dem Internet Café und an das was diese ihr so leidenschaftlich erzählt hatte behaupteten italienische Männer sie seien verliebt auch wenn es sich nur um eine kurze Affäre handelte bei der sie vielleicht nicht einmal treu sein würden oder war das für alle okay profitierten die Frauen ebenso von dieser Regelung wie die Männer sie wurden verehrt genossen die kurze leidenschaft mit all der intensität aber ohne irgendwelche versprechungen sie war sich nicht sicher erzähl mir doch mehr darüber sagte sie das klingt so ganz anders als das was ich aus New York kenne wir verabreden uns auch mit verschiedenen Leuten aber wir sind ich bevor wir jemandem sagen dass wir sie lieben sie musste bei diesen worten an brin denken wobei ihr auffiel dass ihre schwester wie die meisten anderen menschen in New York auch dating genauso anging wie die suche nach einem neuen job ihre verabredungen waren eher bewerbungs gespräche und sie sortierte die kandidaten genauso wie bewerbungs unterlagen vanny wischte ihre bemerkung mit einer handbewegung beiseite ach was wir machen doch alle dasselbe wir akzeptieren eben dass die liebe nicht von dauer ist sie bleibt einen kurzen moment vielleicht für einen monat vielleicht nur für ein wochenende aber wieso sollte man so tun als sei das keine liebe wieso sollte man sich nicht kopfüber ins vergnügen stürzen kira dachte an ihre sehr kurze beziehung mit shane hatte er dieselbe einstellung wie christiane und sein freund das liebe nicht für immer sein musste vielleicht hatte sie ihre gesamte beziehung falsch verstanden dann musst du aber oft herzschmerz erleiden behauptete sie vanny zuckte mit den schultern das schien ihn ebenso wenig zu berühren wie das schnelle verlieben im leben geht es nun einmal um schmerz nicht wahr sagte er philosophisch ohne die tiefs würden sich die hochs nicht halb so gut anfühlen aber ohne die vielen hochs hättest du mehr beständigkeit und stabilität widersprach kira wer will denn stabilität der kellner lachte das ist doch langweilig vor allem wenn man jung ist unsere körper sind jung und schön willst du dich etwas schon mit und dich auf die mutterschaft vorbereiten natürlich willst du das nicht du möchtest diese wunderschöne hülle die gott dir gegeben hat nutzen und all die wunder erleben die es zu erleben gibt kira wurde unter der intensität seiner worte immer kleiner er war sehr leidenschaftlich und sie fragte sich ob all die frauen mit denen er sich verabredete im vorfeld schon seine Einstellung dazu kannten es gab sicher nichts einzuwenden gegen kulturelle Unterschiede was die Liebe anging solange alle wussten was Sache war aber was der Kellner hier geschildert hatte wurde in Amerika gemeinhin als Spieler bezeichnet Jemand der vorgab sich sehr für eine Frau zu interessieren um sie ins Bett zu kriegen Jemand der den Reiz der Jagd liebte und die Erregung durch alles Neue anstatt eine echte Verbindung aufzubauen und darin das Romantische zu erleben Jemand der den Reiz der Jagd liebte und die Erregung durch alles Neue anstatt eine echte Verbindung aufzubauen und darin das Romantische zu erleben sie räusperte sich ich verstehe was du sagen willst aber wozu brauchst du denn mehr als eine Frau gleichzeitig wenn du dich wirklich in diese Frauen verliebst wie du behauptest und mit ihr eine leidenschaftliche Affäre hast warum muss es dann mehr als eine sein bist du denn zufrieden mit deinem Liebhaber gab Wanny zurück reicht eine Person aus all deine Wünsche zu erfüllen all deine Bedürfnisse zu befriedigen ja antwortete Kira mit einem Blick von Shane im Kopf das glaube ich dir nicht meinte er wenn du mit einem Mann zusammen bist dann schaust du nicht nach anderen Männern du hattest nie das Gefühl dein Herz gehöre einem Mann aber da wäre noch Platz für einen anderen mit einem plötzlichen Schuldgefühl wurde Kira bewusst dass sie sich gerade in exakt dieser Lage befand sie war auch noch immer sehr verliebt in Shane allein die Tatsache dass sein Gesicht ständig vor ihrem geistigen Auge auftauchte war Beweis genug dafür aber sie hatte auch dennoch gestattet sich ganz und gar von Christiano einnehmen zu lassen vielleicht war sie die Naive hier vielleicht war doch etwas dran dass ein Liebhaber allein nicht ausreichte eine Person allein konnte nie alle Bedürfnisse befriedigen und wenn man diesen Gedanken erst einmal akzeptiert hatte dass es verschiedene Personen für verschiedene Bereiche geben könnte dann ergab auch ihre aktuelle Situation durchaus Sinn mit ihrer Sehnsucht nach Shane und dem Interesse an Christiano würdest du behaupten dass du die Frauen respektierst mit denen du zusammen bist fragte sie natürlich ich liebe sie ich kann ohne sie nicht leben aber du brauchst mehr als eine ja Kira versuchte das zu verstehen sie glaubte der Sache auf der Spur zu sein aber es klang irgendwie widersprüchlich immerhin bekam sie auf diese Weise sehr gutes Material sie hatte schon eine Idee wie sie das Interview in den Artikel einfügen würde wir müssen nun los sagte Christiano und schaute auf die Uhr müssen wir fragte Kira überrascht sie war ganz in dieser provokanten Diskussion aufgegangen ja wir reisen heute weiter nach Capri erklärte Christiano du musst noch deine Sachen aus dem Hotel holen sie standen auf und Kira dankte Vanny für den sehr guten Kaffee und seinen Beitrag zu ihrem Artikel er küsste sie zum Abschied auf beide Wangen und wandte sich dann leise an Christiano sie gingen durch die Stadt zurück Christiano übernahm wieder die Führung ganz der Gentleman was hat Vanny dir zugeflüstert als wir gingen fragte Kira ihn nichts antwortete er Kira war sich nicht sicher aber sie hatte den Eindruck er schäme sich ein wenig auf jeden Fall wich er ihr aus vielleicht hatte Vanny ja etwas über sie gesagt dass sie ein guter Fang sei der Gedanke ließ sie lächeln hast du schon einmal mit Vanny zusammen gearbeitet fragte sie während sie gemütlich durch die Gassen schlenderten ja vor vielen Sommern war das damals waren wir beide in Florenz das ist meine Heimatstadt ich war den Sommer über von der Uni nach Hause zurück gekehrt und Vanny war da weil er den Sommer über jobben wollte wir liefen uns einige Male über den Weg in den Jahren danach Leute die in der Tourismusbranche arbeiten tun das ständig du meinst durch das Land zu reisen und dabei zu arbeiten genau für junge Leute ist das eine gute Art zu leben jeden Sommer findet man eine andere schöne Stadt um Kaffee und Eis zu servieren man lernt auf diese Weise viele Menschen kennen und findet viele Liebschaften warf Kira ein Christiano grinste ja das auch Kira konnte durchaus erkennen dass dieses saisonale Konzept solche Affären begünstigte junge Leute die vom Studium ausspannen wollten und dabei ihr schönes Land kennenlernen jobben um etwas Geld zu verdienen das klang auf jeden Fall reizvoller als jede Semesterferien mit zahlreichen Praktika zu verbringen und sich da ausbeuten zu lassen so wie Kira und ihre Freunde es durchgemacht hatten was hast du studiert fragte sie als ihr bewusst wurde dass sie bisher nicht viel über ihn erfahren hatte und wo Universität von Bologna antwortete er hast du davon gehört es ist die älteste Uni in der gesamten westlichen Welt Kira musste zugeben dass sie noch nie davon gehört Ava mager um es vorsichtig zu formulieren ich habe Literatur und Linguistik studiert fuhr er fort im ernst Kira war überrascht ich hatte Journalismus im Hauptfach aber ich hatte jede Menge Literaturkurse auch europäische Literatur du wirkst überrascht dass wir etwas gemeinsam haben meinte Christiano mag sein antwortete sie ein wenig schuldbewusst bisher hatte sie Christiano als Adonis ohne viel Grips und netter Persönlichkeit betrachtet es war ihr nicht einmal in den Sinn gekommen dass er auch intelligent sein könnte ich habe dich nicht für einen Leser gehalten dann solltest du weniger voreilig urteilen antwortete Christiano mit einem verschmitzten blitzern in den Augen sie kamen am Hotel an und Kira ging auf ihr Zimmer um ihre Sachen zu packen dabei überdachte sie alles was sie heute erfahren hatte und wie sie es in ihren Artikel einbauen würde als sie alles eingepackt hatte ging sie hinunter wo sie Christiano im Foyer antraf er nahm ihren Koffer checkte für sie aus dann kehrten sie dem Hotel den Rücken und traten wieder ins warme Sonnenlicht bist du bereit für den romantischsten Ort von ganz Italien fragte Christiano Kira nickte sie fand es aufregend noch mehr von diesem schönen Land zu sehen ich hoffe du magst Boote fügte er hinzu wir nehmen ein Boot fragte Kira erstaunt wusstest du das nicht ärgerte er sie Capri ist eine Insel wieder errötete Kira angesichts ihrer Unwissenheit aber es war ihr klar dass Christiano sich zwar über sie lustig machte aber nicht im boshaften Sinne er hatte immer dieses glitzern in den Augen es schien ihm Spaß zu machen diesen neuen Ort zu zeigen du musst dich dafür bereit machen meinte er es ist ein magischer Ort ein Fantasieland bereit wie ich es nur immer sein kann antwortete sie Kapitel 13 warmer Wind fuhr durch Kiras Haar als sie an der Ablegestelle der Fähre stand Christiano hatte freundlicherweise ihren Koffer den ganzen Weg vom Hotel herunter getragen was erheblich dazu beitrug dass Kira sehr entspannt war unter ihnen glitzerte das Sonnenlicht auf den Wellen Kira fühlte sich wunderbar lebendig als sie über das blaue Wasser glitten hinüber nach Capri die Insel sah sehr klein aus und konnte allerhöchstens ein paar Meilen lang sein dachte Kira aber dann erhob sie sich geradezu dramatisch über die Bucht von Neapel es war ein atemberaubender Anblick für Kira sobald sie die Anlegestelle erreichten wollte Kira sofort lose eilen um sich alles anzuschauen Christiano half ihr von Bord immer der umsichtige Reisebegleiter und Kira blickte sich staunend um sah die goldenen Strände und die hübschen Häuser entlang der Küste der Anblick der weißen Häuser inmitten der Klippen angestrahlt von der hellen Sonne war einfach atemberaubend genau wie Positano machte Capri einen wundervollen ersten Eindruck auf Kira Auch hier gab es gewundene Wege die hinauf in die dramatische Landschaft führten Eine alte offene Limousine fuhr an ihnen vorbei und Kira fühlte sich an Hochzeiten erinnert Das sind hier die Taxis erklärte Christiano Sie dachte zunächst er mache einen Scherz aber er blieb vollkommen ernst dabei Die Leute kurven hier mit Limousinen herum fragte sie staunend nach Capri ist reich Viele der Reichen und Berühmten Er zuckte mit den Schultern Aber normale Leute wie du und ich fahren nicht in der Limousine Stattdessen nehmen wir die Seilbahn um nach oben zu gelangen Neugierig folgte Kira Christiano in ein schräges Gebäude mit einem Terminal Es sah aus wie eine Miniaturausgabe eines Bahnhofs inklusive Schienen und Bahnsteigen mit dem entscheidenden Unterschied dass alles an einen steilen Hang gebaut war Sie stellten sich in die Schlange der Leute die auf die nächste Bahn warteten Als Kira dann die Bahn den Berg hinunter gezockelt sah hätte sie beinahe ihr erstaunen laut kund getan Das war ein krasser Gegensatz zu den teuren Limousinen Die Seilbahn sah eher aus wie eine lange schräge Aluminium Box mit Fenstern Die schiefe Form hatte etwas gefährlich Die Bahn hielt an und die Passagiere stiegen aus Sobald alle raus waren gab das Personal den Weg frei damit die Wartenden einsteigen konnten Kira biss die Zähne zusammen Jetzt oder nie Christiano schien von ihrer Anspannung nicht das geringste mitzubekommen Er führte sie lässig zum oberen Abteil und stieg ein Kira schlüpfte auf den Plastiksitz neben ihm erleichtert dass es eine Stange zum Festhalten gab Sobald alle Wagen voll waren hörte Kira ein surrendes Geräusch das ihr signalisierte dass die Reise und der Horror begonnen hatten Langsam aber beständig erklomm die Bahn den Berg aber die Bewegung war für Kiras Geschmack dennoch viel zu schnell und ruckelig Ihr Magen war nicht einverstanden damit Sie hasste dieses Gefühl Die Sache wurde noch schlimmer durch die Tatsache dass sie rückwärts fuhren Plötzlich tauchte die Bahn in einen Tunnel ein Die Mauern rauschten an ihnen vorbei Dann waren sie schon wieder heraus Kira sah Häuser und Sträucher an denen sie vorbeischlichen Je höher sie kamen desto mehr konnte man vom Meer sehen und Kira schauderte vor Unbehagen Wieder tauchten sie in einen Tunnel ein Dieser war deutlich dunkler als der letzte Hier und da waren blasse Lichter an den Wänden sichtbar Die Bahn wieg zur Seite Eine andere kam von oben an ihnen vorbei Auch wenn dieser Punkt eindeutig dafür konstruiert war so versteifte Kira sich doch noch mehr Als sie aus dem Tunnel herausfuhren hatte sich die Landschaft verändert Hier standen keine Häuser Es gab nur noch grünes Buschwerk und weiße Blumen und natürlich in der Ferne das glänzende Meer Boote schaukelten auf den Wellen sahen winzig aus verschwanden beinahe aus dem Blick Ist alles in Ordnung fragte Christiano Du wirkst etwas verkrampft Kira fiel jetzt erst auf dass sie krampfhaft die Stange umklammerte Ihre Höhenangst wurde mit jedem Meter schlimmer Tut mir leid sagte sie mit zusammengepressten Zähnen Ich habe ein wenig Höhenangst Die Bahn machte einen Bogen und Kiras Magen meldete sich erneut zu Wort Sie versuchte nicht an die Höhe zu denken sondern sich auf den wunderschönen Blick auf die Kalkfelsen und das blaue Meer zu konzentrieren Endlich verlangsamte die Seilbahn das Tempo und Kira stellte erleichtert fest dass sie in einen Bahnhof auf der Spitze des Berges einfuhren Er sah genauso aus wie der unten schief und voller Menschen die einsteigen wollten Die Bahn kam ruckelnd zum Stehen und Kira sprang auf Sie konnte gar nicht schnell genug aus dem gefährlichen Ding herauskommen und wieder festen Boden unter den Füßen haben Das tut mir sehr leid sagte Cristiano als er sie aus dem Bahnhof führte Ich wusste nicht dass es dich ängstigen würde Eine Fahrt im Taxi wäre vielleicht doch besser gewesen Kira schüttelte den Kopf Sie wollte keine Extrawurst Früher oder später muss ich mich an die Höhe gewöhnen Die ganze Stadt liegt immerhin auf einem Berg nicht wahr Oben auf der Spitze führte Cristiano in ein Restaurant wo sie zum Mittag essen würden Es war ein kleines Gebäude aus Stein das an einer Klippe saß Kira war studierte aber ihr Unbehagen löste sich in Luft auf als sie sah was man hier anbot Der Kellner kam um ihre Bestellung aufzunehmen Darf ich vorschlagen dass wir die Platte für zwei Personen nehmen mit den saisonalen Köstlichkeiten fragte Cristiano über seine Karte hinweg Sie nickte und freute sich über die Gelegenheit Essen mit ihm zu teilen Es fühlte sich vertraut an ein nahe romantisch Dann bestellte Kira Spaghetti mit frischen Muscheln als Hauptgericht und Cristiano nahm den Thunfisch Während sie aßen konnte Kira über die Stadt blicken Sie bemerkte schnell dass Capri ein Ort von ausgesuchtem Geschmack war Die Architektur zum Teil klassisch zum Teil Art Nouveau dazu die bunten Häuser mit den Gärten voller Blumen die eleganten Frauen die das weiße Kopfstein Pflaster mit hohen Absätzen bewältigten und das scheinbar mühelos und schließlich der herrliche Geschmack des frischen Essens Komm sagte Cristiano als sie aufgegessen hatten Ich zeige dir die Stadt Wir können zum Nachtisch ein Eis essen Zunächst führte er sie zu einigen Töpfer Läden Kira erfreute sich an der wunderschönen italienischen Töpfer Kunst Schalen in Gelb und Blau Vasen mit feinen Blumen Mustern Kira gefiel einfach alles davon und sie wünschte sie könnte etwas davon mit nach Hause nehmen um den grauen New Yorker Herbst etwas aufzupeppen aber ihre Tasche war auch so schon schwer genug und so verlief sie die Läden allesamt mit leeren Händen als sie wieder an der hellen Sonne stand führte Cristiano sie zu einer Piazza sie gingen unter einer Turmuhr her dessen robuste Form einen Schatten über den Platz warf Kira schaute hinauf zu der hübschen Uhr die ebenfalls in den schönen Gelb und Blautönen bemalt war wie die Töpfer arbeiten die sie eben noch bewundert hatte statt der Zahlen waren römische Ziffern aufgemalt was Kira sehr gefiel die Zeiger waren aus schwarzem Metall und über der Uhr hingen zwei sehr alt aussehende Glocken mit Sprüngen an den Mauern rankten sich dunkle purpurne Blumen eine tolle Farbe die Kira an Hochzeiten denken ließ sie ging neben Christiano her und genoss die warme Sonne bis sie einen mittelalterlichen Platz erreichten die Piazetta hier gab es geschäftiges treiben und zahlreiche Touristen der Boden bestand aus Vulkangestein ringsum waren Wände aus Naturstein beschattet von den bunten Markisen der zahlreichen Cafés an allen Ecken Kira war hingerissen von der Schönheit des kleinen Ortes sie betraten eine kleine Eisdiele es ist toll hier sagte sie während Christiano ihnen ein Eis kaufte erreichte ihr eines und nickte zustimmend deshalb kommen so viele von uns her um hier zu heiraten sagte er für Hochzeiten und Flitterwochen ist es einfach ideal besser als sonst irgendwo auf der Welt ich sehe warum ich würde auch gern an einen solchen Ort heiraten wollen Christiano lachte auf eine gute Wahl das kannst du mir glauben Kira fragte sich was er damit wohl gemeint haben könnte es klang beinahe so als habe er selbst bereits diese Erfahrung gemacht oder war es ein Übersetzungsproblem vielleicht meinte er einfach dass Freunde oder Verwandte von ihm hier geheiratet hatten sie hoffte dass letzteres der Fall war sie war ein wenig schockiert wie sehr ihr der Gedanke missfiel dass er verheiratet sein könnte es war ihr nicht einmal in den Sinn gekommen danach zu fragen da er so offen mit ihr flirtete aber auch nachdem was Vanni ihr in Positano erzählt hatte konnte sie da nicht mehr so sicher sein offenbar würden sich einige italienische Männer auch durch eine feste Beziehung oder eine Ehe nicht davon abhalten lassen anderen Frauen nachzustellen kennst du jemanden der hier geheiratet hat fragte Kira und war sich nicht sicher ob sie die Antwort wirklich hören wollte je nachdem wie sie ausfiel allerdings mehr sagte danach es ging sie streng genommen auch gar nichts an wir sollten langsam mal im hotel einchecken sagte Cristiano bevor es dunkel wird sie gingen die schmalen straßen entlang zum hotel das an einem hang saß hinter bäumen verborgen es war klein eher wie ein bed and breakfast aber es sah wunderschön aus der grüne garten war voller blumen Cristiano hielt Kira die Tür auf sie ging hinein und wurde von einem beleibten Mann mit einem breiten grinsen begrüßt mr und mrs swanson fragte er cristiano blickte kira verwirrt an äh nein wir sind nicht verheiratet ich bin der reiseführer dies ist miss swanson kira und ich bin christiano ich arbeite für sie der besitzer wurde knallrot ich fürchte da hat es wohl ein missverständnis gegeben sagte er und schaute verlegen drein es tut mir sehr leid wir nahmen an sie seien verheiratet wir haben sie in ein doppelzimmer gebucht dann geben sie uns doch jetzt einfach zwei einzelzimmer meinte kira der man schaute noch verlegen drein ich fürchte das geht nicht wir sind ja nur ein sehr kleines hotel und es ist alles ausgebucht das ist das einzige zimmer das ich für sie habe ist schon okay sagte christiano er wandte sich an kira du nimmst das zimmer ich kann bei einem freund in der stadt unterkommen kira spürte einen winzigen stich bist du sicher fragte sie klar du brauchst deine ruhe um zu arbeiten da würde ich ja doch nur stören es tut mir wirklich sehr leid wiederholte der besitzer ist schon gut versicherte christiano wir haben ja eine lösung gefunden ist ja nichts passiert era war sich nicht sicher ob sie wirklich mit diesem arrangement einverstanden war sie war schon erstaunt wie schnell christiano mit dieser lösung aufwarten konnte die ihn von ihr weg führte während du es dir gemütlich machst werde ich meinen freund tomo anrufen sagte er es ist schon eine weile her dass wir uns zuletzt gesehen haben er wirkte erfreut seinen freund wiederzusehen was kira ihre eigene reaktion erst recht bereuen ließ sehen wir uns später noch fragte sie sie fühlte sich jetzt schon verlassen natürlich wir treffen uns zum essen er gab ihr eine visiten karte des restaurants wo sie essen würden mit einer Wegbeschreibung aber kira fühlte sich dennoch etwas vernachlässigt wegen dieses durcheinanders würde sie allein klarkommen müssen sie blickte christiano nach wie er in die helle sonne capris zurückkehrte und dann aus ihrem blick verschwand ich muss mich erneut für den fehler entschuldigen sagte der hotelier und nahm ihren koffer ist schon gut antwortete kira aber sie konnte die enttäuschung in ihrer Stimme hören der Fenster und sie konnte von hier die halbinsel von sorrent überblicken das zimmer selbst war schön und komfortabel eingerichtet und mit traditionellen fließen verkleidet sie zeigten florale muster wie sie sie auch bei den töpfern gesehen hatte findet es ihre zustimmung fragte der man offenbar noch immer zerknirscht wegen der verwechslung es ist sehr schön versicherte sie ihm wirklich er ließ sie allein und Kira öffnete ihre tasche um auszupacken waschsachen im bad kleidung in den schrank sie stellte den laptop auf den tisch dann machte sie sich ein wenig frisch für den abend sie wusch sich das gesicht lackierte sich die nägel und frisierte sich die haare neu dann wählte sie ein outfit für den abend sie blieb aber bei den sandalen denn sie glaubte noch nicht dass sie den bergen schon mit absetzen gewachsen war natürlich hätte sie lieber eleganter ausgesehen aber das war es nicht wert am ende mit einem verstauchten knöchel dazustehen schließlich legte sie noch make-up für den abend auf kräftigen roten lippenstift und dunkles smoky eis ein spritzer parfüm und eine schlichte goldene kette kompletierten ihre erscheinung als sie mit ihrem aussehen zufrieden war machte sie sich auf den weg um christiano zum essen zu treffen das restaurant das er ausgewählt hatte war wie inzwischen schon fast gewohnt an einen hang gebaut es war wunderschön und kira war sicher einen weiteren kulinarischen höhepunkt zu erleben als er sie sah stand christiano auf um sie zu begrüßen er küßte sie auf beiden wangen und kira spürte wie ein paar schmetterlinge in ihrem bauch aufflogen ganz der gentleman rückte er ihr einen stuhl zurecht wie geht es tomo fragte sie als sie saß sehr gut sagte er und setzte sich ihr gegenüber er hat sich gefreut mich zu sehen und es macht ihm auch nichts aus dass ich spontan bei ihm übernachte also kein Grund zur Sorge Sorge war das würde sie auf keinen Fall zugeben ira beobachtete christiano während er ihnen beiden wein einschenkte da war ein merkwürdiges gefühl ein druck auf der brust und es war mehr als nur enttäuschung dass er sich so schnell einen platz zum schlafen organisiert hatte es hatte auch mit dem früheren kommentar zu tun hier auf capri zu heiraten hatte er auf seine eigene hochzeit angespielt hatte er deshalb sofort das doppelzimmer abgelehnt weil er irgendwo eine gattin hatte die er bisher verschwiegen hatte während sie ihren weingenoss und dessen ermutigende wirkung wurde kira klar dass sie lieber die wahrheit wissen wollte als die ganze zeit darüber zu grübeln du hast mir gar nicht erzählt wessen hochzeit du hier besucht hast sagte sie und blickte ihn fest an ihr fiel sein amüsierter gesichtsausdruck auf ein leicht hochgezogener mundwinkel ich dachte du wolltest die antwort lieber nicht hören meinte er kiras herz sank mit der aussicht dass er ihre vermutung bestätigen könnte sie kaute auf ihre unterlippe unsicher ob sie das thema wieder fallen lassen sollte oder nicht aber eigentlich musste sie es wissen wenn ihr romeo schon eine julia hatte dann würde sie den flirt mit ihm sofort beenden sie würde sich nicht ebenso verhalten wie sag der ihr solchen schmerz bereitet hatte als er fremd ging allein dieser gedanke bereitete ihr unbehagen hatte sie etwa unwissentlich mit einem verheirateten mann geflirtet und sicher wollte sie auch nicht dass irgendwo eine mrs christiano saß und ebenso schlecht über sie dachte sie spielte mit der tischdecke und blickte zu boden es war nicht deine eigene hochzeit oder fragte sie leise da war ein moment des zögerns kira blickte auf gerade als christiano weg schaute sein schweigen sprach bände kira empfand es wie einen schlag in die magengrube panik kam in ihr auf schließlich nickte christiano er war sehr ernst mit trauriger monotoner stimme fragte er sie habe ich dich verärgert kira wut war nicht das erste was ihr in den sinn kam sie fühlte sich hinter gang spürte das beinahe körperlich es ging nicht darum dass zwischen ihnen ja gar nichts passiert war sein eingeständnis dass es eine ehefrau gab verletzte kira zutiefst nicht nur ihretwegen sondern auch um der frau willen schlagartig wurde ihr klar dass das ganze gerede von vanny über das fremd gehen und die regeln die jeder kannte nichts als ein haufen mist war wenn das alles so locker gesehen wurde warum hatte christiano die ehefrau dann bisher verschwiegen natürlich war ihm bewusst dass es ihren flirt zu einem abrupten ende führen würde ohne lange zu überlegen stand kira auf und warf ihre serviette auf den tisch du kannst jetzt nicht gehen sagte er was wird denn aus dem essen sie blickte auf ihn herab die arme vor der brust verschränkt äußerlich vollkommen unbeeindruckt ich habe meinen appetit verloren sie drehte sich um bereit weg zu gehen aber christiano sprang auf und hielt sie am arm fest geh nicht einfach so weg sagte er lass es mich wenigstens erklären sie musterte ihn kühl erkannte das flehen in seinem blick darauf wäre sie ohne wann ist ansprache sicher hereingefallen die Frau im Internet café hatte sie ja auch schon gewarnt sie zwang sich den drang zu widerstehen nachzugeben und ihm zuzuhören ich bezweifle dass du etwas sagen könntest was es besser macht sagte sie kalt dann entzog sie sich seinem griff und stürmte davon als sie in die dunkelheit eintauchte ließ sie ihren tränen freien lauf Kapitel 14 Gira fühlte sich wie ein Idiot als sie durch die Straßen eilte ihre Schminke verlief mit den Tränen auf ihrem Gesicht sie war eine dumme Kuh gewesen sich so aufzubrezeln für ein Essen mit einem verheirateten Mann er hatte nie die andere Frau sein wollen aber Cristiano hatte sie in die Falle gelockt er war genau wie Vanny genau wie der Mann im Internet Café wie hatte sie nur so blind sein können und das nicht zu merken während sie durch die Straßen lief konnte sie nicht umhin Bryn und Nina Vorwürfe zu machen ebenso wie Shelby und Maxine alle hatten ihr geraten über die Trennung mit einer neuen Affäre hinweg zu kommen nicht eine hatte gewarnt es besser langsam anzugehen dich auf den Job zu konzentrieren anstatt auf eine italienische Romanze ihr Zorn richtete sich aber auch gegen sie selbst sie muss in Zukunft selbstbewusster sein das eigene Hirn benutzen und ihren eigenen Instinkten vertrauen und sich nicht von den Ansichten anderer Leute so sehr beeinflussen lassen sie gelangte an die Turmohr darin konnte sie sich orientieren um diese Zeit waren hier längst nicht mehr so viele Leute aber es war immer noch belebt Kira senkte den Kopf sie wollte nicht dass irgendjemand ihr tränen verschmiertes Gesicht sah gerade als sie den Platz überqueren wollte hörte sie hinter sich jemand ihren Namen rufen Christianos trellernde Stimme klang noch immer wie Musik in ihren Ohren wie enttäuschend dass ein Mann mit der Stimme eines Engels sich als Teufel entpuppte sie beeilte sich denn sie wollte jetzt nicht mit ihm reden ihre Wangen stürzt hatte er rief weiter ihren Namen sodass einige Touristen an denen sie vorbeikamen die Köpfe nach ihnen umdrehten Kira du verstehst nicht rief er bleib doch mal stehen da sie die Blicke auf sich spürte bog sie in den Schatten der Turmuhr ab sie wollte eine Szene vermeiden sie wollte ihm leise zu verstehen geben dass er aufhören sollte so viel Aufmerksamkeit auf sie zu lenken als sie die Schatten erreicht hatte presste sie ihre Schulter gegen die glatte kalte Seite des Turms und wischte sich die Tränen vom Gesicht dann hatte Christiano zu ihr aufgeschlossen schrei doch nicht so zischte sie und verschränkte die Arme vor der Brust du machst es nur noch peinlicher für mich warum sollte es dir peinlich sein fragte er eindringlich fragst wäre es mir vielleicht nicht peinlich aber da wo ich herkomme ist es eben peinlich wenn das Date sich als verheiratet herausstellt Kira war sich wegen der Schatten nicht ganz sicher aber sie hatte den Eindruck dass Christiano lächelte der Anblick machte sie wütend wie konnte er sich darüber amüsieren sie so in Verlegenheit gebracht zu haben ich wusste nicht dass wir ein Date hatten scherzte Christiano Kira runzelte die Stirn sie hatte die Nase gestrichen voll kann ich jetzt bitte zu meinem Hotel zurückkehren ohne dass du die halbe Piazza zusammenscheißt verlangte sie aber zu ihrer Bestürzung fing Christiano an zu lachen das ist nicht lustig zischte sie vielleicht erkennst du den Humor darin wenn du die Pointe hörst sagte er noch immer lächelnd das bezweifle ich ganz ernsthaft antwortete sie knapp Christiano hielt sie an den Armen fest und schaute ihr tief in die Augen Kira ich war verheiratet aber jetzt nicht mehr die Pointe ist wir sind geschieden damit hatte Kira nun wirklich nicht gerechnet das Wort erwischte sie vollkommen unerwartet sie blickte ihn misstrauisch an du bist geschieden aber du bist doch noch so jung ich bin 28 antwortete Christiano und unsere Beziehung hielt alles in allem gerade einmal ein Jahr es war eine sehr stürmische Romanze aber ich dachte sie sei die eine und es machte überhaupt keinen Sinn noch zu warten Kira dachte an Shane an ihre eigene stürmische Romanze wenn er ihr einen Antrag gemacht hätte wäre sie darauf eingegangen überwältigt von den Gefühlen des Augenblicks es schien was ist geschehen fragte sie noch immer konsterniert gedanklich noch bei Shane hast du es dir dann doch einfach mal so anders überlegt sie konnte nicht verhindern dass ihre eigene Situation das Gespräch beeinflusste ehrlich gesagt nein sagte Christiano sie war es die ihre Meinung änderte seine Stimme wurde leiser sie hat mich betrogen was Kira war baff sie musste sich gegen die Mauer des Turms lehnen so sehr überraschte sie das das war geradezu schockierend damit hatte sie nicht gerechnet aber ich dachte nur die italienischen männer gehen fremd und deshalb soll man eben nichts auf stereotype geben meinte er ernst nur weil Wanny sagt italienische männer gehen fremd heißt das nicht automatisch dass alle es tun und ganz sicher heißt es auch nicht dass Frauen es niemals tun Ira senkte beschämt den Blick war es unfair gewesen gleich solche Schlüsse zu ziehen Christiano in eine Schublade zu packen nur weil jemand dummes Zeug geredet hatte sie sie kaute verlegen auf ihrer Unterlippe sie hatte Wannis Worte einfach für bare Münze genommen aber warum hatte Christiano ihm denn nicht widersprochen sondern zugelassen dass sie ihm glaubte wie lange ist das her fragte sie sie fühlte sich klein als hätte sie jemand ordentlich zurecht gestutzt die Scheidung meine ich die Scheidung wurde Anfang des Jahres rechts gültig sagte Christiano Kira konnte seiner Stimme hören wir wollten ein Haus in Verona kaufen ihre Heimatstadt stattdessen fand ich mich wieder in Florenz bei meiner Familie ich war ein Erwachsener am Beginn eines eigenen Lebens mit meiner Frau und im nächsten Moment bin ich wieder der kleine Junge unter dem Dach meiner Eltern und zu allem Überfluss war die Scheidung zugleich mit der Hochzeit meiner kleinen Schwester wie furchtbar murmelte Kira aber auch wenn es unangenehm war Christiano so traurig zu sehen so war Kira dennoch auch sehr erleichtert ohne Ehefrau sah die Sache mit ihnen doch schon wieder ganz anders aus allerdings machten Christianos nächste Worte diese vage Hoffnung sofort wieder zunichte nach meiner Scheidung wollten viele meiner Freunde Männer und Frauen gleichermaßen dass ich der Liebe abgeschworen die Scheidung hat mir das Herz gebrochen seither gehe ich keine Beziehungen mehr ein egal was man dir eingeredet hat ich verbringe meine Zeit nur noch mit Frauen die auch als Ehefrau in Frage kämen und da ich nie wieder heiraten werde habe ich nicht die Absicht jemals wieder eine Beziehung zu haben diese Aussage traf Kira mitten ins Herz das beendete alle Hoffnungen die sie vielleicht in dieser Hinsicht gehegt hatte nur ein wenig flirten beim essen ein wenig kichern nachdem sie zu viel Wein getrunken hatten sie verschränkte die Arme abwehrend vor der Brust nicht länger verletzt wegen der Ehefrau sondern weil er der Liebe abgeschworen hatte dann überlegte sie ob das nicht vielleicht besser so war sie hatte schließlich dasselbe getan ihr Herz schmerzte noch immer nach der Sache mit Shane sie hatte nie etwas anderes im Sinn gehabt als sich mit Christiano ein wenig zu vergnügen und das tat sie ja immerhin wirklich tut mir leid dass ich überreagiert habe sagte sie ich hätte dir die Chance geben müssen es zu erklären schon gut meinte er und grinste verschmitzt etwas Eifersucht ist ein gutes Zeichen Kira entspannte sich unserem Essen gehen fragte Christiano Kira war überrascht ich glaube nicht dass wir da noch willkommen sind wir haben drei Gänge bestellt und sind dann weggelaufen ich habe mit ihnen geredet und sie gebeten uns ein wenig Zeit zu geben meinte er Kira klappte der Unterkiefer herunter du warst so sicher dass du mich überzeugen würdest schimpfte sie lachend Christiano zuckte mit den Schultern einen Arm an und sie hakte sich lachend unter da die Sache nun bereinigt war kehrte auch die Leichtigkeit zurück mit der sie bisher miteinander umgegangen waren sie kehrten zurück in das Restaurant an denselben Tisch und der Kellner brachte Teller mit Essen und Gläser mit Wein nur Kira wurde rot in Christiano schien der peinliche Zwischenfall komplett abzuprallen sie ließen sich die Linguine in Weißweinsauce schmecken ebenso das Risotto mit Meeresfrüchten und jede Menge Wein zum Abschluss gab es drei Kugeln Eis als das Geschirr abgeräumt wurde wünschte Kira sich der Abend möge noch nicht enden sie hatte eine komplette Wende vollzogen anstatt zurückhaltend und misstrauisch ihm gegenüber zu sein wollte sie sich jetzt gar nicht mehr von Christiano trennen es war wundervoll Zeit und genau das wollten sie beide schließlich allerdings musste Kira immer wieder an die Verwechslung im Hotel denken hätte es das nicht gegeben würden sie gemeinsam dahin zurückkehren wie anders wäre der Abend wohl verlaufen wenn sie mit einem Glas Wein auf der kleinen Terrasse dort gesessen hätten wenn er nicht so eilig ein anderes Arrangement getroffen hätte hätte sie dann versucht ihn rumzukriegen vor dem Restaurant kiste Christiano sie zum Abschied auf beide Wangen bis morgen sagte er lächelnd Kira sah ihm nach bis er in der mondklaren nacht verschwunden war sobald er weg war sehnte sie sich schon nach ihm sie kehrte in das Hotel zurück in ihrem gemütlichen romantischen Zimmer kam es ihr erst recht so vor als sei es ideal für zwei Personen eigentlich war es doch unfair dass ihr Herz zwischen zwei Männern schwankte und sie dennoch allein schlief sie warf einen Blick auf ihr Handy ihre Mutter hatte eine Nachricht geschickt sie möge sich doch mal melden um sicher zu gehen dass sie nicht entführt worden war eine zweite Nachricht war von Bryn die wissen wollte ob sie sich ihren italienischen Hengst geschnappt hatte und eine dritte Nachricht war von Nina die von Kira ganz von Enttäuschung musste Kira einsehen dass Shane sich nicht gemeldet hatte trotz der versicherung dass sie doch Freunde bleiben könnten hatte er sie offenbar komplett aus seinen Gedanken verbannt bedeutete das sie hatte recht dies ebenfalls zu tun sie guckte ja ohnehin schon einen anderen Mann an in der Hoffnung er möge ihr über den Trennungsschmerz hin weghelfen aber vielleicht sollte sie besser aufhören Christiano nur im Zusammenhang mit Shane zu betrachten vielleicht war es mehr als nur ein Trost die Anziehung zwischen ihnen war sehr stark und sie ging davon aus dass das auch der Fall wäre wenn ihr Herz nicht gerade erst gebrochen worden wäre während sie sich für das Bett fertig machte dachte sie immer wieder darüber nach soweit sie wusste sollte man bei einer Trost Affäre jemanden finden der genau wie der alte Lover war eine Art Kopie um die entstandene Leere zu füllen aber Shane und Christiano konnte man kaum miteinander vergleichen sie waren beide großartig aber viel zu unterschiedlich um einen Vergleich zu ziehen sie brachten beide vollkommen andere Aspekte in Kiras Leben boten ihr etwas völlig anderes und sie konnte ganz unterschiedliche Dinge von beiden lernen daher sollte sie vielleicht besser akzeptieren dass ihre Gefühle für Christiano mehr waren als kalkulierte Rache sie waren real einzigartig und vollkommen legitim sie holte ihren Laptop aus der Tasche und setzte sich damit an den Tisch um zu arbeiten ich bin verliebt sobald ich Capri in der Bucht von Neapel entdecke gleich einer Erscheinung der Legende nach war es hier wo Odysseus dem Ruf der Sirenen widerstand wie er schaffte der Verführung Capris zu widerstehen ist mir ein Rätsel denn ich bin diesem mediterranen Paradies sofort verfallen ich bin auch mehr geneigt dem Kaiser Tiberius zu folgen wer war es nämlich der aus diesen schroffen Kalkstein Felsen dem türkisen Wasser und den endlosen Glycinen einen anschweifenden Hafen der Dekadenz und Genusssucht gemacht hat schnell lerne ich dass die Verführung im Duft der Zitronen liegt in den rosa Wolken beim Sonnenuntergang und im Glitzern des Mondes und der Sterne auf dem dunklen Ozean hier auf den Felsen Capris stehend habe ich eine romantische Offenbarung wenn ich jemals heirate dann möchte ich es nur hier tun mit der verführerischen Aussicht über das Meer und den sinnlichen Düften die in der Luft liegen ist es beinahe unausweichlich dass man sich in Italien verliebt Kapitel 15 Am nächsten Tag erwachte Kira mit neu gewonnenem Schwung der Streit mit Christiano gestern war anstrengend gewesen aber auch reinigend ihre heftige Reaktion auf die Neuigkeit dass er verheiratet war hatte ihr einiges klar gemacht sie fand ihn anziehend und zwar mehr als nur einen Flirt sie hatte das in ihrem Artikel praktisch zugegeben während sie duschte fragte sie sich was der neue Tag mit Christiano wohl bringen würde sie würden einen weiteren Tag in Capri verbringen und sie hoffte dass sich dabei etwas zwischen ihnen entwickelte als sie sich anzog fielen die Strahlen der Morgensonne durch die Vorhänge in ihr Zimmer es sah aus als würde der Tag wieder sengend heiß werden daher zog sie Shorts an und ein ärmelloses Shirt so freizügig hatte sie sich auf dieser Reise bisher nicht gekleidet sie verließ ihr Zimmer und hüpfte die Treppe hinunter neugierig wie Christiano wohl auf ihr Outfit reagieren würde sie fand ihn draußen im Schatten an den Stamm eines Zitronenbaums gelehnt wie immer sah er aus wie ein Supermodel sie spürte ein Augen weiteten sich als er sie sah sie lächelte in sich hinein zufrieden dass sie eine solche Wirkung auf ihn hatte du siehst heute göttlich aus Kira sagte er nahm ihre Hände und küsste sie auf beide Wangen Kira war sich nicht ganz sicher aber sie hatte schon den Eindruck als verweilten seine Lippen etwas länger auf ihren Wangen als sonst bei diesen Küssen du auch antwortete sie es wurde Holder der Himmel flimmerte vor Hitze zuerst gingen sie an der Küstenstraße entlang und wo man einen wundervollen Ausblick über das Meer hatte alle paar Schritte musste Kira stehen bleiben weil sie ein paar Dinge für ihren Artikel notieren wollte der Anblick war einfach zu inspirierend Cristiano führte sie zu einem weiteren zentralen Platz wo jede Designermarke einen Laden zu haben schien Versace Gucci Prada Armani sie machte Fotos von den Geschäften und schickte sie Brin weil sie wusste dass es ihre Schwester mit Neid erfüllen würde dann fiel ihr Blick auf ein Paar das in der Sonne saß und Sandalen herstellte sie blickte Cristiano neugierig an was machen die fragte sie neugierig stellen die wirklich Sandalen her gleich hier vor Ort ja bestätigte er hand Qualität ein Paar hält ein ganzes Leben lang er geleitete sie hinüber zu dem Geschäft wo sie von dem Mann und der Frau davor begrüßt wurden wollen sie kaufen oder nur gucken fragte der Mann Kira war schon sehr angetan von dem schönen einzigartigen Design aber 400 Dollar überstiegen ihr Budget doch ganz erheblich ich bin von der Herstellung fasziniert sagte Kira darf ich etwas zuschauen aber gern antwortete der Mann er setzte sich zurück in die Sonne und nahm die Arbeit wieder auf die Handwerkskunst die in diese Sandalen einfloss war bewundernswert Kira hatte noch nie so geschickte Hände gesehen wie konnte man aus einem gewöhnlichen Stück Leder nur so etwas Unglaubliches machen sie blickte auf die Regale mit den fertigen Stücken jedes einzigartig und handgefertigt In diesem Moment erhielt sie eine Nachricht von Bryn als Antwort auf das Bild mit den Designer Läden Bring mir etwas mit irgendetwas alles Kira lachte Bryn würde wahrscheinlich eine Ader platzen wenn Kira mit leeren Händen von Capri heimkehrte aber sie hatte nicht genug Geld zur Verfügung es sei denn sie schrieb schnell zurück froh dass sie sich daran erinnert hatte dass ihr Bankkonto mit der App auf ihrem Handy verbunden war sie hatte also Geld überweise mir bitte Geld aufs Konto ich zahle es dir zurück sobald sag endlich meinen Anteil der Kaution zurückzahlt es es war es war durchaus bewusst dass sie mit ihrem Geld ziemlich großzügig umging alles was sie jetzt ausgab fehlte später bei der Wohnungssuche außerdem hatte Säck ihren Anteil als Geisel genommen und sie gab damit etwas aus was sie noch gar nicht hatte darüber hinaus konnte sie auch schnell ganz ohne Job dastehen wenn die Lage im Verlag noch schlimmer wurde aber man musste lebensfroh sein immer nur vernünftig gehandelt zu haben nein sie würde sich freuen dass sie sich ein paar tolle italienische handgefertigte Sandalen gekauft hatte ich habe meine Meinung geändert sagte sie zu dem Mann ich möchte ein paar kaufen Christiano schien sich darüber sehr zu freuen Kira fragte sich was er wohl von ihrem Modegeschmack hielt im Vergleich zu ihm wirkte sie geradezu schäbig jedenfalls nicht glamourös mit den authentischen Capri Sandalen würde sie sich wenigstens ein bisschen den ganzen Models hier angleichen Christiano eingeschlossen sie wusste dass sie und Brin die gleiche Schuhgröße hatten daher würde sie auch für ihre Schwester ein paar anfertigen lassen können Brin würde begeistert sein wenn Kira ihr die mitbrachte der Mann nahm an ihren Füßen Maß dann wählten sie gemeinsam Farbe Leder und Stil aus Kira hätte den Rest des Tages damit zubringen können ihre Sandalen zu entwerfen aber sie entschied sich für ein Design das bereits ausgestellt war und der Mann machte sich daran zwei Paar herzustellen sie schaute ganz verzückt zu als unter seinen Händen ihre neuen Sandalen entstanden als Sie saßen perfekt und waren bequemer als alles was sie jemals an den Füßen getragen hatte ganz abgesehen davon sahen sie auch noch fantastisch aus sie war hingerissen und bedankte sich bei dem Mann mit einer Umarmung Brins Paar verstaute sie sorgfältig in ihrer Tasche und freute sich schon darauf sie ihrer Schwester zu geben Christiano pfiff anerkennend als sie ihm ihren neuen Sandalen präsentierte du siehst sehr schick aus sagte er danke antwortete sie und errötete ein wenig wohin gehen wir als nächstes ich denke du hattest genug Shopping Therapie für heute witzelte er als nächstes zeige ich dir etwas das abseits der ausgetretenen Touristen Pfäde liegt als erstes besichtigen wir Zertosa di San Giacomo das ist ein ehemaliges Katoiser Kloster mit wunderschönen Gärten wie aufregend sagte Kira sie wollte die Kultur des Ortes ebenso erleben wie das Essen und die Aussicht sie machten sich wieder auf den Weg Kira fühlte sich mit ihren neuen Sandalen wie eine Königin erst recht mit jemandem wie Christiano an ihrer Seite sie konnte nicht aufhören zu grinsen als sie Zertosa di San Giacomo erreichten fiel Kira die Kinnlade runter sie hatte noch nie ein so pompöses dekadentes Gebäude gesehen das graue Gemäuer tarnte sich ziemlich gut in den umliegenden Bergen umrangt von Laub wie ein Teil der Natur in der Ferne glitzerte der Ozean sagtest du nicht etwas von einem Kloster rief Kira atemlos es sieht er aus wie ein Luxus Spa ehemaliges Kloster verbesserte sich Christiano Kira schnupperte die Blumen waren in voller Blüte und das Aroma war bezaubernd sie drehte sich zu Christiano um und grinste breit und du hattest recht keine Touristen wieso kommt denn niemand hierher sie sind zu sehr mit Shopping beschäftigt antwortete er kichernd wir müssen weiter die Gärten des Augustus sind noch schöner Kira schüttelte den Kopf ich glaube dir kein Wort nichts kann schöner sein als das hier warte es nur ab meinte er seine Augen glitzerten vor Aufregung Kira bedauerte nicht mehr Zeit in den Gärten des Klosters verbringen zu können in der Stille der Anlage hätte sie gut und gern den ganzen Tag verbringen und sich an den Düften erfreuen können aber es gab noch sehr viel mehr zu entdecken sie gingen weiter die Straßen waren steile verschlungene Wege ist das in Ordnung wenn wir alles zu Fuß machen fragte Christiano ich ich nahm an das wäre dir lieber als mit dem Bus in dem Moment kam einer der Touristen Busse um die enge Kurve selbst aus der Ferne wurde ihr bei dem Anblick übel gute Entscheidung sagte sie ich glaube mit dem Bus hier herauf zu kommen hätte mir ein Trauma verpasst Christiano lachte und sie stiegen weiter die Felsen hinauf nach langem Klettern erreichten sie endlich die voller Statuen und leuchtenden Blumen auch hier waren nur wenige Touristen so dass Kira sich dem Trubel von Capri ganz entrückt fühlte die Aussicht ist fantastisch sagte sie Christiano deutete auf eine Felsformation im Ozean die Faraglioni sagte er Kira war hingerissen von den Wundern der Natur als nächstes stand San Michele auf Christianos Liste der weniger bekannte Flecken Capris eine Kirche aus dem 18. Jahrhundert auf dem Weg dorthin kamen sie an Weinbergen und Zitronenhain vorbei wo Salamander in der Sonne schliefen sie bewunderte außerdem den Anblick der Leuchttürme an der Küste mit jedem Schritt verliebte Kira sich mehr und mehr in Capri Christiano holte aus seinem Rucksack einen Pullover den solltest du dir über die Schultern legen von außen sah San Michele aus wie eine kleine Kirche hübsch aber nicht sonderlich bemerkenswert aber dann trat Kira ein der gesamte Fußboden bestand aus hunderten von bunten Fliesen die eine Szene aus dem Garten Eden darstellten Kira schnappte nach Luft das ist fantastisch hier sagte Christiano und führte sie zu einer schmalen Treppe von oben ist der Anblick noch viel besser sie stiegen gemeinsam die wackeligen Treppen hinauf Kira blickte auf dieses Wunderwerk herunter und fragte sich wie viel Mühe die Herstellung dieses Kunstwerks wohl gekostet hatte danke dass du mir das gezeigt hast sagte sie zu Christiano ohne Reiseführer hätte ich dieses Kunstwerk nie entdeckt er lächelte gern geschehen aber ich fürchte wir müssen nun wieder runter in die überfüllte Stadt denn wir müssen die Docks nehmen Kira verspannte sich sofort bei diesen Worten können wir nicht hier bleiben fragte sie es ist so friedlich hier so sie verstummte sie hätte romantisch sagen wollen Christiano schüttelte den Kopf du musst mir vertrauen Kira es wird sich lohnen die schlimmste Tageshitze war schon vorbei als sie den Berg wieder hinunter stiegen was es etwas angenehmer machte selbst die Fahrt mit der Seilbahn war beim zweiten Mal nicht mehr so schlimm als sie an die Küste kamen führte Christiano Kira zu den Docks man hat Capri nicht richtig gesehen wenn man es nicht auch vom Wasser aus gesehen hat erklärte er und und deutete auf eine kleine Gondel damit fragte Kira zögernd aber dies winzig was sie eigentlich meinte war dass die Gondel so klein war dass sie sich unweigerlich berühren würden wenn sie darin saßen sie fragte sich ob das Christianos Absicht war um der Sache zwischen ihnen etwas mehr Schwung zu geben er kicherte es ist die beste Art zu reisen du willst dich doch er deutete auf eine Horde Touristen die alle auf die kleinen Ausflugsboote strömten auf diese Weise können wir selbst das Tempo bestimmen und wir müssen ihrem Gerede nicht zuhören dagegen gab es nichts einzuwenden na gut aber du versprichst dass es sicher ist aber natürlich ist es sicher er bedeutete ihr einzusteigen Kira tat das und das Boot wackelte hin und her sie setzte sich schnell hin damit sie nicht hinaus kippte christiano lachte dir fehlt die eleganz spottete er und schlüpfte lässig neben sie also auf den tourbooten wird den Leuten erzählt diese villa gehört donatella versace jene gehört jennifer lopez nichts davon ist wahr sie denken es sich nur aus kira lachte skandalös sie war sich ihres schenkel sehr bewusst der gegen seinen drückte sie setzte sich ein wenig anders und räusperte sich verlegen wohin fahren wir zur blauen grotte erklärte christiano da ist es wunderschön hier ist alles wunderschön meinte kira ich habe das gefühl ich lebe mitten in einem gemälde oder in einem traum christiano lächelte die gondel setzte sich in bewegung und vergrößerte den abstand zu den touristen boten das echo ihrer lauten stimmen still bis auf das plätschern der wellen sie fuhren an der küste entlang in höhlen hinein die voll mit korallen und stalaktiten waren unter steinernen bögen hindurch die das meer in den kalkstein gegraben hatte schließlich kamen sie an der blauen grotte an kira betrachtete die schmale ein fahrt sie war höchstens zwei meter breit und einen meter hoch um hinein zu gelangen würden sie sich ducken müssen was bedeutete sie musste sich an christiano lehnen sie schaute ihn nervös an er war schon darauf vorbereitet er lächelte und öffnete die arme kira hob fragend eine augenbraue im ernst meinte sie finster es geht nicht anders sagte er oder du wirst dir den kopf am felsen stoßen ohne eine andere wahl lehnte sich kira zurück kira war so verblüfft von dem was sie darin sah dass sie vergaß sich sofort wieder aus seinen armen zu lösen das wasser in der grotte leuchtete blau es sah aus wie aus einer anderen welt wie geht das fragte sie atemlos sie hatte das Gefühl in eine andere dimension eingetreten zu sein es ist ein wunder der natur sagte christiano nahe an ihrem ohr das licht wird auf natürliche weise gefiltert und schafft diesen anderweltlichen effekt vollkommen hingerissen von dem anblick richtete kira sich schließlich auf und drehte sich zu christiano um in diesem licht sah er noch viel besser aus als sowieso schon mit seinem aussehen sollte er nicht mit ihr hier draußen sein sondern auf dem cover eines modemagazins aber zu ihrem größten erstaunen war er hier und schaute sie hingerissen an kira verspürte den starken drang ihn zu küssen es war die natürlichste sache der welt aber etwas hielt sie dennoch zurück etwas anderes als seine ziemlich einschüchternde schönheit kira wandte sich ab und blickte hinaus auf das leuchtende wasser enttäuscht stellte sie fest dass der magische moment vorüber war trotz des unglaublich schönen tages den sie gemeinsam verbracht hatten war sie am ende doch ein feigling sie verließen die grotte durch den schmalen eingang und sie lehnte sich wieder gegen christian aber dieses mal fehlte das kribbeln sie konnte nicht verstehen was anders war aber es ließ sie irgendwie kalt kapitel 16 als sie wieder am dock ankamen wurde es bereits abend zeit zum essen meinte christiano sie nickte stumm denn sie grübelte immer noch über den moment in der grotte nach als sie mit der seilbahn nach oben fuhren nahm sie das kaum wahr weil sie so in gedanken versunken war das restaurant das christiano dieses mal ausgesucht hatte war großartig und lag in einem zitronenhain die tische waren umgeben von zitronenbäumen und die luft war geschwängert von deren aroma kira studierte stumm die karte und wählte dann ein risotto mit frischen miesmuscheln christiano wählte ein kalbsgericht mit spinat und mozzarella natürlich tranken sie wein dazu ist alles in ordnung kira fragte christiano beim essen du bist sehr still sind wir zu viel gewandert wir haben praktisch die ganze insel erlaufen das ist es nicht antwortete sie ich gehe sehr gern und die insel ist fantastisch ich wollte ja alles sehen wir bleiben ja nur noch eine nacht christiano legte den kopf schief und schaute sie an was bedrückt dich dann kira schob ihr essen mit der gabel hin und her sie war selber nicht ganz sicher woran es lag aber es hatte schritt zu machen und sie hatte sie verstreichen lassen sie vermutete es hatte mit shane und zack zu tun mit der schnellen abfolge von trennungen die sie erlebt hatte sie hatte versucht sich zu schützen um nicht noch mehr schmerz zu erleiden und in der folge hatte sie diesen perfekten moment einfach verstreichen lassen sie war feige gewesen sie würde es kein zweites mal sein bevor ich mit fühlend an es tut mir leid das zu hören kira schmerzt es immer noch sie nickte ich denke schon unsere beziehung war etwas das ich nie zuvor erlebt hatte ich dachte ich hätte endlich die wahre liebe gefunden alles davor schien nur ein spiel gewesen zu sein christiano nickte energisch ich verstehe genauso erging es mir mit maria deiner frau meiner ex frau ja kira nickte und schaute auf ihr essen herab die sache ist nur so dass ich nur kurze zeit vor der trennung von shane in einer zweijährigen beziehung gewesen war ihm hatte meine karriere planung nicht gefallen und er ging fremd davon habe ich mich nie richtig erholt weil dann schon shane da war irgendwie scheint mir das schicksal eine grausame lektion erteilen zu wollen immer wenn eine beziehung endet steht schon die nächste eine bessere vor der tür es ist ungesund sich so zu verhalten oder nicht christiano lächelte fragst du mich um erlaubnis ob du shane hinter dir lassen kannst wegen mir kira presste die lippen zusammen christianos ehrlichkeit und offenheit bereitete ihr unbehagen aber sie schob das gefühl beiseite denn in seiner ruhigen unaufdringlichen art hatte er etwas entscheidendes gesagt erlaubnis wartete sie auf ein zeichen eine art genehmigung dass sie mit ihrem leben einfach weitermachen durfte sie hatte versucht sich nicht in shane zu verleben sie hatte sich an die vergangenheit geklammert hatte sich wie ein feigling benommen und gewartet bis er sie betrogen hatte um dann erst die beziehung zu beenden achte sie dasselbe nicht schon wieder jeden abend starrte sie auf ihr handy als erwarte sie ein signal ein zeichen von shane dass sie ihr leben leben durfte ein zeichen dass es wirklich aus war sie blickte auf und schaute christian an es würde zeit dass sie selbst ihr schicksal schrieb kapitel 17 kiras aufenthalt an der amalfi küste ging langsam zu ende gemeinsam mit christian ging sie an bord der fähre zurück ans festland hinüber nach neapel ganz der gentleman als der er sich herausgestellt hatte kümmerte sich christiano um ihr gepäck ich bin nicht gerade scharf darauf wieder in neapel zu sein bemerkte kira es ist vielleicht nicht unbedingt die beste aller städte vor allem im vergleich zu capri aber es ist auch nicht so schlimm dort wie manche leute behaupten mein erster reiseführer war der ansicht dass die stadt von der mafia kontrolliert wird und jeder mit jedem im clinch liegt ich bin mir immer noch nicht sicher ob er mir einfach nur angst einjagen wollte christiano schien diese anekdote zu amüsieren du musst wahrlich froh sein dass ich nun dein begleiter bin sagte er kühn kira erlaubte sich ein kleines lächeln bevor sie den blick restaurant hatte sich etwas verändert in der art wie sie ihn wahrnahm ein stärkeres bewusstsein dafür was das leben ihr für signale gab anstatt alles so hinzubiegen wie es ihr in den kram passte und dennoch hatte sie gestern abend nicht versucht christiano näher zu kommen seither fragte sie sich wieso nicht die blaue grotte war der perfekte rahmen gewesen aber das Abendessen war fast noch idealer gelegenheiten verstreichen lassen und das ließ sie über die ursache grübeln auch jetzt als sie entspannt und schweigend nebeneinander saßen dachte sie wieder darüber nach die fähre glitt über das azurblaue wasser und die sonne ließ die luft flirren ideale bedingungen um in ruhe nachzudenken kira kam zu dem schluss dass es ihr an selbstbewusstsein mangelte um den entscheidenden ihre schwester hätte sich keine gedanken darüber gemacht ob sie attraktiv genug war oder ob ihre kleidung schick genug war sie hätte einfach versucht zu bekommen was sie wollte aber kira konnte das einfach nicht sie hatte zu viele selbst zweifel und die trennungen der letzten monate hatten nicht gerade dazu beigetragen diese zweifel zu mindern du denkst angestrengt nach meinte christian und holte sie aus rauf du runzelst die stirn antwortete er lachte und machte sie nach kira lachte ebenfalls aber sie fühlte sich nicht in der lage ihm zu erklären was der grund dafür war ist es wegen des artikels fragte christiano findest du genug material sie blickte in seine dunklen augen mehr als genug meinte sie sie hoffte die wahre bedeutung hinter dieser bemerkung würde sich irgendwie nicht christiano verstummte wieder und überließ kira ihren grübelein ich hole uns ein eis sagte er plötzlich und stand auf die fahrt dauert noch eine weile und es wird immer noch wärmer danke kira hatte geschmack an eiscreme gefunden seit sie nach italien gekommen war sie wünschte es gäbe irgendwo in new york etwas vergleichbares aber nichts was sie daheim gegessen hatte kam dem italienischen eis auch nur ansatzweise nahe ich hätte gern etwas mit einem außergewöhnlichen geschmack bat sie christiano grinste vielsagend sie schaute ihm nach wie er übers deck ging und dann nach drinnen verschwand er war wie ein kunstwerk wie eine gelungene skulptur wie er aussah und wie er sich kleidete das war alles perfekt kira fragte sich ob das der wahre Grund für ihre zurückhaltung war niemand war perfekt shane war der beste beweis dafür sie hatte gedacht den richtigen für immer gefunden zu haben aber hatte sich nur als der richtige für den moment entpuppt machte sie sich sorgen dass christiano den vergleich zu dem romeo ihrer träume nicht würde standhalten können war sie mehr an dem ideal interessiert als an dem echten christiano während sie sich immer mehr in diesen gedankengängen verlor kam eine gruppe italienischer männer und setzte sich in die reihe hinter ihr einer von ihnen beugte sich vor so dass sich ihre gesichter auf gleicher höhe befanden hey lady sagte er lächelnd kira drehte sich um sie spürte ein leichtes kribbeln wie immer wenn es ans flirten ging ja fragte sie spielerisch kann ich ihnen helfen absolut sagte der man ich bin luis das ist mein freund jorge und das ist paolo wir haben gesehen dass sie allein hier sitzen und es kann ja nicht angehen dass eine frau mit ihrer ausstrahlung unbegleitet bleibt kira lachte als auftakt zum aufreißen war es ziemlich dick aufgetragen sie sprechen sehr gut englisch sagte sie lachend meine ausstrahlung aha vielleicht hätte ich besser majestätisch hinzufügen sollen fuhr lewis fort kira lachte laut auf die ganze begegnung erschien ihr höchst amüsant sie versuchte sich vorzustellen wie brin mit dieser situation umgehen würde wahrscheinlich würde sie alle drei um ihre telefonnummern bitten und sich nacheinander mit ihnen verabreden aber auch hier zögerte kira wieso war sie immer so zurückhaltend in dem augenblick kehrte christiano zurück in jeder hand ein rosa eis als er der szene mit den drei männern gewahr wurde fiel sein gesicht in sich zusammen es war das erste mal dass kira ihn nicht lässig und charmant erlebte christiano sagte sie mit plötzlich aufkommendem schuldgefühl diese herren haben mir in meiner einsamkeit gesellschaft geleistet christiano reichte ihr das eis starrte aber weiterhin die drei männer an kira konnte nicht anders als es mit tieren zu vergleichen die ihr territorium absteckten sie hatte diese seite von christiano bisher noch nicht kennengelernt sah er in den drei männern eine gefahr die ihr entgangen war oder gefiel ihm nur einfach der gedanke nicht sie könnte mit jemand anderem als ihm selbst flirten kira war einigermaßen verwirrt christiano war doch gar nicht so eingenommen von ihr wie sie von ihm oder nun jetzt bist du ja nicht mehr einsam sagte er und seine dunklen augen schienen noch dunkler zu werden deine neuen freunde können uns also ruhig wieder verlassen luis stand auf und hob beschwichtigend die hände wir wussten ja nicht dass sie schon vergeben ist meinte er aber du solltest besser auf deine frau aufpassen fügte horche hinzu wir sind sicher nicht die ersten die versuchen sie sich zu schnappen ira blickte zwischen ihnen hin und her mit einer mischung aus aufregung und besorgnis es war sicher schmeichelhaft gegenstand dieser erhitzten debatte zu sein wissend dass christiano es gar nicht gefiel dass jemand anderes sie anbaggerte aber andererseits empfand sie auch furcht weil er sich überhaupt so aufführte haben sie dich belästigt fragte er und setzte sich endlich wieder neben sie blickte sich allerdings noch misstrauisch um nicht wirklich antwortete kira sie haben es einfach mal versucht geflirtet nette komplimente gemacht nichts womit ich nicht umgehen könnte christiano sah plötzlich ganz geknickt aus dann hätte ich mich nicht einmischen sollen kira musterte sein gesicht genauer versuchte zu verstehen was in seinem kopf vor sich ging ich meine dass ich keinen retter brauchte sie waren keine widerlinge oder so sie haben einfach nur ihr glück versucht sie sah wie er ausatmete und die schultern hängen ließ was sie in den letzten tagen an selbstbewusstsein vermissen ließ stellte sich plötzlich ein christiano bist du etwa eifersüchtig er schüttelte energisch den kopf überhaupt nicht bei aller perfektion aber christiano war kein guter schauspieler er mochte zwar behaupten es sei ihm egal aber der ton in dem er es gesagt hatte sprach eine ganz andere sprache zum ersten mal wurde kira bewusst dass er vielleicht ebenfalls gefühle für sie hegte nicht im stereotypen sinne von dem er sich auch gewarnt hatte sondern ganz aufrichtig war das am ende der wahre grund gewesen wieso sie nicht den entscheidenden Schritt getan hatte weil sie diese empfindungen erspürt hatte und seinen widerstand weil er sich doch nie wieder verlieben wollte auf einmal schien alles viel mehr sinn zu ergeben christiano sagte sie mit fester stimme magst du mich er schaute weg und antwortete nicht sein schweigen war ihr aber antwort genug er hatte anfangs mit ihr geflirtet weil das ebenso seine art war aber irgendwo auf der strecke waren echte empfindungen dazugekommen was er seit der scheidung von maria offensichtlich vermieden hatte das zögern und die zurückhaltung das war alles von ihm ausgegangen wir sind gleich in neapel sagte er bemüht einen neutralen gesprächston zu finden von da ist es eine lange fahrt nach rom ich hoffe das macht dir nichts aus geera schaute ihn an und sah ihn plötzlich mit anderen augen es war auf einmal so offensichtlich dass er sich ebenso in sie verliebte wie sie ihn und sie hatten beide angst vor diesen gefühlen und wohin sie führen würden als die fähre in den hafen von neapel einfuhr war kira klar dass dies nicht der richtige zeitpunkt war ihre gefühle füreinander zu erkunden nicht in italiens unromantischster stadt und sicher nicht wenn sie im stau standen auf dem weg nach rom capri war der perfekte hintergrund gewesen für den beginn einer romanze aber es war für beide einfach nicht der richtige zeitpunkt gewesen das erkannte kira jetzt sie fragte sich ob die sterne in rom ihnen günstiger gewogen waren als sie auf dem beifahrersitz des leihwagens platz nahm neben ihrem adonis fragte sie sich ob sie sich so lange würde beherrschen können kapitel 18 christiano fuhr nur noch im schritt tempo damit kira den anblick roms richtig genießen konnte rechts von ihr erhob sich ein barocker palazzo links erblickte sie atemberaubende architektur von antiken villen mittelalterlichen türmen und häusern aus der renaissance bis hin zu den antiken ruinen einer abtei ist 2000 jahre alt erklärte christiano als er sah wohin sie schaute wurde unter der herrschaft von kaiser augustus erbaut kira fand keine worte sie hatte das gefühl in die vergangenheit zu schauen und konnte beinahe die geister jener zeit spüren aber rom bestand nicht nur aus bröckelnden ruinen wie kira sehr schnell bei ihrer fahrt durch die stadt feststellen musste man spürte auch ein lockeres modernes lebensgefühl mit riesigen geschäften restaurants und cafés deren türen von efeu umrangt waren rom war einfach unvergleichlich hast du hunger fragte christiano wir haben heute noch einiges vor aber fürs essen bleibt immer genug zeit kira erblickte ein kaffee mit bioprodukten davor war frisches gemüse ausgestellt es sah sehr einladend aus warum nehmen wir nicht etwas mit das wir unterwegs essen können klug sie vor und deutete auf das kaffee bisher hatten wir immer sehr ausgedehnte mahlzeiten es macht mir nichts aus mal was schnelles zu nehmen christiano schüttelte tadelnd den kopf das ist die amerikanerin in dir unterwegs essen er machte ein tadelndes geräusch essen ist einer der größten freuden des lebens da sollte man sich nie hetzen lassen kira lachte normalerweise würde ich zustimmen aber das gilt genauso für das besichtigen des pantheon des kolosseums und des vatikan meinst du nicht auch heute möchte ich mich lieber mit geschichte und kultur sättigen und nicht mit essen christianos gesicht strahlte und er lächelte so mochte sie ihn am liebsten er nickte zustimmend und brachte das auto zum stehen sie betraten den laden und gingen durch bis zum tresen 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 wo verschiedene salat und pasta gerichte zum mitnehmen ausgestellt war kira wählte drei sachen zum mittag essen ravioli mit kräutern und ricotta gefühlt bohnensalat und haselnussmus auf roggentoast christiano nahm einfach spaghetti carbonara sie nahmen das essen mit zurück zum auto um es unterwegs zu genießen wie alles was kira bisher gesehen hatte war auch dies ein fest für die geschmacksnerven sie hatte fest vor ein ganzes kapitel ihres artikels den aromen von italien zu widmen die tour durch rom war überwältigend christiano zeigte ihr die barocke spanische treppe mit den großen brunnen und den mit blumen geschmückten terrassen und der wunderschönen kirche am oberen ende dann eilten sie weiter zum 2000 jahre alten pantheon kira hatte nicht damit gerechnet wie gut er erhalten war im vergleich zu vielen anderen antiken ruinen in der stadt niemand weiß genau woraus das material ist erklärte christiano ein geheimnis das mit dem römischen reich untergegangen ist es ist ähnlich wie heutiger beton daher hat es die zeiten überdauert kira war hingerissen der pantheon war riesig die gewaltige kuppel schien jedem gesetz der schwerkraft zu widersprechen das loch in der mitte bildete die einzige lichtquelle drinnen die sonnenstrahlen erleuchteten den marmonen boden und kamen kira vor als sie himmlischen ursprungs im göttlichen sinne aber es blieb nicht viel zeit um sich an der schönheit des pantheons zu erfreuen denn es gab noch sehr viele andere sehenswürdigkeiten auf kiras liste und schon eilten sie weiter dieses mal zum kolosseum auch hier spürte kira die machtvolle ausstrahlung der geschichte als sei sie von geistern der vergangenheit umgeben hier haben römische gladiatoren zur unterhaltung der bürger um ihr leben gekämpft der gedanke war so furchtbar und vollkommen unvereinbar mit der schönheit und der erhabenheit der architektur dies ist das größte amphitheater das die römer je erbaut haben erklärte christiano darin fanden bis zu 50.000 besucher platz wie auch bei den anderen sehenswürdigkeiten hatte kira zu gern den ganzen tag hier verbracht sich in die geschichte vertieft und alles in sich aufgenommen weil das hätte bedeutet andere orte zu vernachlässigen daher saßen sie bald schon wieder im auto und fuhren zum vatikan sie überquerten den fluss über eine große steinbrücke dann parkte christiano den wagen und sie gingen den rest des weges zu fuß die schlangen hier sind ziemlich lang sagte er aber ich habe schon unsere tickets und am frühen nachmittag ist es nicht ganz so voll kira bemerkte schnell dass er recht hatte überall waren touristen die sich entlang der grauen mauer einreiten die den vatikan umgab werden wir den papst sehen fragte kira lachend meine mutter wäre begeistert über ein foto von papamobil christiano lachte nein leider nicht er segnet die besucher nur mittwochs daher werden wir ihn wohl nicht zu sehen kriegen es war früher abend als sie den vatikan betraten und auch hier war kira überwältigt von dem was sie zu sehen bekam den petersdom den petersplatz das museum des vatikans die sextinische kapelle sie konnte kaum glauben dass sie das alles mit ihren eigenen augen zu sehen bekam sie war total erschöpft vor allem weil sie mal wieder so viele treppen steigen musste aber auch weil sie der anblick ständig überwältigte als sie ihre besichtigungstour endlich für den tag beendeten taten kira mächtig die füße weh aber das störte sie nicht sie war froh so viel an einem einzigen tag gesehen zu haben so viel in sich aufgenommen zu haben an Inspiration bleibt nur noch ein einziger Ort zu besichtigen sagte christiano als die abendliche luft merklich abkühlte sie schlenderten die straße entlang eher in christianos entspanntem italienischen tempo als in kiras new yorker tempo sie aßen mal wieder ein eis und kira verdrängte jeden gedanken an hüftgold nämlich welcher fragte sie der trevi brunnen hast du davon gehört kira schüttelte den kopf und musterte christiano nachdenklich im schwindenden tageslicht das wechselspiel der lichter machte seine erscheinung nur noch attraktiver und einzigartiger in ihren augen es ist eine der ältesten quellen in rom erklärte er aqua virgo wasser der jungfrau zu ehren eines römischen mädchens das soldaten hergeführt hat damit sie sich am quellwasser erfrischen können heutzutage werfen besucher geldmünzen hinein und wünschen sich etwas das die jungfrau ihnen erfüllen soll angeblich kommen da jeden tag bis zu 3000 euro zusammen einiges davon geht an wohltätige organisationen eine münze soll die sichere rückkehr nach rom gewährleisten zwei münzen bescheren angeblich eine wundervolle romanze drei münzen bringen die dauerhafte liebe kira hob fragend eine augenbraue und fragte sich warum christiano sie hierher sie erreichten den brunnen und kira betrachtete ihn er war eine mischung aus kunstwerk eine skulptur einer villa und einem brunnen er war riesig und wurde von weißen lichtern angestrahlt willst du dir etwas wünschen fragte christiano er hielt ihr seine hand hin und sie erkannte darin drei münzen sie schaute ihn an und wusste dass die anzahl der münzen die sie davon nun nehmen würde mehr verriet als sie bereit war zuzugeben aber die geste war zugegeben sehr romantisch kira nahm eine münze schloss die augen und wünschte sich etwas bevor sie sie in den brunnen warf eine münze für eine glückliche reise dann schaute sie christiano wieder an sah die hoffnung in seinen augen sie nahm eine zweite münze zwei für die romanze dann nahm sie auch noch die dritte für die liebe christiano schloss die hand und blickte sie intensiv an kira wusste dass jetzt der moment gekommen war alles war am richtigen platz die perfekte szenerie der perfekte augenblick und christiano hatte ebenfalls seine ängste überwunden sie erkannte das an seinem einladenden gesichtsausdruck hingerissen von der romantik des augenblicks lehnte kira sich nach vorn in erwartung des kusses auf den sie so lange gewartet und gehofft hatte seine finger näherten sich ihrem gesicht ihr körper kribbelte vor erregter erwartung alles schien in zeitlupe zu geschehen gleich würden sie sich berühren aber der moment kam nie eine touristin hatte christiano aus versehen von hinten angerempelt und er drehte sich zu ihr um die junge frau entschuldigte sich bei ihm und kira sah in ihren augen den moment des erkennens wenn man zum ersten mal diesen unglaublich gut aussehenden mann gegenüber stand würden sie wohl ein foto von mir machen fragte sie beinahe atemlos mit amerikanischem akzent sie sah fast paralysiert aus kira erkannte sich selbst in dieser frau wieder und das war ihr unangenehm es war peinlich amerikanerin bei seinem anblick weiche knie bekam sah sie selber auch so aus dabei wie eine dumme göre die hingerissen die augen verdrehte beim anblick des bestaussehendsten mannes der welt sie schämte sich bei dem gedanken sie könnte sich genauso aufgeführt haben bei ihrer ersten begegnung wahrscheinlich passierte ihm das ständig sie sah zu wie christiano von der jungen frau mehrere fotos an dem drauf rief sie dreist kiras herz raste als sie sah dass christiano der bitte nachkam und sich mit ihr vor dem brunnen aufstellte wenn man sie so betrachtete hätte man meinen können sie seien ein paar wie sie da so vertraut fotos miteinander machten kira fühlte einen kalten schauer über ihren rücken jagen stimmt es denn was man über den brunnen sagt dass er einem den wunsch kamera zurückgab kira entging nicht dass ihre hände länger als nötig auf seinen roten zu ihrem entsetzen sah sie auch das glitzern in christianos augen das flirten darin ja das stimmt sagte er und blickte der frau intensiv in die augen ein lächeln umspielte seine lippen mit wild schlagend im herzen blickte kira weg sie wurde von einer harten erkenntnis getroffen die münzen waren nicht symbolisch gewesen christiano war einfach nur verdammt gut in seinem job er gab ihr das gefühl wichtig und begehrt zu sein sich umsorgt und sicher zu fühlen nichts davon war echt hier direkt vor ihren augen war der beweis dass christiano sich bei jedem so benahm der ihn bezahlte sie war nichts besonderes sie war nur eine Kundin es war dumm gewesen anzunehmen ihre schwärmerei für christiano könnte sich zu irgendwas anderem entwickeln der moment war dahin kira wandte sich ab sie hoffte christiano würde nicht bemerken dass ihr tränen in den augen standen kapitel 19 am abend in ihrem hotelzimmer war kira sehr niedergeschlagen sie war einem durchbruch mit christiano so nahe gewesen aber alles war in einem einzigen moment zunichte gemacht sie saß mit hängenden schultern am tisch und checkte ihre nachrichten nur das übliche von brin shelby maxine und ihrer mutter nichts von shane nichts von sag wegen des geldes das er ihr schuldete erstaunlicherweise war aber auch keine neue nachricht von viatorum eingegangen sie packte das handy weg und machte sich an die arbeit sie hatte den ganzen tag keine zeit dafür gehabt daher gab es reichlich zu tun sie blätterte durch ihre notizen und fing an zu schreiben es gibt einen grund warum rom die stadt der liebe genannt wird rom und romantik gehen hand hand und man sollte die stadt auch nur hand in hand erkunden es ist unglaublich romantisch gemeinsam durch die straßen und parks zu schlendern am fuße der spanischen treppe spielt jemand geige und verführt die liebenden dazu die stufen hinauf zu tanzen am trevi brunnen wird die ewige liebe versprochen wenn man der legende der jung frau glauben möchte und es kostet den liebeskranken gerade einmal drei euro sich für die zukunft hochzeitsglocken versprechen zu lassen auch im herbst ist es noch herrlich warm und die architektur von über zwei jahrtausenden voller geschichte bildet den idealen hintergrund um die liebe zu finden sie hörte auf zu tippen und seufzte schwer sie selbst hatte diese übersprudelnde romantik auf ihrer tour heute gespürt sie sehnte sich danach wollte es wieder spüren wollte zurückkehren zu dem moment bevor sie sich selbst in der amerikanischen touristin wiedererkannte die christiano anglupschte zurück zu dem moment bevor er mit der frau flirtete sie schickte diesen neuen abschnitt an nina und elliot sie rechnete nicht mit einer schnellen antwort aber elliot schrieb sofort zurück du hast deine muse gefunden kira ich liebe es eine sache ist da allerdings es fehlt mir ein bisschen deine persönliche geschichte wir wollen doch unseren romantik guru sehen wie sie sich verliebt und zwar nicht nur in das land bring dich selbst mehr ein deine gefühle deine romanze falls du eine hast ich hoffe du hast eine wie dem auch sei mach so weiter und ich muss dich möglicherweise bald befördern sie las die e-mail ein zweites mal erstaunt über das positive feedback elliot war zurzeit unberechenbar wie eine achterbahnfahrt der gefühle offenbar musste es gute neuigkeiten gegeben haben sonst würde er nicht so euphorisch reagieren sie hatte keine ahnung welche art von beförderung er meinte es gab eigentlich gar keine möglichkeit dafür lans hatte joshuas job übernommen und das war der einzige den es über ihr noch gab als sie über elliotts erwähnung der muse nach dachte wurde kira bewusst dass es vor allem christian war der ihre inspiration bedeutete mindestens ebenso sehr wenn nicht sogar noch mehr als das land aber diese inspiration hatte sie nun verloren die echte romanze die elliot gern gesehen hätte war wohl eher nicht mehr zu erwarten ihren fehlschlag mit christiano sollte sie aus dem artikel auf jeden fall heraushalten wenn elliotts gute laune von diesem artikel abhing dann würde er eventuell eine herbe enttäuschung erleben dachte sie traurig kapitel 20 hast du gut geschlafen kira fragte christiano als er sie am nächsten morgen im hotel abholte ausgezeichnet antwortete kira sich ihres schnippischen untertons sehr wohl bewusst christiano musste ihn wohl auch gehört haben denn auf seiner stirn bildete sich eine irritierte falte freust du dich schon auf venedig fragte er als sie die lobby verließen und gemütlich durch die gassen richtung bahnhof gingen sie nickte allerdings habe ich noch eine menge arbeit vor mir ich denke ich sollte die zugfahrt nutzen um zu schreiben natürlich sagte christiano mit einer spur verunsicherung was immer nötig ist für den job sie schwiegen ein weiterer sonniger tag in rom begann und die stadt sah einfach atemberaubend aus kira fand es schade sich schon davon verabschieden zu müssen nicht nur weil rom so unglaublich war sondern auch weil sie hier das gefühl des verlustes empfunden hatte den verlust ihrer muse ihren sinn für romantik und ihre inspiration sie erreichten den bahnhof und christiano kümmerte sich darum dass sie den richtigen bahnsteig und den richtigen zug fanden kira war froh dass sie sich damit nicht selber befassen musste aber es gefiel ihr andererseits auch nicht in christiano nichts als ihren reiseführer zu sehen sie waren doch so viel mehr auch wenn nichts zwischen ihnen gelaufen war aber jetzt hatte sie diese mauer zwischen ihnen errichtet und ihn damit degradiert von einem möglichen verehrer zu einem angestellten der sich um ihre angelegenheiten kümmern sollte du bist heute sehr still sagte er als kiras tasche verstaute und neben ihr platz nahm kira fühlte sich schuldig und schämte sich es war unfair von ihr ihn jetzt so kalt zu stellen christiano hatte offenbar nicht die geringste ahnung was mit ihr los war das war ihm anzumerken es tut mir sehr leid antwortete sie schlicht ich muss einfach arbeiten es gibt einiges nachzuholen wir hatten gestern nicht einmal zeit für interviews sie dachte an elliots nachfrage für mehr romantik meinem boss reicht das alles bisher nicht ich fühle mich ein wenig unter druck gesetzt natürlich meinte christiano freundlich und ruhig wie immer darf ich lesen was du über capri geschrieben hast kira zögerte eigentlich eher lieber nicht meinte sie denn ihr war der liebeskranke ton wieder eingefallen indem sie das ganze kapitel geschrieben hatte wenn sie ihren job richtig gemacht hatte würde christiano zwischen den zeilen lesen können so wie es später auch die leute der zeitschrift tun sollten und dann wüsste er dass sie sich nicht nur in italien verliebt hatte die vorstellung er würde diese zeilen lesen machte sie auf einmal verletzlich nackt entblößt sie wollte diese dumme einfältige version von sich selbst beschützen die es einfach nicht besser gewusst hatte es ist nur ein roher entwurf erklärte sie ich hoffe du verstehst das sicher antwortete er aber kira konnte heraushören dass er sich zurückgewiesen fühlte vielleicht gibt es leute im zug die du interviewen kannst schlug er vor ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist gab kira zu bedenken sie erinnerte sich an die furchtbare begegnung mit dem paar entscheidung im zug in neapel sie hatte ihre lektion gelernt keine voreiligen schlüsse über leute zu ziehen aber christiano blickte betrübt rein weil er schon wieder von ihr eine zurückweisung erhalten hatte kira fühlte sich deshalb schuldig und gab nach na gut dann such mir mal ein paar wunderbare romantische paare sagte sie schließlich das würde mir schon ziemlich helfen christianos gesicht erhellte sich sofort und er begab sich umgehend auf die suche schon kurze zeit später kehrte er mit zwei leuten zu ihr zurück siehst du rief er stolz ein paar römer die dir bei deinem artikel helfen können das paar setzte sich ihnen gegenüber und stellte sich als elisabeth und sergio vor kira begann ihnen fragen über ihr leben in rom zu stellen wie steht ihr denn dazu dass man den italienern nachsagt sie seien die besten liebhaber der welt fragte kira das glückliche paar lachte es gibt schlimmeres oder meinte sergio und außerdem stimmt es ja wirklich fragte kira gibt es hier immer nur pralinen und blumen wir haben rollen erklärte die Frau wenn jeder sich an seine rolle hält dann funktioniert es tadellos was für rollen sind das hakte kira interessiert nach der mann macht den ersten schritt erklärte elisabetta er ist der jäger und wir die frauen sind die beute das klingt ziemlich altmodisch meinte kira sergio lachte ist es aber nicht denn die frauen denken ja nur sie seien die beute in Wirklichkeit sind sie es die die Macht haben sie wählen sich ihren Mann wir folgen ihnen nur in der Hoffnung erwählt zu werden wir buhlen um ihre Aufmerksamkeit wenn sie uns nicht wollen haben wir keine Wahl wir können nichts machen von einem italienischen Mann wird erwartet dass er den ersten Schritt macht ja aber nur wenn er weiß dass die Frau ihn auch will Kira schrieb eifrig mit gedanklich ganz bei der Arbeit sie konnte nicht anders als diese Erklärung auf ihre Situation mit Christiano anzuwenden hatte ihr eigenes Zögern zum jetzigen Stillstand geführt lag es daran dass er ihre Signale nicht richtig verstanden hatte und daher nicht den ersten Schritt getan hatte es schien alles so kompliziert und ihr Verhalten am Morgen hatte wahrlich nicht dazu beigetragen es besser zu machen sie hatte es alles nur noch mehr verkompliziert würdet ihr sagen darin liegt das Geheimnis fragte Kira weil alle die Regeln und ihre Rollen kennen und sich daran halten kann die Liebe befreit aufblühen Sergio dachte ernsthaft darüber nach unter anderem wir sind außerdem sehr direkt wir tragen das Herz auf der Zunge machen den Frauen Komplimente zeigen ihnen unsere Zuneigung es wird viel geflirtet wir halten uns dann nicht so bedeckt wie ihr Amerikaner wir sind offen für die Liebe ja stimmte Elisabetta ihm zu wir haben Herz und Seele dafür geöffnet und wissen dass die Liebe überall und jederzeit in Erscheinung treten kann wir haben uns zum Beispiel in einem Supermarkt kennengelernt im Ernst rief Kira und schaute sie ungläubig an das ist hier nicht ungewöhnlich erklärte Sergio man erkennt es beim flirten und im sozialen Umgang miteinander ob jemand interessiert ist oder nicht die Leute hier sind nicht leicht zu beleidigen daher sind solche Begegnungen immer angenehm daher fand ich auch nichts dabei einfach auf Elisabetta zuzugehen in der Schlange beim Bäcker um ihr zu sagen dass sie die schönste Frau sei die ich je gesehen habe Elisabetta schaute ihren Gatten bewundernd an sergios worte hatten kira an die männer auf der fähre erinnert sie waren sehr direkt gewesen hatten ihr deutlich zu verstehen gegeben dass sie kira attraktiv fanden da war nichts missverständlich gewesen und christiano hatte das bestätigt kira fragte sich ob die ganze sache vielleicht wirklich etwas für sich hatte dann gibt es den latin lover also wirklich fragte sie italienische männer und frauen sind wirklich offener für die liebe ja aber man kann auch etwas zu offen dafür sein gab elisabeth kichern zu in wie fern es gibt leute die lieben es einfach zu lieben männer vor allen dingen das stimmt gab sergio zu es dauert eben bis man den unterschied gelernt hat zwischen anziehung etwas tieferem es ist für italiener nicht ungewöhnlich zu behaupten sie hätten den einen oder die eine gefunden nur um bald darauf festzustellen dass sie sich geirrt haben es braucht eben zeit und geduld um zu sehen ob die romanze sich weiterentwickelt einige leute sind daher etwas vorsichtiger mit solchen äußerungen während sie sprachen wanderte kiras blick immer wieder zu christiano hinüber er erweckte den eindruck als sei er mit etwas anderem beschäftigt aber sie fragte sich ob er nicht einfach nur versuchte sich von ihrem gesprächsthema abzulenken das was sergio da beschrieb war ziemlich genau christiano er hatte mit maria die große liebe gefunden und damit doch falsch gelegen daher war er in der folge vorsichtig geworden er hatte diese lektion etwas früher gelernt als die meisten anderer italienischer männer das war alles sehr aufschlussreich sagte kira zu dem glücklichen paar sie bedankte sich bei ihnen und sie gingen wieder kira ging noch einmal ihre notizen durch fühlte sich nun besser informiert und fragte sich ob es wohl zu spät war die Sache mit christiano zu bereinigen als sie venedig erreichten wurden sie von kirchenglocken in der ferne begrüßt als sie gemeinsam den Bahnhof kira fand sich in wurfreich weite vom wasser wieder in den straßen strömten alle leute in eine richtung und nahmen kira und christiano einfach mit die schönheit und der glamour der stadt raubten kira den atem ebenso wie die gebäude die scheinbar den gesetzen der schwerkraft trotzten und sich entlang des kanale grande erhoben ähnlich wie in rom fanden sich auch hier ganz unterschiedliche stile der architektur byzantinisch gotik renaissance klassik und barock ein flickenteppich der geschichte wohin gehen wir fragte sie christiano sie hatte das gefühl dem strom der menge hilflos folgen zu müssen piazza san marco erklärte er das zentrum venedigs bereit kira wusste nicht wie sie die bemerkung verstehen sollte aber sie konnte ein aufgeregtes glitzern in seinen augen erkennen und ahnte schon dass sie mal wieder etwas zu sehen bekommen würde was ihr den atem raubte vielleicht noch mehr als alles bisherige falls das überhaupt möglich war als sie den großen platz erreichten wo musik gespielt wurde und tauben nach brot krummen pickten war sie in der tat erstaunt die gotische architektur war eine augenweide bezaubernd und charmant gleichermaßen es gab jede menge weinlokale ringsum in denen verliebte sich romantisch in die augen schauten es gab auch geschäfte hier vor allem fielen kira läden auf in denen man masken kaufen konnte das erinnerte sie an die halloween party die sie und brin bei gino besucht hatten und erst jetzt fiel ihr auf dass die wohl von venedig inspiriert gewesen war erst dann kam mir auch zu bewusstsein das heute halloween war sie war so sehr von italien eingenommen dass sie ihr liebstes fest im jahr komplett vergessen hatte dass sie es nun ausgerechnet in venedig verbringen sollte erschien ihr beinahe unglaublich gibt es in der stadt irgendwelche halloween parties fragte sie christiano und war einfach mal feuer und flamme er schaute sie überrascht an angesichts ihres plötzlichen enthusiasmus kira wurde bewusst dass sie in den letzten stunden nicht gerade angenehme gesellschaft gewesen war sie fühlte sich schlecht deswegen im vergleich zum normalen verhalten italienischer frauen musste das sehr verwirrend sein hier wird halloween nicht so gefeiert wie ihr das kennt meinte er aber bestimmt gibt es irgendwo in der stadt einen club der sich mehr der amerikanischen art verbunden fühlt wir feiern erst morgen am ersten november das ist wichtiger für uns aller heiligen das ist ein nationaler feiertag an dem allen katholischen heiligen gedacht wird in italien war das früher mal so ein wichtiger feiertag wie weihnachten am zweiten november ist dann aller seelen da gedenken wir allen verstorbenen alle drei tage werden auf vielfältige weise gefeiert mit masken blumen und prozessionen kira horchte interessiert auf die leute tragen kostüme ja bestätigte christiano es gibt morgen abend einen kostümball an dem sehr viele menschen teilnehmen werden möchtest du das auch tun kira dachte an den ball bei gino der abend war ein totaler reinfall gewesen aber nur deshalb weil es ein date mit glenn gewesen war an der seite von christiano bei einem maskenball zu erscheinen wäre sicher das aufregendste was sie je erlebt hatte und dann auch noch hier in venedig es war wie ein traum der wahr wurde kira 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 hatte die antwort offenbar deutlich auf dem gesicht gestanden denn christiano blickte sie mit hochgezogener augenbraue an ich schätze das ist es was du tun möchtest kira spürte den rausch der erregung sie hatte mühe sich zusammen zu reißen und biss sich auf die lippe wenn es unseren zeitplan nicht zu sehr durcheinander bringt sagte sie voller hoffnung ganz und gar nicht meinte christiano dann machen wir eben heute schon die fahrt mit der gondel dann kannst du für die festigkeiten festen boden unter den füßen behalten kira sprang aufgeregt auf und ab wirklich wir gehen zum ball rief sie und ergriff christianos hand er lachte natürlich wenn es dich glücklich macht solange es dich nur zum lachen bringt kira wurde sich bewusst was sie da tat und ließ errötend seine hand wieder los aber als sie die straße hinunter gingen zum kostüm geschäft spürte sie dass er sich ein wenig entspannte zum ersten mal seit einer geraumen weile sie selbst hatte auch das gefühl endlich die düstere stimmung abstreifen zu können die sie am vorabend erfasst hatte sie war wieder mehr sie selbst und ließ sich von der romantischen stimmung mitnehmen sie betraten den laden und probierten verschiedene kostüme an bevor sie sich schließlich schwarze masken mit goldrand kauften sie lachten befreit auf und kira hatte eher den eindruck sie hätten ein date sie fragte sich ob die menschen um sie herum das auch annahmen der gedanke machte sie ganz schwindelig da sie nun ihre kostüme für das fest am nächsten tag hatten nahm christiano sie mit zum kanal und half ihr in eine der gondeln kira erinnerte sich sofort an das letzte mal als sie so eng beieinander saßen und sie sich berührten das war in der blauen grotte gewesen als das schicksal ihr die erste gelegenheit präsentiert hatte ihn zu küssen vielleicht ergab sich die möglichkeit hier erneut aber dieses mal würde sie nicht ungenutzt verstreichen lassen venedig vom wasser aus zu sehen war eine wundervolle erfahrung für kira sie war auch vorher schon erstaunt über die konstruktion dieser stadt aber vom wasser aus war es noch einmal viel unglaublicher es war kaum vorstellbar wie ein solcher ort überhaupt existieren konnte dass Menschen so etwas hatten erbauen können es war atemberaubend und sie fühlte sich klein und unbedeutend im Vergleich dazu so sehr in gedanken versunken murmelte christiano es fühlt sich so unwirklich an sagte sie wie in einem traum vielleicht ist es ein traum meinte er manchmal werden träume wahr genauso wie wünsche sie schaute ihn an und fragte sich ob er auf den moment am brunnen anspielte als sie sich beinahe geküsst hatten ihr blut begann schneller durch ihre adern zu rauschen das gefühl wuchs noch an während sie durch die engen kanäle fuhren um einfach alles zu sehen was venedig zu bieten hatte manchmal war das wasser ganz aufgewühlt von den motorbooten ruderbooten kanus und gondeln was kiras puls beschleunigen ließ sie war so hingerissen von venedig und so eingenommen von feststellte dass die sonne bereits unterging in der dämmerung verwandelte sich venedig vor ihren augen von einem ort aus der fantasie zu einem magischen ort mehr als je zuvor fühlte kira sich als träumte sie sie drehte sich abrupt zu christiano um der sehr still gewesen war ich werde dich jetzt küssen erklärte sie kühn christiano hob fragend eine augenbraue wirklich wenn das für dich okay ist fügte sie mit einem schulterzucken hinzu ja ist es meinte er blickte aber immer noch ein wenig schockiert drein kira legte eine hand an seine wange und zog ihn sanft zu sich vor dem hintergrund eines goldenen himmels würden sich ihre lippen endlich berühren kira fühlte sich unglaublich lebendig spürte die kleinen elektrischen impulse durch ihren körper jagen die von dem punkt ausgingen an dem sie sich beide berührten sie war lebendig hellwach und übermächtig der augenblick war wundervoll sie malte sich den kuss aus sanft und leidenschaftlich das boot wackelte und riss sie voneinander los sie schaute christiano verwirrt an die gondel war abgetrieben und gegen einen steg geprallt der ins wasser hinein ragte sie lachten amüsiert auf christiano sagte plötzlich eine stimme kira blickte irritiert auf und bemerkte eine wunderschöne italienische frau die auf dem steg stand und auf sie herab schaute sie sah schockiert aus vielleicht ein wenig angewidert von kira kira erkannte diesen gesichtsausdruck sofort denn sie selbst hatte genauso empfunden als sie erfuhr dass sag sie betrogen hatte diese frau war mehr als nur eine bekannte von christiano sie war eine geliebte ganz offensichtlich die frau fing an christiano zu beschimpfen eine leidenschaftliche tirade die kira nicht verstand und dennoch in ihrem inhalt nicht missverstehen konnte rato bastardo schrie sie und deutete mit wedelnden armen auf kira zeigte mit einem anklagenden finger auf sie sie wiederholte immer wieder dieselben worte christiano leistete leidenschaftlich widerstand kira kauerte sich in die gondel denn sie fühlte sich von der auseinandersetzung überfordert um sie herum wurden zahlreiche menschen auf den streit aufmerksam kira spürte ihre blicke auf sich einige tuschelten hinter vorgehaltener hand andere zeigten auf sie einige waren erstaunt und schlugen sich die hände erschrocken vor den mund auch wenn sie kein wort verstand so konnte kira doch die leidenschaft bei beiden erkennen sie sah auch die reaktion der leute um sie herum die im gegensatz zu ihr sehr wohl verstanden worum es in dem streit ging es war mehr als offensichtlich dass dies christianos freundin war und das machte kira zu der anderen frau kira sprang auf sie musste dringend hier weg christiano drehte sich zu ihr um und griff nach ihr aber kira wollte einfach nur fort von hier sie entzog sich ihm die gondel begann zu schaukeln und kira verlor das gleichgewicht sie stürzte über den rand der gondel ins wasser sie spritzte alle leute im näheren umkreis ebenfalls nass völlig unter schock padelte kira zu dem steg hin sie hatte das gefühl alle augen seien nur auf sie gerichtet inzwischen hatten eine menge touristen den streit mitbekommen kira bleib stehen rief christiano wo willst du denn hin aber kira fühlte sich erniedrigt durchnässt und beschmutzt sie wollte von christiano keine ausreden wegen dieser frau hören seiner geliebten und sie wollte nicht mehr hier bleiben mit der ganzen aufmerksamkeit der umstehenden als ziel ihrer bemerkungen und zu deren amüsement sie kletterte auf den steg und drängte sich an der mysteriösen frau vorbei deren überraschendes erscheinen überhaupt erst dieses peinliche fiasko ausgelöst hatte sie wusste nicht wohin sie ging sie rannte einfach weg hinein in die erstbeste gasse ihre schuhe klapperten auf dem kopfsteinpflaster ebenso laut wie ihr herz in ihrem brustkorb sie rannte und rannte bis sie nicht mehr konnte dann sank sie erschöpft gegen eine mauer auf die knie und weinte kapitel 21 als sie da in den schatten hockte und heulte hatte kira das gefühl alle würden sie anstarren und tuscheln sie hatte das dringende bedürfnis nach etwas rückendeckung und holte ihr handy aus der triefenden handtasche dabei wurde ihr bewusst dass sie ihren koffer bei christiano in der gondel zurückgelassen hatte zum glück hatte ihr handy keinen schaden genommen ihr notizbuch allerdings schon es hatte sich zu einem klumpen nassen papiers verformt der anblick trieb ihr erneut die tränen in die augen kira schaffte es immerhin sich wieder aufzurichten während sie überlegte wen sie anrufen sollte sie sah christianos namen im display aufleuchten er rief sie an aber sie wollte jetzt nicht mit ihm reden sie wollte sich nicht noch mehr von seinen lügen einwickeln lassen ihr blick fiel auf als maxine dranging hörte kira sofort das stimmengewirr einer party im hintergrund natürlich sie feierte halloween sie erinnerte sich an die diskussion über halloween als sie bei brin in der küche zusammengesessen hatten alle waren so neidisch auf sie gewesen dass sie das in italien feiern würde die erinnerung daran zog kira erst recht runter wie anders sah doch nun die realität aus kira rief maxine mit einem angetrunkenen kichern du fehlst mir du fehlst mir auch antwortete kira sie sehnte sich danach mit jemandem zusammen zu sein dem etwas an ihr lag jemand der ihr nicht wehtun würde wie ist italien ist es aufregend hast du spaß maxine überschüttete sie mit aufgeregten fragen ihr enthusiasmus brachte kira immerhin ein wenig zum lächeln italien ist phänomenal antwortete sie und meinte es auch so das ist wie eine ganz andere welt ich rechne immer noch damit auf brins couch aufzuwachen und alles war nur ein traum als als sie es aussprach wünschte sie sich verbittert dass es wirklich so sein möge ich bin so neidisch auf dich rief maxine sie lallte schon ein wenig musst du nicht antwortete kira klingt als hättest du selbst gerade eine menge spaß über normale dinge zu reden half ihr sich ein wenig besser zu fühlen immerhin hatte sie aufgehört zu heulen ich bin auf einem sehr sexy frankenstein getroffen noch ein paar cocktails und ich werde ihn küssen kira lachte so elend sie sich fühlte sie freute sich dennoch dass maxine sich so gut amüsierte sie wrang ihr kleid aus in der hoffnung ein wenig vom kanal wasser los zu werden der stoff war immer noch glitschnass und hing schwer an ihr sie wollte gern mit Maxine über dieses peinliche in einen italienischen hengst zu verlieben aber es war eindeutig nicht der richtige zeitpunkt dafür maxines ratschläge würden unter dem einfluss von alkohol nicht gerade hilfreich sein sie ging davon aus dass brin sich wahrscheinlich gerade in einem ähnlichen zustand befand ist shelby auch auf der party fragte kira und hoffte dass wenigstens eine ihrer freundinnen nüchtern genug war um ihr beizustehen was rief maxine über den dumpfen bass im hintergrund hinweg kira wurde ebenfalls lauter shelby ist sie da ach so sie und david haben sich als cola und rum verkleidet kira hatte keine ahnung wie das gehen sollte wie denn das er ist als pirat verkleidet und sie als colaflasche das ist ja haarsträubend meinte kira und rollte lachend mit den augen aber insgeheim wünschte sie sich es gebe jemanden für sie mit dem sie jetzt gerade ein albernes kostüm teilen könnte stattdessen befand sich in ihrer tasche eine durchweichte maske und der dazugehörige partner paddelte irgendwo in einer gondel umher shelby war sicher in einem ähnlichen zustand wie maxine daher entschied sich kira die beiden sich selbst auf ihre party zu überlassen viel spaß noch rief sie ins handy sie hörte eine unverständliche antwort von maxine dann gejohle und gelächter einen lauten beat dann endete der anruf sobald sie aufgelegt hatte bekam sie erneut einen anruf von christiano sie lehnte den anruf ab und schaltete das handy aus endlose anrufe von ihm waren das letzte was sie jetzt gebrauchen konnte kira seufzte traurig auf und überlegte was sie als nächstes tun sollte christiano hatte alle informationen zum hotel und die wegbeschreibung sie hätte heather anrufen können um danach zu fragen oder sich in ein anderes hotel umbuchen zu lassen aber das war ihr dann doch zu peinlich sie wollte nicht dass jemand erfuhr was zwischen ihr und christiano vorgefallen war daher verließ sie einfach nur die belebten straßen venedigs und begab sich in die dunkleren stilleren ecken der stadt das erste hotel das nicht aussah wie ein märchenschloss kam mir gerade recht und sie ging hinein es war ein hotel für rucksack touristen voller studenten die karten spielten haben sie ein zimmer frei fragte sie den jungen man am empfang er hatte ein milchgesicht sah heute nacht kein einzelzimmer meinte er aber ein freies bett im schlafsaal kira kaute auf ihrer unterlippe sie war erschöpft körperlich und emotional und sie war noch immer klitschnass hier würde sie wenigstens duschen und ihre kleidung zum trocken aufhängen können immerhin würde sie die morgen wieder anziehen müssen okay sagte sie schließlich nehme ich danke sie reichte ihm einen nassen Geldschein und Tasche dann betrat sie den schlafsaal und suchte sich ein bett in der ecke um wenigstens ein bisschen privatsphäre zu haben außer ihr befand sich niemand im schlafsaal sicher vergnügten sich alle auf einer amerikanischen halloween party oder bei anderen dingen die die stadt zu bieten hatte kira war dankbar für diesen moment der ruhe sie duschte und schlang sich ein handtuch um heizung aus ihre notizen waren nicht mehr zu retten und sie bedauerte die vergebliche arbeit was allerdings schlimmer war war die tatsache dass sie ihren laptop in ihrem koffer bei christiano zurückgelassen hatte wie sollte sie denn nun arbeiten sie kam sich mehr als je zuvor wie ein idiot vor kira holte ihr handy wieder heraus und ging davon aus dass sie es jetzt wieder einschalten konnte ohne belästigt zu werden sie bemerkte einige verpasste anrufe und sprach nachrichten von christiano und eine textnachricht zu kiras größter überraschung war die von shane wieso ausgerechnet jetzt fragte sich kira verzweifelt sie las die nachricht ich erinnere mich dass heute dein liebster feiertag ist fröhliches halloween ich hoffe du hast eine schöne zeit was immer du auch gerade tust kira las die paar mal durch hörte dabei shanes melodische stimme in ihrem kopf und fühlte sich davon getröstet in einem moment der schwäche schrieb sie ihm zurück ich bin in einer jugendherberge in venedig lange geschichte wie geht es callum shanes antwort kam beinahe umgehend venedig das klingt interessant dad ist wieder auf den beinen und arbeitet schon wieder auf der farm danke der nachfrage du hattest recht aber so gesehen hast du meistens recht kira las die kryptische nachricht mit gerunzelter stirn wie meinte er denn das sie hatte meistens recht spielte er damit auf etwas bestimmtes an sicher meinte er doch nicht damit ihre trennung oder es stimmt nicht kira legte sich die worte für ihre antwort zurecht womit hatte ich denn noch recht es entstand eine längere pause dann endlich kam shanes antwort du hattest recht was uns betrifft ich habe die falsche entscheidung getroffen ich hätte mehr geduld haben müssen anstatt alles zu beenden ich glaube ich stand unter schock ich habe einen blöden fehler gemacht kira starrte mit pochendem herzen auf das display ihres handys hätte sie diese nachricht vor einer woche erhalten wäre sie überglücklich gewesen aber jetzt lagen ihre gefühle ein wenig anders sie sehnte sich nach jemandem so viel war klar und sie liebte shane hatte ihn immer geliebt auch als sie sich schon in christian verliebte es war vanny der ihr die augen geöffnet hatte dass man mehr als einen menschen gleichzeitig lieben könnte eine von mehreren lektionen über die liebe die sie seit ihrer ankunft hier gelernt hatte aber wenn sie shane jetzt antwortete an diesem tiefpunkt wie konnte sie sicher sein dass es wirklich das war was ihr herz wollte und nicht nur das bedürfnis nach etwas trost sie las die nachricht wieder und wieder am ende entschied sie sich nicht zu antworten sie war auch so schon ganz durcheinander verstand ihr herz nicht es wäre falsch diese konversation mit shane fortzusetzen während sie so verletzbar war etwas ganz anderes wurde kira aber zunehmend klar sie hatte den auftrag gründlich versaut ihr laptop war nicht in reichweite und ihre gesamten notizen waren opfer der fluten geworden sie sah ein dass sie keine andere wahl hatte als heder anzurufen sag nicht dass du schon wieder beraubt worden bist sagte heder statt einer begrüßung nein antwortete kira schlimmer sie hörte heder geräuschvoll einatmen als sie sprach klang sie geradezu weinerlich was ist passiert mein laptop ist weg was meinst du mit weg es gab einen vorfall mit einer gondel sagte kira das war nicht ganz gelogen streng genommen heder atmete geräuschvoll aus ist der laptop abgesoffen gewissermaßen du erlaubst dir nicht nur einen scherz mit mir oder nein erwiderte kira trübe es tut mir leid heder mein laptop ist weg und meine notizen durchweicht und unleserlich ich habe es vermasselt jetzt übertreibst du aber wir kriegen das schon wieder hin kira umklammerte fest ihr handy und dachte an christiano ich 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 glaube ich glaube ich glaube dass das so einfach geht meinte sie heder schwieg einen moment kira was verschweigst du mir ich will hier weg sagte sie und fing wieder an zu schluchzen stille am anderen ende der leitung hätte kira nicht schon den peinlichen moment ihres lebens hinter sich gehabt wäre dies ein kandidat für platz eins gewesen offenbar sammelte sie peinliche momente wenn ich dich nach hause hole kriegst du das geld nicht erstattet erklärte heather die firma kann es sich nicht leisten geld zu verschwenden kira kaut auf ihrer unterlippe das hatte sie nicht bedacht und es irritierte sie dass viatorum sich weigern könnte sie zu bezahlen gab es wirklich finanzielle probleme sie verdrängte den gedanken daran sie konnte das jetzt nicht auch noch bedenken im augenblick galt es nur zu überlegen ob sie sich einen heimflug leisten konnte auf einmal erschienen ihr ihre 400 dollar sandalen reine geld verschwendung aber auch damit würde sie sich später befassen ebenso wie die genauso teuren sandalen ihrer schwester die nun bei christiano waren ich verstehe sagte sie schließlich ich zahle das selbst du weißt hoffentlich dass dies deinerseits ist fügte heather hinzu für einen nicht beendeten auftrag gibt es kein geld ist ja gut ist ja gut maulte kira musste heather noch nachtreten obwohl sie schon am boden lag na schön überlass das mir aber morgen wird es keinen heimflug geben es ist feiertag in italien alles ist ausgebucht kira sackte in sich zusammen natürlich morgen war allerheiligen gestiano hatte ihr erzählt dass dies ein wichtiger feiertag war in einigen ländlichen gegenden noch immer wichtiger als weihnachten wie typisch dass sie sich den einen tag ausgesucht hatte für ihren nerven zusammenbruch und hier weg wollte okay heather vergiss es vorerst einfach wenn ich hier feststecke kann ich genauso gut versuchen noch etwas zu schreiben und das irgendwie wieder hinzubiegen und schon fühle ich mich wieder etwas besser antwortete heather ich bin nicht gerade scharf darauf elliot diese nachricht zu überbringen dann tu es einfach nicht rief kira das konnte sie nämlich auch nicht gebrauchen muss ich aber er ist der boss tut mir leid kira bis später sie legte auf kira kauter auf ihrer unterlippe es bereitete ihr sorge was heather nun elliot über das telefonat erzählen würde es dauerte daher nicht lange da rief elliot sie an kira nahm den anruf mit zitternden händen entgegen kira ich werde dich nicht zum bleiben überreden fing er in einem üblichen ton an was ich sagen will dass man laptops ersetzen kann autoren aber nicht du bist die richtige für diesen job ich habe keine ahnung was für eine krise du da gerade durch machst die dich angelndem selbstbewusstsein zu tun hat dann lass mich dir versichern dass du viel talent hast und wir deshalb dieses große vertrauen in dich gesetzt haben kira war schockiert das war nicht was sie erwartet hatte zu hören was ist mit dem magazin fragte sie wenn ich aufgebe wäre das schlimm für viatorum es entstand eine pause elliot seufzte kira ich werde dir unter dem siegel der verschwiegenheit das erstaunte kira noch mehr sie hatte damit gerechnet dass elliot sie sich richtig zur brust nehmen würde stattdessen machte er ihr komplimente und vertraute ihr nun auch noch ein geheimnis an lance ist nicht dein boss nun streng genommen schon aber es ist ein wenig kompliziert er atmete tief durch lance ist vor allem mein boss er hat das magazin gekauft was rief kira aber wieso tut er denn so als hätte er joshuas job übernommen ist das eine art verdeckte operation spioniert er uns aus um zu sehen wen von uns er rausschmeißen soll so ist das nicht antwortete elliot nun nicht direkt lance hat einen anderen zugang zu übernehmen das hast du vielleicht bemerkt er möchte zunächst ein gefühl für die zeitschrift bekommen bevor er pläne schmiedet kira plan was meinst du damit ich weiß auch nicht mehr als du könnte sein dass wir uns verkleinern vergrößern umorientieren umziehen entlassen einstellen was weiß ich er kann machen was er will vielleicht schreiben wir dann über mode oder musik anstatt reisen wenn er das so möchte einiges schien nun langsam mehr sinn zu ergeben deshalb wolltest du dass ich diesen auftrag übernehme meinte sie wenn ich zeige torum in die richtige richtung geht dann lässt er uns da weitermachen genau kira ich will dir das nicht aufbürden das wäre josh art gewesen das war die art wie ich selbst behandelt wurde als ich in diesem geschäft anfing es ist nicht fair dir mein schicksal aufzubürden tu was du für richtig hältst ich respektiere deine entscheidung egal wie sie ausfällt er legte auf und kira starrte eine weile ihr handy an schon wieder war alles auf den kopf gestellt was machte das leben nur mit ihr sie wusste nie was als nächstes kam oder was das richtige zu tun war allerdings war eines sonnenklar sie hing hier fest ob sie wollte oder nicht sie konnte nichts dagegen tun daher konnte sie genauso gut eine Mütze voll schlaf nehmen und morgen alles neu betrachten da sie ihr glück nicht sonderlich hoch einschätzte ging sie davon aus dass der nächste tag keine besserung bringen würde sondern ein weiteres messer bereithielt dass ihr jemand ins herz stieß kapitel 22 kira schlief schlecht was daran lag dass bis spät in die nacht leute in den schlafsaal kamen außerdem war das bett unbequem was es nicht besser machte sobald es draußen hell wurde stand sie daher auf ihre kleidung war etwas steif vom dreckigen kanalwasser und sie roch ein wenig streng als kira ihre sachen zurück in die handtasche räumte bemerkte sie auf dem handy einige versäumte anrufe von christiano um die sache noch komplizierter zu machen hatte auch shane noch eine nachricht geschrieben ein simples kira sie fühlte sich schlecht dass sie ihn einfach ignorierte aber sie konnte jetzt nicht auch noch mit shane umgehen sie löschte die nachricht steckte ihr handy ein und verließ die herberge draußen auf der straße war sie immer noch unsicher wie es nun weiter gehen sollte eigentlich hatten sie und christiano heute an den festlichkeiten zu allerheiligen teilnehmen wollen und am maskenball sie fragte sich ob sie wollte nicht riskieren ihm zu begegnen sie war noch immer verletzt und peinlich berührt von der begegnung in der gondel sie hörte das handy in ihrer hosentasche klingeln sie nahm an es handelte sich um christiano und zog es raus zu ihrer überraschung rief ihre mutter an sie überschlug schnell den zeitunterschied in new york war es jetzt mitternacht es passte nicht zu ihrer mutter sie noch so spät anzurufen ist alles in ordnung fragte kira als sie den anruf annahm ja ich bin extra lange aufgeblieben um dich anzurufen es ist nicht zu früh bei dir oder ich habe dich doch nicht geweckt kira war von dieser netten geste ihre mutter sehr gerührt das erklärte aber noch immer nicht wieso sie überhaupt die mühe auf sich genommen hatte um sie unbedingt anrufen zu können nein du hast mich nicht geweckt aber weshalb rufst du denn an ich dachte du brauchst vielleicht etwas unterstützung tiras mutter konnte nicht sonderlich gut lügen jemand hat mit dir gesprochen wer wenn ihre mutter etwas noch weniger konnte als lügen dann war es standhaft zu bleiben elliot von der arbeit er meinte du denkst daran aufzugeben kira war schockiert dass elliot sich ausgerechnet an ihre mutter gewand hatte es schien als setze er wirklich alle hebel in bewegung um sie zu unterstützen auch wenn er keine ahnung hatte was hier wirklich vorgefallen war das tue ich antwortete kira es ist einiges vorgefallen böse omen das ist eine einmalige erfahrung kira sagte ihre mutter was kann schon so schlimm sein dass du da weg willst keine ahnung der verlust meines laptops meiner ganzen aufzeichnungen bestohlen zu werden sie vermiet es christiano zu erwähnen ihre mutter hätte sicherlich einiges dagegen einzuwenden dass sie sich nach shane so schnell neu orientiert hatte zumal sie das nach sag auch schon über shane gedacht hatte liebling das klingt schlimm aber lass mich dir eine frage stellen in welcher stadt befindest du dich gerade kira blickte direkt auf die wunderbare architektur den unmöglichen kanal den ganzen glamour von venedig eben was meinst du denn wenn du da je wieder hinkommen wirst ganz über zu schreiben ist das nicht das was du am liebsten tust kira lauschte der beruhigenden stimme ihrer mutter und ließ ihre worte auf sich wirken sie konnte so tröstlich sein und manchmal wusste sie wirklich den richtigen rat ich sitze hier sowieso noch einen tag fest antwortete kira ich muss diese entscheidung also nicht sofort treffen in italien festzustecken wie furchtbar spottete ihre mutter okay mom ich habe es kapiert lachend verabschiedete sie sich von ihrer mutter und ging richtung markus platz venedig am frühen morgen besaß einen ganz besonderen zauber nur wenige geschäfte und cafés waren schon geöffnet die meisten touristen schliefen nach den feierlichkeiten gestern heute morgen aus sie hatte den platz beinahe ganz für sich allein sie kaufte sich ein neues notizbuch und einen stift setzte sich in eines der zahlreichen cafés unter einen großen sonnenschirm der sie vor der hitze des tages schützen würde gestern war dieser platz voller menschen gewesen voller musik und aromen aber jetzt war es beinahe still hier ein kellner kam um ihre bestellung aufzunehmen ich war mir nicht sicher ob heute wegen des feiertags überhaupt etwas geöffnet hat meinte sie er nickte wir feiern heute die heiligen der katholiken aber wenn man in der tourismus branche arbeitet dann kann man sich diesen luxus nicht erlauben venedig ist eine stadt für touristen und die wollen feiern manchmal wird aller heiligen mit aller seelen verwechselt und dann werfen manche das auch noch mit halloween durcheinander er schüttelte betrübt den kopf dachte sicher an bessere zeiten jetzt wird alles auf einmal gefeiert respektlos kira fand es schade dass er seinen traditionen nicht nachgeben konnte weil er sich um die wünsche anderer leute kümmern musste sobald sie ihren cappuccino hatte machte sie sich daran über venedig zu schreiben inspiriert von den Worten des Kellners wie der Tourismus sich auf die Stadt auswirkte ich wage mich nach venedig gerade als die sonne aufgeht um ein geheimnis der stadt zu erkunden von dessen existenz ich keine ahnung hatte ohne die schwatzenden touristen singt venedig das lied ist das echo von schritten in den engen gassen von seemöwen die einander rufen und vom sanften plätschern der wellen neben dem gehweg ich hätte diese seite von venedig nie zu gesicht bekommen hätte ich nicht gestern einen unfall mit einer gondel gehabt ich hätte nie dieses lied gehört capri verkörperte die leidenschaft der liebe rom die romantik sieht man venedig genauer an erkennt man die weniger schillernde seite der liebe das opfer und den kompromiss die stadt lebt vom tourismus wird aber auch davon erstickt ein gleichnis der liebe capri verspricht die überschwängliche liebe in rom geht man hand in hand venedig erinnert uns daran dass mit der liebe immer auch der schmerz kommt kira lehnte sich zurück und seufzte sie ahnte schon was für eine rückmeldung sie dazu von elliot bekommen würde sie hielt sich zu sehr zurück brachte nicht genug von sich selbst ein von ihrer eigenen romanze aber wie sollte sie das denn auch bewerkstelligen in capri verfiel ich einem italienischen schürzenjäger in venedig fiel ich aus einer gondel sie lachte bitter auf und strich den satz wieder weg sie musste sich persönlicher einbringen aber sie wollte sich auch nicht der lächerlichkeit preisgeben sicher wäre es tapfer gewesen das zu tun aber sie fühlte sich schon erniedrigt genug und wollte sich nicht auch noch so ihren lesern präsentieren das allerdings machte es schwierig festzulegen in welche richtung sich der artikel entwickeln würde sollte sie lieber auf der sicheren seite bleiben oder mehr riskieren wie es elliot erwartete sie versuchte ein paar absätze und fügte ihre gescheiterte romanze mit christiano ein nur um sie sofort wieder hinaus zu reißen oder durch zu streichen auf ihrem laptop wäre das natürlich einfacher aber von hand zu schreiben hatte den vorteil genauer über jedes wort nachzudenken die einzelheiten der geschichte mit christiano noch einmal zu überdenken stimmte sie traurig es war wie ein düsterer teufels kreis die worte machten sie niedergeschlagen das wiederum wirkte sich auf die stimmung des artikels aus die einsamkeit von venedig am morgen spiegelte ihre innere lehre ohne christiano sie sehnte sich noch mehr danach heimzukehren aber ihre mutter hatte vollkommen recht gehabt das hier war ihr traumjob hätte sie die möglichkeit in der zeit zurück zu reisen und ihrem jüngeren selbst zu erzählen dass sie in ein paar jahren artikel über venedig schreiben würde wäre sie begeistert gewesen aber die realität sah eben anders aus ihre karriere existierte schließlich nicht in einem vakuum einerseits benahm sie sich wie ein törichtes gör so einfach aufgeben zu wollen andererseits fand sie einen guten grund zu haben hier weg zu wollen ihr privat und ihr berufsleben waren eben untrennbar miteinander verbunden das eine beeinflusste das andere immer wieder aufs neue und auf vielfältige weise daher war sie eben der romantik guru und nicht denis oder lisa oder sonst ein autor von viator sie war das eben gerade weil sie diese vermischung von beruf und privatleben erlaubte daher hatte man ihr diese aufträge gegeben und deshalb musste sie ihr herz immer wieder in die waagschale werfen sie wusste nur nicht ob sie die kraft dafür aufbringen konnte mit dem voranschreiten des tages beobachtete kira wie sich der platz veränderte sonnensegel wurden angebracht und buden aufgestellt für das fest große behälter mit suppen wurden gebracht es roch nach kichererbsen sellerie möhren zwiebeln tomaten und schweinefleisch kira lief das wasser im mund zusammen es gab außerdem reichlich brot mit rosinen gebäck mit zimt und schokolade oder mit feigen und walnüssen nach und nach strömten touristen auf den platz in kostümen und masken kira fiel ihr eigener maskenball wieder ein sie holte die maske aus ihrer tasche und spielte damit herum sollte sie sie aufsetzen sie dachte an brin eine rolle zu spielen vielleicht sollte sie hingehen und so tun als sei sie jemand anderes jemand der glücklich ist selbstbewusst und sorglos sie ging in die richtung wo der maskenball stattfinden sollte langsam setzte bereits die dämmerung ein aber als sie dort ankam schüttelte sie den kopf und packte die maske wieder weg nur so zu tun als ob war nicht ihr ding ohne Christiano an ihrer seite würde sie hier ohnehin keinen spaß haben sie blieb stehen als die touristen in den ball seil strömten ging sie in die entgegensetzte richtung widersetzte sich dem strom sie brauchte ein hotel für die nacht die sie auch wieder allein verbringen würde sie wusste auch nicht ob es ihre letzte nacht in italien sein würde dass sie es allein verbringen würde das war allerdings gewiss kapitel 23 als kira am nächsten morgen erwachte war sie immer noch unsicher ob sie in italien bleiben sollte oder nicht ein einziger anruf bei hedder würde ausreichen um einen flug zurück nach new york zu arrangieren in ihrem zeitplan stand für heute eigentlich die fahrt nach florenz an kira fragte sich ob sie es wohl schaffen würde das allein zu bewältigen ohne christianos beistand sie hatte neapel allein gemeistert was immerhin als die gefährlichste stadt italiens galt allerdings war es eher weniger eine frage ob sie das konnte sondern eher ob sie das wollte in neapel war sie klar gekommen weil sie keine abzureisen war eine option sie dachte noch immer darüber nach als sie schon auf die straße hinaustrat das winzige hotel welches sie am vorabend ausgesucht hatte lag abseits der touristen pfäde in einer verschlafenen seiten gasse die besitzer waren freundliche ältere leute unaufdringlich sie hatten sie meistens einfach in ruhe gelassen es war das erste mal dass sie sich nicht fehl am platz gefühlt hatte wie sonst als touristin sie ging zu einem geschäft um die ecke und kaufte brot zum frühstück unterwäsche ein shirt und einen rock als sie sich dann im hotel umzog bemerkte sie dass sie nun auch aussah wie eine einheimische sie benutzte den computer des hotels um ihre notizen vom vortag abzutippen und schickte sie an elliot ich weiß noch nicht ob ich hier bleibe um den artikel zu ende zu bringen aber solange ich darüber nachdenke kann ich ja trotzdem was schreiben dies ist mein abschnitt über venedig sie schickte die nachricht ab kurz darauf kam die besitzerin herein scusi sagte sie als sie kira am computer sah und wollte das zimmer wieder verlassen nein schon gut kein problem sagte kira bleiben sie nur restare die besitzerin lächelte über kiras versuch italienisch zu sprechen sie trat ein und setzte sich auf die couch fragte die frau kira zuckte mit den schultern sie hatte das nicht verstanden die frau gestikulierte schlafen ob ich gut geschlafen habe fragte kira ja si bene die frau lächelte kira erinnerte sich daran dass sie einen frischen leib brot für das frühstück gekauft hatte sie bot der frau etwas davon an diese nahm es und schnitt ein stück ab schmierte butter und marmelade darauf kira folgte ihrem beispiel in diesem ruhigen moment fühlte kira sich ganz entspannt auch wenn sie nicht besonders gut miteinander kommunizieren konnten hatte sich ihre einsamkeit durch die anwesenheit der hotelbesitzerin verflüchtigt ist florenz schön fragte kira sie firenze korrigierte die frau in italiano florenz heißt firenze auf italienisch fragte kira sie hatte keine ahnung sie die frau strahlte ist es schön da kira schüttelte den kopf und versuchte ihre mageren sprachkenntnisse zusammen zu kratzen bene si 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 antwortete die frau und grinste breit du ci vai kiras rudimentäre italienisch kenntnisse reichten nicht aus um die Frage zu verstehen wieder versuchte die frau mit den händen zu erklären und machte eine lokomotive nach kira lachte ob ich mit dem zug hin fahre sie überlegte einen moment ich weiß nicht sollte ich dieses mal zuckte die hotelbesitzerin mit den schultern ihre geringen englisch kenntnisse reichten nicht um kiras frage zu verstehen kira schmunzelte in sich hinein selbst wenn sie es verstanden hätte wie schreiten ob sie eine reise nach florenz allein bewältigen würde nicht diese nette zurückhaltende frau die hotelbesitzerin holte kira aus ihren überlegungen heraus guarda sagte sie und forderte kira auf aufzustehen sie lächelte einladend und freundlich kira stand auf die frau ebenfalls sie stöhnte etwas bei der anstrengung kira nahm ihren arm um ihr zu helfen ok die frau nickte sie humpelte durch das zimmer und blickte sich hin und wieder um wohl um sicherzustellen dass kira ihr noch folgte dann blieb sie vor einem großen bücherregal stehen und deutete nach oben kira folgte ihrem fingerzeig es gab eine menge in leder gebundene schwere bücher auf dem oberen regal mit staub bedeckt die hotelbesitzerin deutete immer wieder auf ein spezielles Buch sie erreichte das Buch gerade so mit den fingerspitzen sie stellte sich auf die zehenspitzen und zog es aus dem regal die frau klatschte vor freude in die hände kira reichte ihr das buch sie nahm es als sei es eine kostbarkeit kira fragte sich wie lange es in dem regal außerhalb ihrer reichweite gestanden hatte sie gingen zurück zur couch und kira half der dame sich wieder hin zu setzen die hotel besitzerin schlug das buch auf und stieß einen freuden ruf aus sie reichte kira ein foto das vorne drin gelegen hatte mia filia sagte sie kira schaute das bild an es zeigte eine junge frau die auf der motorhaube eines autos saß sie trug shorts ganz im stil der siebziger sie hatte ein offenes den rücken am lächeln konnte kira erkennen dass es sich um eine verwandte der frau neben ihr handeln musste wer ist das fragte sie mia filia wiederholte die frau kira wollte unbedingt verstehen wer die frau auf dem bild war daher holte sie ihr handy heraus und öffnete die übersetzungs app sie tippte die worte so wie sie verstand mia 4 die app brauchte einen moment um umzusetzen was sie da verzapfte dann erschien die übersetzung im display tochter das ist ihre tochter fragte kira freundlich sie ist wunderschön bellissima die frau lächelte und nickte dann reichte sie kira ein weiteres bild es zeigte die frau in einem auto demselben auto wie kira auffiel und auf der rückbank stand eine tasche kira sah auf dem beifahrersitz ein notizbuch und einen stift liegen das kam kira sehr bekannt vor sie selber ging nirgends ohnehin wenn sie es nicht in der hand hatte dann steckte es in ihrer tasche beinahe wie eine verlängerung von ihr selbst sie fragte sich ob die tochter der dame auch autorin war sie deutete auf das notizbuch und fragte sie hat geschrieben scrittore sagte die hotelbesitzerin wahrscheinlich falsch geschrieben in die app und bekam kurz darauf die richtige übersetzung autor journalista fügte die frau hinzu dafür brauchte kira keine app um es zu verstehen es klang beinahe so wie in ihrer sprache journalistin kira lehnte sich zurück vollkommen verblüfft von diesem zufall hatte die dame in kira instinktiv die journalistin erkannt es war schon ein wenig unheimlich die frau reichte kira schließlich das dicke buch sie fuhr mit den fingern über die goldenen buchstaben auf dem cover italia la terra dell'iamanti die autorin war nicoletta affini kira schlug das buch auf die erste seite war signiert in verblaster blauer tinte per mia madre nicoletta kira war sich fast sicher was das bedeutete tippte aber sicherheitshalber doch in die app ein recht gehabt mutter ihre tochter hat dieses buch geschrieben fragte kira fiel ja sie machte eine schreibende handbewegung die frau nickte und lächelte noch mehr sie war ganz eindeutig sehr stolz auf ihre tochter und kira konnte verstehen warum sie konnte sich die schöne nicoletta sehr gut vorstellen wie sie durch die italienischen landschaften fuhr das notebook immer dabei hier und da hielt sie an wenn sie inspiration fand berge eine piazza kanäle die wunderschönen sonnenuntergänge sie kostete das leben aus die erkenntnis traf kira wie aus heiterem himmel dieses buch war ein zeichen des schicksals weiterzumachen was wäre es für eine furchtbare verschwendung wenn sie jetzt abreiste während doch florenz auf sie wartete ruhe und zuversicht stellten sich endlich wieder ein kira entschied sich in dem moment allein weiter zu reisen um sich florenz anzuschauen diese begegnung mit der hotelbesitzerin hatte sich als reine wohltat erwiesen sie drehte sich zu der frau um und nahm ihre hände ganz bewegt drückte sie ihre dankbarkeit aus grazie die alte dame kicherte kira küsste sie auf beide wangen wie es üblich war dann stand sie auf an der tür drehte sie sich noch einmal um und grinste adio sagte sie die frau lächelte sie von der couch aus an prendi cura cara sagte sie kira hatte keine ahnung was das bedeutete aber sie verstand das gefühl dahinter denn es war im gesicht abzulesen auf wiedersehen viel glück alles gute die romantik italiens gab es nicht nur für liebende stellte kira fest sondern auch für fremde für freunde für jeden sie hängte sich die tasche um und verließ das kleine hotel um zum bahnhof zu gehen sie fühlte sich bereit weniger unsicher in diesem unbekannten land selbst der überfüllte bahnhof schüchterte sie längst nicht mehr ein nachdem sie sich eine fahrkarte gekauft hatte entschied sie sich draußen auf die abfahrt der züge zu warten um noch einen letzten eindruck von venedig zu bekommen ihr aufenthalt hier war eine ziemliche achterbahnfahrt gewesen als es Zeit war in den Zug zu steigen warf sie allein auf den weg den nächsten abschnitt ihre geschichte allein zu erkunden kapitel 24 als kira in florenz aus dem zug stieg wurde sie vom strom der touristen beinahe fortgerissen da sie keine pläne gemacht hatte was sie hier tun wollte ließ sie sich einfach mit dem strom treiben kira wusste nicht viel über florenz es war die geburtsstadt der renaissance kunst und die berühmte statue des david war von hier ihn in seiner ganzen marmonen pracht zu sehen das allein war die reise schon wert aber offenbar hatte florenz noch einiges mehr zu bieten womit kira nicht gerechnet hatte die ganze stadt war voller kunst die stadt war klein bot aber unglaublich viel kultur sie besuchte die uffizien und schlenderte herum eher wie eine entspannte italienerin als eine eilende touristin doch trotz all der sehenswürdigkeiten konnte kira sich nicht gänzlich entspannen sie fand im museum eine stille ecke wo sie sich hinsetzte und einen weiteren abschnitt ihres artikels schrieb für italiener ist essen sehr romantisch die aromen der geschmack einfach alles man betrachtet essen auch pizza als aphrodisiakum das sehen kommt dabei oft zu kurz hier in florenz werden meine augen von kunst verführt davon findet man in dieser kleinen stadt mehr als irgendwo anders auf der welt in den uffizien treffe ich boticelli leonardo michelangelo rafael tizian und caravaggio kira las noch einmal ihre worte und fühlte sich irgendwie lustloser als und das konnte man ihrem geschreibsel anmerken außerdem hielt sie sich noch immer zurück wollte sich nicht persönlich zu sehr in den text einbringen sie war von sich selbst enttäuscht es half auch nicht dass das museum voller glücklicher paare war die miteinander lachten und sich verliebt in die augen schauten es war einfach zu schmerzhaft für kira hier zu sitzen und das sehen zu müssen daher ließ das museum dieses mal schlenderte sie die einkaufsstraßen hinunter sie betrat ein ladengeschäft und schaute sich all das feine bunte leder an es gab alles hüte schuhe und taschen jacken gürtel und portemonnaies in jeder nur denkbaren farbe der geruch von frischem leder stieg ihr in die nase und sie schlenderte ziellos durch die regale es war ein wunderbarer laden mit qualitativ hochwertiger ware wäre sie besser drauf gewesen hätte sie sich sicher etwas gekauft aber sie war niedergeschlagen und hatte auch nur noch das bisschen geld was sie in der tasche gehabt hatte als sie in den kanale grande gefallen war das wollte sie sicherheitshalber für notfälle behalten außerdem wenn sie etwas kaufen würde dann höchstens einen Ersatz für brins verlorene Sandalen Stadt der zentrale Platz war über und über mit weißen chrysanthemen geschmückt den blumen der trauer in italien es war atemberaubend schön wie eine schneedecke aber er vermittelte auch ein gefühl von melancholie sie musste nachdenken über christiano der weiterhin anrief und sprach nachrichten hinterließ die sie allesamt ignorierte und über Shane der ihr noch eine nachricht geschrieben hatte um zu erfahren warum sie nicht antwortete kira wusste nicht wie sie mit diesem ganzen chaos zurechtkommen wollte sie fand es unmöglich einfach mit ihrer arbeit weiterzumachen sie war nicht stark genug um den romantik guru zu spielen ihre seele für die leser zu entblößen sie hatte einfach zu viel durchgemacht was verletzt ihr herz hatte schaden genommen wie eine zarte frucht sie konnte nicht aller welt ihre schwächen und fehler einfach so präsentieren als die sonne unterging und den himmel orange und pink färbte gelangte kira zu einem entschluss es war vorbei sie holte ihr handy aus der tasche erst dann wurde ihr bewusst wohin ihre füße sie unbemerkt getragen hatten sie stand auf der ponte vecchio der brücke wo liebende schlösser anbrachten als symbol ihrer ewigen liebe ihr konnte man in zahllosen geschäften ringe kaufen für den heiratsantrag gleich vor ort kira ignorierte ihr handy und beobachtete stattdessen die szenerie um sich herum sie sah ein junges paar das ihren namen auf ein schloss schrieb und dieses dann schnell an der brücke befestigte als der auf sehr gerade nicht hinschaute kichernd liefen sie waren das sinnbild der liebe ganz mit sich beschäftigt sich selbst genug überschwänglich sie sehnte sich nach diesem gefühl sie hatte es mit shane erlebt wenn auch nur sehr kurz mit christiano war es ganz anders gewesen sie hatte keine ahnung wie intensiv die gefühle hätten werden können wenn nicht überraschend die freundin aufgetaucht wäre sie glaubte nicht dass es bei beiden liebe gewesen war jedenfalls Definition des Begriffes aber immerhin hatten sie etwas einzigartiges wunderbares gehabt und es hätte mehr werden können wäre es nicht so abrupt beendet worden vor ihr ging ein junger Mann vor seiner Freundin auf die Knie Kira sah auf ihrem Gesicht Überraschung Schock und Freude Kira empfand einerseits etwas Freude für das Mädchen aber vor allem dachte sie an die Scherben ihres eigenen zerstörten Glücks so ähnlich hatte sie empfunden als sie von Shelbys und Davids Verlobung erfahren hatte sie freute sich für die Freundin aber es verstärkte das Bewusstsein über ihre eigene Einsamkeit das Mädchen nickte zustimmend sie hatte Tränen in den Augen Kira holte ihr Handy hervor und tippte eine E-Mail an Elliot die sie nicht länger aufschieben wollte Elliot ich nehme an du kannst dir denken was ich mitzuteilen habe ich fühle mich schlecht dich so hängen zu lassen und auch Viatorum was für mich wie eine zweite Familie geworden ist die Chance die du mir gegeben hast war großartig aber wenn meine Rolle im Magazin die ist über Romantik zu schreiben dann kann ich nicht mehr für dich arbeiten mein eigenes Leben liegt in Scherben ich habe zwei Beziehungen verloren und ich bin nicht Leid Kira Ihr Daumen schwebte über den Abschicken Button aber bevor sie drücken konnte hörte sich hinter sich ein Geräusch das ihre Aufmerksamkeit erregte offenbar rief jemand ihren Namen sie nahm an es sei reines Wunschdenken aber sie drehte sich dennoch um und blickte über die Brücke und da sah sie zu ihrer größten Überraschung jemanden auf sie zu laufen Kira sie schlug sich schockiert und ungläubig die Hand vor den Mund es bestand kein Zweifel wer das war Christiano Kapitel 25 Kira starrte ihn an das Gehirn vollkommen leer sie war außerstande irgendwie zu reagieren wie hatte er sie nur gefunden überwältigt kam Kira endlich zur Besinnung sie drehte sich um und rannte weg sie wollte ihn nicht sehen nicht jetzt erst recht nicht so unvorbereitet und plötzlich nach allem was passiert war erschien es ihr viel zu peinlich Christiano war aber viel schneller als Kira sie hörte seine Schritte hinter sich sie wurden lauter er kam näher er holte sich schließlich ein hielt sie am Ellenbogen fest und brachte sie zum stehen Kira sagte er keuchend und beugte sich vor um mehr Luft zu kriegen lauf doch nicht weg wie hast du mich gefunden stotterte sie sie blickte sich um wie ein gehetztes Tier sie wollte ihn nicht anschauen Christiano schüttelte den Kopf er hatte nicht genug Luft zum sprechen ich lebe hier schon vergessen ich bin nach Hause gefahren um mit meiner Familie aller Seelen zu feiern es klein war aber so klein sie glaubte nicht dass sie beide zufällig hier auf der Ponte Vecchio waren für sie als Touristin ergab das noch Sinn aber er hatte keinen Grund hier zu sein sie sah sich um rechnete beinahe damit die Frau vom Kanal in Venedig hier zu sehen mit einem schicken Ring am Finger mit dem Christiano ihr einen Antrag gemacht hatte sie würde Kira überlegen angrinsen so wie sie es in Venedig getan hatte wer ist sie fragte Kira meine Freundin Christiano schüttelte den Kopf meine was diese Frau Kira suchte noch immer mit den Blicken die Menge ab auf der Suche nach dem schönen aber arroganten Gesicht das war nicht meine Freundin sagte er kopf schüttelnd das war Maria er sah traurig und verschämt aus Kira runzelte die Stirn diese neue Information musste sie erst einmal verarbeiten Maria deine Ex Frau ja meinte er ich hab dir doch erzählt dass Venedig ihre Heimatstadt ist wir wollten da ein Haus zusammen kaufen erinnerst du dich aber sie hat mich angesehen als sei ich ein Stück Dreck als sei ich die andere Frau Christiano schüttelte wieder den Kopf ich weiß nicht wie ich das erklären soll Kira sie war offenbar eifersüchtig als sie uns zusammen gesehen hat aber sie war es doch die dich betrogen hat wandte Kira ein es ergab für sie überhaupt keinen Sinn nur weil sie mich nicht wollte bedeutet das noch lange nicht dass sie akzeptieren kann wenn ich jemand anderes finde oder dass ich glücklich bin wahrscheinlich wäre es Maria lieber wenn es mir für den Rest meines Lebens schlecht noch immer auf der Hut es war einfach zu viel vorgefallen um ihm jetzt einfach so jedes Wort zu glauben außerdem ging sie nach wie vor davon aus dass ihre Begegnung hier auf der Brücke kein Zufall war wie denn auch sei fügte sie achselzuckend hinzu ich reise bald ab wir sollten uns voneinander verabschieden zu ihrer Überraschung reagierte Christiano mit Entsetzen du reist ab warum fragte er bist du denn nicht hier zur Brücke gekommen um mich zu finden um mit der Reise fortzufahren Gira runzelte nachdenklich die Stirn und ging im Geiste den Zeitplan durch den Christiano für diesen Tag vorgesehen hatte sie war geistig abwesend genau diesem Plan gefolgt es war also nur ihrerseits Zufall dass sie sich hier getroffen hatten Christiano war hergekommen in der Hoffnung sie hier zu treffen hast du hier auf mich gewartet fragte sie etwas ungläubig ja erwiderte er nachdrücklich ich bin nicht nur wegen meiner Familie hergekommen du hast nicht auf meine Anrufe reagiert wir waren uns doch näher gekommen ich wollte dich nicht einfach aufgeben und plötzlich fällst du aus der Gondel lässt deinen Koffer einfach zurück und verschwindest du warst nie im gebuchten Hotel ich war in Sorge Kira spürte wie ihr die Röte ins Gesicht schoss sie hatte sich zurückgehalten hatte Christiano widerstanden versucht einfach zu ignorieren was er ihr sagte es gab keine andere Frau deine Freundin aber sie hatte ihrerseits alles daran gesetzt eine solche Frau zu konstruieren hatte sie damit absichtlich erreichen wollen dass aus ihr und Christiano nichts wurde um ihr Herz zu schützen weil sie sich nicht erlauben wollte sich erneut zu verlieben wie bei ihrem Artikel hatte sie sich zu sehr zurückgehalten war der Wahrheit aus dem Weg gegangen ihr Herz begann heftiger zu schlagen als sie endlich verstand was los war Christiano wollte sie die Frage war besaß sie genug Mut um ihn ebenfalls zu wollen ich wollte dir keine Angst machen sagte sie leise Marias auftauchen hat mir über einiges die Augen geöffnet über was fragte er sofort Kira bemühte sich ihr unbehagen abzuschütteln sie mochte es nicht so im Fokus zu stehen ich bin zu verletzlich selbst bei Romanzen ich erlaube zu leichtfertig dass mir wehgetan wird Christiano nahm ihre weiter ich habe aber gar nicht die Absicht dir weh zu tun Kira versuchte ihm ihre Hände zu entziehen du vielleicht nicht aber in der Vergangenheit gab es zu viele solcher Fälle ich habe das alles nie wirklich verarbeitet Kira sagte Christiano weiterhin besorgt willst du dein ganzes Leben über die Vergangenheit nachdenken oder willst du die Gelegenheiten die sich dir bieten beim Schöpfe packen ich bin hier ich lege meine Seele vor dir offen hier auf der Ponte Vecchio in Florenz im Sonnenuntergang seine Worte erinnerten sie an das was ihre Mutter am Telefon gesagt hatte sie sollte das Schicksal bei den Hörnern packen und das Leben genießen wie es kam und was wenn es schief geht fragte sie sie hörte sich an wie ein Kind das sich verlaufen und wehgetan hatte Christiano zuckte mit den Schultern das kann passieren es gibt keine Garantie im Leben vielleicht geht morgen die Sonne nicht mehr auf der Mond verschwindet irgendwo im All wir wissen es nicht wieso sollten wir also nicht auskosten was uns das Leben bietet solange wir die Möglichkeit haben Gera schaute in seine dunklen Augen umrahmt von den langen dunklen Wimpern das schöne Gesicht mit den hohen Wangenknochen und den Dreitagebart Bryn wäre nicht so dumm sich diesen unglaublichen Mann entgehen zu lassen Bitte fügte er hinzu und schüttelte ihre Hände leicht Kira darf ich dich küssen ich warte schon so lange drauf ich bin aus der Gondel gefallen flüsterte sie es war ein letzter Versuch ihn daran zu erinnern wie unwürdig sie seiner Zuneigung war meine tollpatschige Kira sagte er meine wunderschöne Kira endlich erkannte sie wie dumm sie gewesen war Christiano zu widerstehen war dämlich sich von der Liebe zu schützen war unmöglich sie musste den Sprung wagen endlich die Erfahrungen des Lebens so nehmen wie sie kamen als er sich vorbeugte und seine Lippen sanft auf ihre presste ließ sie ihn gewähren entzog sich ihm nicht ihr Körper gab sich dem Gefühl willig hin es war normal natürlich so sollte es immer sein seit sie Christiano das mal begegnet aber schließlich geschah es doch und es war ein magischer Moment um sie herum wurde plötzlich gejubelt und applaudiert sie zog sich zurück und wurde rot die Menschen um sie herum mussten annehmen dass sie sich so eben verlobt hatten Kira war es peinlich aber Christiano genoss den absurden Moment er verbeugte sich leicht und rief sie hat ja gesagt er riss Kiras Hand triumphierend in die Luft genau wie beim Kuss jetzt auf dagegen anzukämpfen sie spielte mit hatte sogar Spaß daran Christiano schlang einen Arm um sie und ging langsam mit ihr zum Ende der Brücke ich weiß das geht alles sehr schnell sagte er lachend die Verlobung und all das Kira lachte und schüttelte amüsiert den Kopf aber ich möchte dir meine Eltern vorstellen Kira lachte noch lauter dann sah sie sein ernstes Gesicht und runzelte die Kira dies ist meine Heimatstadt meine Eltern leben auf der anderen Seite des Hügels da ich möchte dass ihr euch kennenlernt es sind nette Leute und sie haben viel zu viel zum essen für aller seelen gemacht Kira war baff sie geriet erneut ins schwanken aber dann erinnerte sie sich daran endlich locker zu bleiben einfach mitzumachen was ihr das Leben bot ok sagte sie schließlich und fügte sich in ihr Schicksal aber ich muss vorher noch etwas erledigen sie holte ihr Handy aus der Tasche und löschte die E-Mail die sie Elliot hatte schicken wollen dann scrollte sie zu den Nachrichten die sie mit Shane ausgetauscht hatte und schrieb ihm tut mir leid dass ich mich nicht gemeldet habe ich glaube es ist besser wenn wir uns nicht mehr schreiben es ist vorbei tut mir leid sie schickte die Nachricht ab sich voller schmerz bewusst was sie gerade getan hatte sie hatte aktiv ihre zukunft bestimmt ihr schicksal in die hand genommen sie hatte sich für das schreiben und gegen die kündigung entschieden für christiano anstatt Shane nachzutrauern der schmerz verging und machte neue energie platz sie hatte endlich das Gefühl es selbst in der Hand zu haben sie schaute zu christiano auf und lächelte gehen wir sie hatte erwartet dass er sie dahin führen würde wo er gesagt hatte in das dorf hinter dem hügel aber er ging mit ihr in eine seiten gasse zu einer vespa warte damit sollen wir fahren fragte sie überrascht christiano zwinkerte ihr zu halt dich schön fest kira ich fahre schnell kapitel 26 der wind fuhr ihr durchs haar während sie sich an christiano fest klammerte die landschaft rings um florenz mit seinen hügeln und feldern war atemberaubend unterwegs sah kira mehr von den feierlichkeiten zu aller seelen in den fenstern standen rote kerzen in den straßen bewarfen kinder sich mit konfetti es gab zahlreiche prozessionen mit fackeln kerzen und chrysanthemen streußen es war als ob man gleich mehrere beerdigungen auf einmal zu sehen bekam dachte kira aber ohne die melancholie sie spürte vielmehr die freude und geschätzte erinnerungen sie rasten durch die italienische landschaft während die sonne unterging und der himmel von pink zu einem wirbelnden blau verfärbte wie in van gochs gemälde sternennacht die sterne sahen hier viel beeindruckender aus als kira sie irgendwo sonst erlebt hatte hell und klar wie millionen blinkender taschenlampen sie kamen auf ihrer vespa an niedlichen kleinen steinhäusern vorbei die an die berghänge gebaut worden waren die luft war herrlich frisch zum ersten mal war der herbst in der luft spürbar nicht so wie in new york kalt und verregnet mit dem ausblick auf den ersten schnee sondern eine etwas verschlafene italienische variante die warm war wie ein stück holz in einem verglühten feuer ein abschiedsgruß an den sommer schließlich fuhr christiano langsamer und hielt die vespa am straßenrand an wir sind da sagte er kira erblickte ein wunderschönes haus eine ockerfarbene villa mit blumen im vorgarten ganz ähnlich den häusern die sie in positano gesehen hatte dann drehte sie sich um und erfasste den unglaublichen ausblick unter ihnen glitzerten die lichter von florenz über ihnen die sterne hinzu kamen auch die menschen auf auf fried in der stadt mit fackeln in den händen die ihre verstorbenen gedachten christiano half kira vom fahrzeug herunter und nahm sie in die arme sie standen eine weile so beisammen genossen die nähe und die wärme ich bin etwas nervös gab kira zu musst du nicht sie werden dich lieben er löste behutsam die umarmung und küsste sie unendlich zart auf die lippen kira erschauerte bei der berührung dann legte christiano ihr einen arm um die schulter und zog sie an sich sie gingen durch das gartentor den steinpfad hinauf vor der tür zog christiano einen schlüssel aus der tasche und öffnete sie kira konnte ihre begeisterung angesichts des anblicks der sie erwartete kaum zurück halten das haus seiner eltern war himmlisch eingerichtet von der haustür gelangte man direkt in ein riesiges wohnzimmer mit traditionellen fließen zwei großen weißen sofas zahlreichen teppichen und einen gewaltigen kamin der ungefähr so groß war wie kira selbst links von ihr gelangte man unter einem torbogen hindurch in eine küche die vor sauberkeit glänzte durch einen anderen durchgang kam man kam man in ein speisezimmer ebenso sauber und hell wie die anderen räume mit glänzendem dach und einem tisch aus walnussholz groß genug um dort ein bankett zu veranstalten geradeaus ging ein korridor ab zu einer wendeltreppe die nach oben führte wahrscheinlich zu den schlafzimmern dahinter sah sie eine glastür die in einen garten voller efeu führte kira konnte an den wänden das flackern von flammen erkennen laternen erhellten die terrasse aber die tanzenden schatten mussten von einem feuer kommen das sich außerhalb ihres blickes befand sie sind bestimmt im garten erklärte cristiano da sind sie immer wenn das wetter schön ist kira schluckte ihre anspannung herunter und folgte ihm durch das wohnzimmer unter dem torbogen hindurch den korridor waberte ihr entgegen und sie konnte die wärme der flammen auf den wangen spüren und dann konnte sie auch erkennen was bisher von ihren blicken verborgen war christianus eltern saßen auf einer bequemen couch aus geflochtenen weiden auf dem tisch stand eine flasche wein außerdem mehrere gläser vor ihnen brannte ein feuer in einer schale ein junges paar auf der couch gegenüber drehte sich beim ihre gesichter begannen zu strahlen warm und einladend wie das feuer vor ihnen sie sahen zu jung aus um christianus eltern zu sein dachte kira sie sahen jung und frisch aus ohne eine einzige falte christianus mutter stand auf sie trug eine lose tunica an ihren armen klapperten mehrere metallene armreifen sie streckte ihre arme aus und legte ihre hände auf kiras wangen als sie küsste fühlte sich kiras nase mit dem blumigen duft der italienischen landschaft ich bin sabrina sagte sie es ist schön dich kennenzulernen sie deutete auf den mann hinter ihr das ist mein gatte francesco auch christianus vater küsste kira zur begrüßung auf die wangen sie errötete denn sie hatte sich bisher nicht richtig an diese intime form der begrüßung gewöhnt und wusste nicht ob das jemals der fall sein würde schließlich erhob sich auch das jüngere paar von der anderen couch ich bin pipa christianus kleine schwester sagte das mädchen grinste breit und küsste kira raf sagte der junge mann und stand auf ihr mann raf spricht nicht so gut deine sprache erklärte pipa lachend du musst ihn entschuldigen alle nahmen Platz kira wurde mit oliven in die andere sabrina machte es sich wieder auf dem sofa bequem und ließ ihren wein in ihrem glas kreisen ich werde meinen sohn jetzt in verlegenheit bringen meinte sie er spricht in den höchsten tönen von dir und oft fügte pipa hinzu christiano wirkte keineswegs verlegen sondern stolz kira hingegen wurde rot das ist sehr schmeichelhaft sagte sie und starrte in ihren wein du bist autorin fragte pipa stimmt das ja sagte kira ich schreibe für ein reisemagazin wir schaffen mit unseren artikeln einen etwas anderen blickwinkel irgendwo zwischen tagebuch und memoiren und natürlich informationen über die reise selbstverständlich pipa war feuer und flamme worüber schreibst du aktuell fragte sie stützte ihr kinn auf der hand ab und schaute kira neugierig an florenz italien allgemein ob es wirklich das romantischste land der welt ist alle lachten und pipa übersetzte schnell für raffaele er antwortete und pipa übersetzte für kira raff sagt es gibt kein romantischeres land als italien wir sind die leidenschaftlichsten menschen der welt kira lächelte den eindruck bekomme ich auch langsam francesco beugte sich zu ihr vor mit ebenso viel neugier auf dem gesicht wie der rest der familie und auf der reise interviewst du menschen fragte er kira nippte an ihrem wein und entspannte sich endlich ja es ist teil meines ansatzes geschichten von leuten zu sammeln zu sehen welche geheimnisse sie haben welchen rat sie geben können francesco hob fragend die augenbrauen und schaute zu sabrina hinüber nun wir sind seit 33 jahren verheiratet du kannst uns interviewen wenn du magst kira ließ sich nicht zweimal bitten sie nahm das angebot sofort an wirklich das wäre großartig christiano stand auf das erinnert mich daran dass ich noch dein gepäck habe soll ich es dir holen ich glaube dein laptop ist darin kira lächelte erleichtert dass ihre sachen tatsächlich überlebt hatten aber sie zog ihr notizbuch aus der tasche um ehrlich zu sein habe ich mich in den letzten tagen daran gewöhnt alles handschriftlich zu machen die entspannte italienische art färbt wohl langsam auf mich ab alle lachten wieder kira machte sich für das interview bereit wann immer ihr wollt meinte sie zu christianos eltern sabrina fing an körperliche berührungen sind sehr wichtig sagte sie kira bemerkte dass sie bei diesen worten über francescos hand strich uns ist es nicht unangenehm unsere liebe und zuneigung offen zu zeigen den Kindern auch nicht es ist doch besser für alle wenn wir friedlich und liebevoll miteinander umgehen francesco nickte zustimmend zeit ist auch ganz wichtig wir verbringen fast jeden abend gemeinsam hier draußen am feuer oder wandernd in den bergen hand in hand selbstverständlich das ist nicht nur etwas für junge verliebte er kicherte und ablenkung ist unerwünscht ein fernsehen oder so etwas wir reden vielleicht nicht die ganze zeit aber gemeinsames schweigen verbindet auch jedenfalls mehr als gemeinsam in die glotze zu starren man lernt die stille zu lieben fügte sabrina hinzu das ist sehr angenehm man ist dann so entspannt als wäre man allein kira schrieb eifrig mit es erinnerte sie an ihre erfahrung in der stadt als sie die sinne mit der romantik in verbindung gebracht hatte was ist mit essen fragte sie lächelnd ist gemeinsames essen ein romantisches erlebnis absolut sagte francesco meine frau ist eine ausgezeichnete köchin wir essen zusammen so oft es nur geht das ist hier ganz wichtig für die menschen und man muss es genießen wir lassen uns zeit dafür sowohl für das kochen als auch für das essen sabrina lachte und es geht dabei nicht nur darum wie das essen schmeckt sondern auch wie es aussieht denn die schönheit an sich ist auch romantisch schönheit findet sich im zubereiten der speisen in der kultur in der kunst sie nahm einen großen schluck wein vielleicht habe ich ein wenig zu viel getrunken kira betrachtete sie lächelnd sabrina legte ihren kopf auf francescos schulter sie waren in der tat sehr entspannt miteinander so vertraut als wären sie eine einheit kippa nahm den faden auf raf und ich sind erst seit einem jahr verheiratet erklärte sie wir wünschen uns eine beziehung wie meine eltern sie haben aber im augenblick müssen wir uns wirklich keine gedanken darüber machen die romantik am leben zu erhalten italiener sind von natur aus romantisch das ist in unsere dna geschrieben sie lachte herzlich so redeten sie weiter der abend verging ohne dass jemand auf die zeit achtete kira war so sehr an termine und zeit pläne gewöhnt dass es für sie eine seltenheit war nicht darauf zu achten es war befreiend und entspannend der einzige hinweis dass der abend fortgeschritten war waren zahlreiche leere weinflaschen letzte Brotkrummen und noch der limoncello auf den tisch gebracht hattest du kastanien seit du hier bist fragte pipa es ist tradition an aller seelen gerüstete kastanien zu essen ich kann ein paar ins feuer legen danke das wäre sehr nett antwortete kira anschließend sollten wir zum friedhof gehen sagte christiano da zeige ich dir den rest der familie kiras augen weiteten sich das klingt ein wenig makaber ganz und gar nicht widersprach er lachend wir feiern unsere toten angehörigen wir haben keine angst vor geistern oder vor dem tod er gehört zum leben einfach dazu und es ist doch tröstlich dass man nicht aufhört die angehörigen zu lieben nur weil sie nicht mehr unter uns weilen wir bleiben nach unserem tod dadurch im gedächtnis wir werden weiter geliebt und bedacht man feiert uns einmal im jahr das ist doch schön kira nickte zustimmend so gesehen war das einleuchtend das ist ziemlich romantisch gab sie zu christiano lachte selbstverständlich vielleicht möchte kira die heine sehen schlug sabrina vor dann wandte sie sich an kira wir haben orangen heine oliven heine und weinberge rings um das sieht alles wunderschön aus das klingt nett sagte kira und musste ein gähnen unterdrücken christiano berührte sie leicht am arm möchtest du dich ein wenig ausruhen ich vergesse immer dass amerikaner keine siesta halten kira schüttelte den kopf nein ich möchte die feierlichkeit miterleben kann ich mich vorher noch umziehen sie blickte hinunter auf das schlichte outfit das sie in florenz gekauft hatte sie würde lieber wieder in ihre vertraute kleidung schlüpfen christiano führte sich hinauf in sein zimmer kira war erleichtert ihre sachen alle wieder zu haben jetzt musste sie brin auch nicht mehr erklären wie sie es geschafft hatte 400 dollar von ihr auszugeben und dann mit leeren händen zurück zu kommen sobald sie angezogen war verließen christiano und kira das haus sie hatte keine ahnung wie spät es war aber es war ihr auch egal sie fühlte sich voller energie was sicher am essen und am wein lag aber auch weil sie trunken vor romantik war wieder mit christiano vereint zu sein fühlte sich großartig an und da sie nun seine familie kennengelernt hatte hatte sie ein tieferes verständnis von ihm als mensch davon wie er die romantik sah wie sabrina und francesco trug christiano sein herz auf der zunge und erwartete das auch von allen anderen es musste verwirrend für ihn gewesen sein dass sie das nicht tat so offen und direkt zu sein gab kira ein gefühl von verletzlich aber der italienische ansatz ergab durchaus sinn warum sollte man so viel zeit mit grübeln verbringen warum sollte man zeit verschwenden um zu erraten ob jemand mit einem zusammen sein wollte stattdessen konnte man gemeinsam zeit verschwenden hand in hand gemeinsam und schweigend so wie sabrina und francesco es seit mehr als 30 jahren taten während sie so in gedanken verloren spazieren gingen bemerkte kira dass christiano und sie genau das taten sie schwiegen schon eine ganze weile hand in hand sein daumen strich sanft über ihren hand rücken er zeigte die körperliche nähe wie seine eltern es gesagt hatten sie kamen zum friedhof der genauso schräg war wie der ganze berg rote kerzen brannten noch überall und auf den gräbern lagen zahlreiche chrysanthemen sie gingen an den gräbern vorbei die in schriften auf den grabsteinen zu lesen christiano stellte ihr seine großeltern vor seine urgroßeltern und entfernte verwandte die jahrzehnte vor seiner geburt verstorben waren er hatte recht gehabt es war tröstlich sie wusste über ihre entfernten lebenden verwandten weniger als christiano über die seit langem verstorbenen ahnen er konnte sein leben in der gewissheit dass man seiner ebenso gedenken und gefeiert in den erinnerungen der nachfahren und deren nachkommen und immer so weiter ein stück weiter den weg entlang befand sich ein olivenhain der sich weit in den berg erstreckte kira vermutete dass man bei tageslicht einen herrlichen ausblick haben würde und man nichts sah außer den bäumen dahinter lagen noch die orangen haine die luft war schwer von ihrem aroma und kira fühlte wie sich ihre sinne belebten schließlich erreichten sie den weinberg der gleich neben einer kleinen mittelalterlichen stadt lag das ist sehr interessant sagte christiano und deutete auf einen der wege zwischen der reben dürfen wir da reingehen fragte sie christiano blickte über seine schulter niemand zu sehen sagte er verschmitzt oder was meinst du kira kicherte ganz im augenblick verloren nein er hackte sich bei ihr ein und führte sie in den weinberg als ich im flugzeug hierher saß habe ich mir einen charakter ausgesucht ich hatte keine lust mich mit dem man neben mir zu unterhalten daher tat ich so als sei ich weinkennerin christiano lachte es wird noch schlimmer fügte kira hinzu ich behauptete dass Wein die leidenschaft meines vaters sei dass er in eine winter familie eingeheiratet hat und dass ich in einen solchen gezeugt wurde sie lachte als ihr das alles wieder einfiel christiano schaute sie lachend und staunend an du bist sehr seltsam meine kira sie gelangten an eine steinerne konstruktion ein unterstand für die arbeiter im weinberg um sich vor der hitze des tages zu schützen es sah aus als sei es mindestens tausend jahre alt das dach war vor ewig keiten eingestürzt nur ein paar steinerne säulen reckten sich noch gen himmel wow murmelte kira sie gingen hinein das innere wurde vom mondlicht in blaues licht getaucht das erinnerte sie an ihren moment in der blauen grotte an den kuss der nie kam sie drehte sich zu ihm um er sah genauso atemberaubend aus wie in dem blauen licht der grotte er schaute sie bewundernd an kira fühlte sich voller sehnsucht nach ihm er berührte sie sanft an der wange fachte ihre leidenschaft dadurch noch mehr an kira erinnerte sich dass in der grotte diese besondere verbindung zwischen ihnen gefehlt hatte jetzt aber nicht mehr sie war nicht gewillt zu lassen sie küssten sich intensiv und leidenschaftlicher als je zuvor kira gab sich vollkommen hin an christiano ihre gefühle an die romantik dann zog sie sich ein wenig von ihm zurück deckte ihm tief in die augen und zog sich ihr shirt über den kopf aus christiano brauchte nach dieser geste keine weitere aufforderung er verstand die botschaft dahinter ganz klar kira herz raste als er sie auf den arm nahm und sie fest an sich drückte bevor er sie auf die steine bettete und jeden zentimeter ihres körpers küßte sie schaute ihn bewundernd an wann immer er aufblickte er zog sein eigenes shirt aus entblößte seine muskeln und seine wundervolle haut sie biss sich vor erregung und erwartung auf die lippen sie wollte mehr als alles andere mit ihm vereint sein kapitel 27 falls je zweifelt daran bestanden dass italien das romantischste land der welt ist dann sollte der letzte beweis der umstand sein dass sie etwas so unerquickliches wie den tod in eine fröhliche feier umgewandelt haben ich habe das große glück und die ehre aller heiligen in der umgebung von florenz zu feiern mit einer echten italienischen familie nämlich der meines freundes christian hier esse ich gerüstete kastanien und seh prozessionen von menschen auf dem weg zum friedhof mit chrysanthemen und fackeln für die italiener ist der tod eine fortsetzung des lebens der nächste schritt in die ewige liebe christian erzählt mir dass es für ihn sehr tröstlich ist nicht vergessen zu werden auch wenn man die sterbliche hülle längst abgeschüttelt hat er kennt all die namen jener vorfahren ihre geschichten auch wenn er ihnen nie begegnet ist er ist ihnen auf diese weise verbunden ich kann mir nichts romantischeres vorstellen kira 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 hielt inne und schaute aus dem fenster über die klare helle landschaft außerhalb von florenz hinter ihr im bett schlief christiano tief und fest die laken um ihn herum waren zerwühlt auch schlafend sah er hinreisend aus das war ihr in den letzten tagen aufgefallen die sie im haus seine eltern verbracht hatten andererseits sah er eigentlich immer hinreisend aus kira ließ ihn schlafen nutzte die ruhe um mit ihrer arbeit fortzufahren heute würden sie florenz verlassen und damit auch christianos gastfreundliche familie sie würden mit seiner vespa nach verona fahren daher wusste kira nicht wann sie wieder die gelegenheit zum arbeiten finden würde die langsamkeit in florenz hatte ihr gut getan sie hatte das Gefühl ihr schreiben hatte sich dadurch erheblich verbessert das lag vielleicht aber auch daran dass sie mit ihrer muse wieder vereint war und sich selbst gestattet hatte sich in ihn zu verlieben sie hatte es endlich geschafft locker zu werden und sich in den Text persönlicher einzubringen sie hatte seither nichts mehr von Viatorum gehört aber sie hoffte dass man das begrüßte sie war stolz auf sich und konnte verstehen warum Elliot so darauf gepocht hatte sie war jetzt wirklich der romantik guru und sie musste sich dafür nicht einmal verstellen sie ging hinunter um für christiano ein frühstück vorzubereiten sabrina war bereits wach und saß mit einer tasse kaffee am tisch im speisezimmer es ist noch welcher in der kanne sagte sie soll ich dir was zum frühstück machen das wäre sehr nett danke schön sagte kira sie gingen gemeinsam in die küche du wirst uns hier fehlen kira sagte sabrina während sie brot in den toaster steckte und tassen aus dem schrank holte es tut meinem sohn sehr gut dich zu haben nach maria war er so niedergeschlagen er hätte den job als reiseführer beinahe nicht angenommen ich bin so froh dass er das doch getan hat ich auch es nicht getan hätte ich werde euch auch alle vermissen ihr habt mich so gastfreundlich aufgenommen ich wünschte ich müsste nicht abreisen du kannst jederzeit wiederkommen sagte sabrina lächelnd der toast sprang aus dem gerät sie strich butter darauf und legte ihn auf ein tablett mit dem kaffee danke sabrina sagte kira aus tiefster überzeugung sabrina tätschelte ihr die hand nein ich danke dir kira dafür dass du christiano wieder zum lächeln gebracht hast kira kehrte zurück in christianos zimmer er wachte gerade auf kira stellte das tablett ab und kuschelte sich im bett an ihn er murmelte glücklich vor sich hin guten morgen meine kira sagte er kira stützte sich auf einen ellenbogen und strich ihm eine haarsträhne aus dem auge sie küsste ihn sanft und schaute ihn dann verliebt an guten morgen christiano strich ihr behutsam über arme und schultern freust du dich schon auf verona fragte er sie erschauerte unter seinen berührungen sicher aber ich finde es schade mich von deiner familie verabschieden zu müssen ich mag sie alle sehr sie sind eben wunderbar stimmte er zu und lächelte sanft wie lief es mit dem schreiben heute morgen sehr gut sie hatte ein viel besseres gefühl beim schreiben als seit sehr langer zeit ich denke ich kriege es in verona fertig wenn ich nicht noch etwas über arbeiten muss sie zuckte mit den schultern und dachte an ninas gründlichkeit man kann nie wissen in dem moment machte ihr handy ein geräusch sie hatte eine e-mail bekommen sie entzog sich christianos armen auch wenn er sie zurück halten wollte und nahm ihr handy vom nachtschrank sie sah dass die nachricht von elliot war sie öffnete sie neugierig er hatte sie sehr unterstützt als sie probleme hatte daher war sie nur neugierig was er von ihrem letzten text hielt kira ich bin begeistert das ist sogar noch besser als der artikel über irland ich bin wirklich froh dass du dich zum bleiben entschieden hast nur eine sache ich weiß nicht wie lane dazu steht was du über florenz geschrieben hast der tod ist ja nun mal nicht gerade ein romantisches thema er möchte es lieber etwas leichter und lockerer haben ich bin mir nicht sicher wir müssen abwarten ob ihm das ein wenig zu düster ist kira lehnte sich gegen die kissen und verzog ein wenig den mund stimmt etwas nicht fragte christiano du hast da diese sorgenfalte auf der stirn kira seufzte elliot ist nicht sicher wegen des letzten abschnitts er meint es ist vielleicht etwas zu düster unpassend für einen artikel über romantik dasselbe hast du auch zuerst gedacht erinnerte er sie als ich dich mit zum friedhof nehmen wollte meintest du es sei zu makaber ohne es selbst erlebt zu haben muss es für amerikanische gewohnheiten etwas krass erscheinen du hast recht aber ich möchte den abschnitt auf jeden fall drin lassen es ist mir wichtig da hat sich für mich alles an den richtigen platz gefügt für uns christiano grinste und strich ihr über den arm weil wir uns in der nacht geliebt haben kira grinste unter anderem auch so war die leidenschaft doch ein wenig gedämpft angesichts der tatsache dass die ganze familie nebenan schlief in verona wären sie wieder allein und das war einer der gründe warum sie sich darauf freute heute abzureisen sich zurückzuhalten fiel ihr aktuell sehr schwer natürlich war sich kira auch bewusst dass damit auch ihr aufenthalt in italien trauriger weise zu ende ging verona war der letzte punkt auf ihrer reise sie hatten dort noch ein wochenende dann war es vorbei am montag würde sie nach hause fliegen und italien hinter sich lassen ob sie damit auch christiano hinter sich ließ wusste sie nicht sie hatten noch nicht darüber geredet sie hatte den eindruck von ihm und jedem anderen hier in italien gewonnen dass man im augenblick lebte und sich nicht darüber den Kopf zerbrach was die zukunft wohl bringen möge sie stellte sich innerlich darauf ein dass es ähnlich enden würde wie mit shane die große distanz würde sich als unüberwindliche hürde erweisen aber kira nahm sich ein beispiel an christiano ihnen blieb noch verona ein ganzes wochenende für sie gemeinsam und sie war fest entschlossen jede sekunde davon zu genießen kapitel 28 unter kira brummte die vespa sie hatten sich dazu entschieden mit der vespa nach verona zu fahren auch wenn das bedeutete dass sie ihr gepäck vorausschicken mussten aber das war es wert denn sie würden auf diese weise eine romantische fahrt durch die tuskana nach norditalien machen können sie drehte sich um und winkte sabrina und francesco zu die vor ihrer villa standen um sich von ihnen zu verabschieden dann legte sie ihre arme um christianos teiche und sie brausten davon die hügel hinab die fahrt sollte drei stunden dauern und führte von der toskana nördlich von florenz durch bologna wo christiano mal studiert hatte einen teil der strecke fuhren sie auf breiten straßen die zwischen den bergen hindurch führten dann desto kühler wurde es kira klammerte sich fest an christiano um von seiner körperwärme etwas abzubekommen ihr haar flatterte im wind und sie fühlte sich leicht und erhaben verliebt schließlich kamen sie in verona an kira schaute sich neugierig um was ihr diese stadt einmaliges zu bieten haben würde die architektur war ein mischmarsch der jahrhunderte wie sie es in italien inzwischen schon gewohnt war aber verona war mehr als eine handelsstadt und das sah man sofort während sie durch die stadt fuhren sah kira paläste kaufmanns villen türme und statuen sie kamen an piazzas und römischen ruinen vorbei auch das hatte kira inzwischen als typisch italienisch angenommen dann fuhren sie unter einem großen steinernen torbogen hindurch einem der alten stadt tore christiano bremste und blieb vor einem hotel stehen er sprang ab und half kira von der vespa ihre beine waren steif von der langen fahrt er küsste sie hat ihr das spaß gemacht sie grinste ja ich möchte das gern wiederholen ein anderes mal sagte christiano sofort musste sie daran denken dass ihnen nur noch heute und morgen blieben sie fragte sich ob er einen Tag in würden sie sich wieder sehen oder vielleicht hatte er gar nicht so genau über seine worte nachgedacht dass ihnen nur noch ein wenig zeit blieb das innere des hotels war gemütlich eingerichtet nicht so perfekt wie das Haus von Sabrina und Francesco aber ebenso hübsch zum Glück war ihr Gepäck tatsächlich angekommen und befand sich bereits auf ihrem Zimmer kira wandte sich um weil sie ihm sagen wollte wie schön ringen konnte waren seine lippen auf ihren und küssten sie gierig es brauchte keine weiteren worte ihre sehnsucht befand sich im gleichklang sie taumelten auf das bett und ließen der leidenschaft freien lauf die sich in den letzten tagen angestaut hatte anschließend duschten sie gemeinsam und machten sich für den nachmittag frisch kira saß am tisch und kämmte sich ihr nasses christianos spiegelbild sie schaute ihm zu wie er sich das hemd zuknöpfte dahin wo jeder der mal literatur studiert hat hingehen sollte antwortete er kira lachte und drehte sich zu ihm um und wo ist das christianos schritt durch das zimmer und nahm ihr gesicht in beide hände der balkon von romeo und julia erklärte er der echte ort den shakespear zum vorbild genommen hat für die romantischste aller liebesgeschichten kira spürte einen kloß im hals bei diesem gedanken sie war so aufgeregt dass sie aufsprang die haare noch nass und nach ihrer tasche griff worauf warten wir denn noch rief sie auf geht's sie nahm christianos hand und sie verließen lachend das zimmer die treppe hinunter hinaus in die warme luft von verona aber dann gelangten sie endlich ans ziel sprachlos war kein angemessener ausdruck für das was kira empfand hingerissen traf es er kira stand da und starrte wortlos auf das steinerne gebäude dass shakespeare diesen balkon den sie nun vor augen hatte als vorbild für die romantischste szene aller zeiten genommen haben sollte war überwältigend unter dem balkon entdeckte kira jede menge kleine schnipselbuntes papier das an einer wand angebracht war sie ging hinüber und stellte fest dass es botschaften von touristen waren von liebenden wie die brücke von florenz war dieser balkon ein pilgerort für verliebte geworden neben ihr trat ein paar an die wand und steckte eine eigene nachricht an sie konnte die worte darauf lesen wir haben beide geliebt und verloren bei unserem verlust haben wir einander gefunden und unsere liebe wird ewig wehren das ist wundervoll sagte kira laut sie konnte die worte nicht zurückhalten der augenblick war einfach zu romantisch für eine selbst zensur das paar lächelte danke sagte die frau unsere reise war sehr lang mit vielen rückschlägen aber jetzt sind wir hier zusammen sie hielt ihn während dieser worte fest an der hand es fühlt sich an als habe man endlich sein ziel erreicht fügte er hinzu und hielt den blick fest auf die frau gerichtet anstatt auf kira sein ziel wiederholte kira in gedanken genau das hatte sie am morgen auch über verona gedacht es war der letzte halt auf ihrer reise das finale wahrscheinlich das ende ihrer zeit mit christian kira spürte inspiration in sich auffallen sie nahm christianos hand und sie setzten sich dahin wo angeblich auch shakespeare gesessen hatte sie spürte die geschichte um sich herum fühlte sich inspiriert überwältigt und begann sich notizen zu machen wie im rausch schrieb sie alle ihre gedanken und gefühle auf ihre ängste sich darauf einzulassen sich zu oft zu verlieben zu sehr und zu schnell darunter zu leiden und schaden zu nehmen all das schien an diesem inspirierenden ort zu verschwinden die liebe ebenso wie das das erkannte Kira endlich es gab Umwege und Haltepunkte manchmal gute manchmal schlechte manchmal schmerzhaft und andere ganz wunderbar aber wenn man am Ziel war dann merkte man das dann löste sich die Angst auf und alles gewann an Klarheit Sabrina und Francesco hatten auf dieser Wahrheit ihre Familie aufgebaut Pippa und Raffaele hatten das aufgenommen und würden ihren Teil dazu beitragen das Paar neben ihnen hatte nach langer und beschwerlicher Suche ebenfalls hierher gefunden aufgeregt fühlte Kira die letzten Worte ihres Artikels beinahe von allein kommen sie schrieb sie schwungvoll nieder ohne sich auf die Reise zu begeben wie sollte man da je ans Ziel gelangen sie legte zufrieden den Stift beiseite Christiano blickte sie fragend an fertig sie nickte mit einem Gefühl des Triumphs du hast Verona in einem Rutsch abgehandelt er schien überrascht Kira grinste stolz und steckte ihr Notizbuch wieder ein ich habe hier die Lektion gelernt die ich brauchte das Geheimnis der Liebe sie standen auf bereit ins Hotel zurückzukehren bevor sie das taten klang Christiano seine Arme und Kira du kennst das Geheimnis flüsterte er ins Ohr verrate es mir sie lehnte sich zurück und schaute zu ihm auf dann küsste sie ihn zärtlich selbst mit so sanften Berührungen konnten sie ihrer Leidenschaft Ausdruck verleihen das Geheimnis ist dass es niemand weiß erklärte sie ihm bis man es weiß Christiano schaute sie mit einer Mischung aus Amusement und Neugier an meine Kira sagte er und steckte ihr eine lose Haarsträhne hinter das Ohr du bist sehr seltsam Kapitel 29 Christiano und Kira verbrachten ihren letzten gemeinsamen Tag damit Verona zu erkunden sie schlenderten am Fluss entlang besichtigten die unzerstörbare Kirche San Zeno die mehrere Angriffe und Erdbeben überstanden hatte und besuchten die Läden die sich in antiken Gebäuden niedergelassen hatten mehr als an jedem anderen Ort in Italien hatte sie das Gefühl sie und Christiano seien ein Paar als ob sie miteinander ausgingen da der Artikel fertig war musste Kira auch nicht unbedingt noch einem Thema hinterherjagen und Christiano musste sie nirgendwo hinführen sie konnten einfach verliebt durch die Stadt schlendern als seien sie hier im Urlaub sie machten auf einer Piazza halt um einen Kaffee zu trinken und unterhielten sich dabei über das Opfer Festival das im Sommer hier statt fand sie waren sich einig dass es toll sein musste das einmal erleben zu dürfen dann dann plauderten sie über den Mangel an Parks und Grünflächen in Verona und noch dieses oder jenes andere ohne tiefere Bedeutung wie die Berge nördlich der Stadt wo ein besonderer deutscher Dialekt gesprochen wurde die hässlichen Parkplätze den merkwürdigen Wahlknochen der seit Jahrhunderten im Arco della Costa hing und dessen Herkunft niemand kannte immerhin war Verona ungefähr 75 Meilen von der Küste entfernt aber bei all den netten Gesprächen erwähnte keiner von beiden das unvermeidliche Ende am nächsten Tag Kira wollte die Stimmung damit nicht verderben und sie nahm an dass es Christiano ebenso erging gerade als sie eine leckere Pizza Fungi aßen erhielt Kira eine E-Mail von Elliot gute Neuigkeiten Kira Lance liebt den Artikel er meint es wäre gewagt und etwas Besonderes die Sache mit aller Seelen zu erwähnen aber er meint dem letzten Abschnitt fehlt noch etwas er mag die Analogie der Reise aber ihm fehlt da der Abschluss er will wissen was die Zukunft für dich und Christiano bereithält als als Kira das las wurde ihr bewusst dass Elliot recht hatte es fehlte der Schluss weil sie und Christiano eben nicht wussten wie ihre Geschichte enden würde sie hatten sich noch nicht für einen Schluss entschieden konnten das vielleicht auch gar nicht in Italien tun Kira entschied sich bis zum Ende des Tages zu einem Entschluss zu kommen wie ihre Geschichte enden sollte Kapitel 30 Für ihre letzte gemeinsame Mahlzeit in Verona wählten Kira und Christiano ein intimes von Kerzen erhältes Restaurant mit Blick über die Piazza Bra In der Ferne erkannte man die beleuchtete Arena Veronas antike Ruine das dem Ganzen einen beinahe magischen anderweltlichen Charme verlieh Kira wählte Tagliatelle mit Gambas während sich Christiano für Steinpilz Risotto entschied er wählte außerdem einen vorzüglichen Wein der hervorragend zu ihren Gerichten passte davon tranken sie reichlich Kira war dankbar für den Alkohol denn sie brauchte allen Mut den sie zusammenkratzen konnte um das Thema zur Sprache zu bringen das sie so lange gemieden hatten Der Kellner räumte schließlich ihr Geschirr ab und sie bestellten ein letztes Mal Eis Tisch und nahm Christianos Hand in ihre ich muss mit dir reden sagte sie das Kerzenlicht tanzte in Christianos dunklen Augen oh worüber denn über morgen wie wir zum Flughafen kommen er schien nicht zu verstehen was sie ansprechen wollte es gibt einen Bus der dahin fährt die Fahrt dauert ein wenig aber die Haltestelle ist nahe genug am Hotel und ist damit die einfachste Lösung Kira schüttelte den Kopf nein das meine ich nicht es geht darum dass ich morgen abreise zurück nach Amerika Christianos Finger verkrampften sich unter ihren ich weiß das ist schade mehr sagte er nicht schade weil damit zwischen uns alles vorbei ist fragte sie zögernd nein rief Christiano entsetzt es ist nicht vorbei es ist schade weil damit das italienische Kapitel unserer Geschichte geschlossen wird Kira seufzte erleichtert auf Christiano wollte es also nicht beenden sie war froh dies zu hören in dem Fall wäre es vielleicht sinnvoll wenn wir uns überlegen wann wir uns das nächste Mal wieder sehen Christiano legte den Kopf schief und blickte sie verwirrt an Kira fragte sich ob sie ihn vielleicht doch komplett missverstanden hatte aber was er als nächstes sagte machte es mehr als deutlich dass sie ihn genau verstanden hatte ich komme mit dir sagte er als sei das doch ganz offensichtlich nach New York er zuckte mit den Schultern eine Geste der die Kira an ihre erste Begegnung mit ihm erinnerte du hast meine Heimat gesehen jetzt möchte ich deine kennenlernen morgen sagte sie verblüfft ja natürlich antwortete er schlicht wieso denn nicht Kira war schockiert sie konnte gar nicht antworten das musste sie erst einmal verarbeiten sie hatte in kürzester Zeit eine Berg und Talfahrt mit ihm hingelegt keinen Kontakt zu Christiano gehabt sich dann mit ihm versöhnt musste den Gedanken verarbeiten sich dauerhaft wieder von ihm zu trennen und hatte nun die Option dass er mit ihr mit kommen würde ihr wurde schwindelig nun meinte sie und musste ihre Gedanken erst einmal sortieren ich weiß allerdings nicht wie viel Zeit ich haben werde um dir alles zu zeigen ich muss arbeiten das macht nichts sagte Christiano ich erkunde auch gern auf eigene Faust drückte ihre Hand solange ich meine Kira habe um mir das Bett warm zu halten Kira konnte es nicht anders sagen das klang arrogant seine Reaktion war das genaue Gegenteil von Shane Shane hatte ihr praktische Gesichtspunkte vorgegeben Rücksicht auf die Familie ihrer bei der Arbeit die finanzielle Situation Christiano schien nichts von all dem zu bedenken sondern nur dass sie zusammen wären es klang so einfach aber für Kira war es eben nicht so einfach zunächst einmal hatte sie keine Wohnung Zack hatte sich nie wieder gemeldet mit seinem Vorschlag sie können ja mal etwas zusammen trinken gehen daher wusste sie nicht wann sie endlich ihren Anteil der Kaution zurückbekommen würde ohne das Geld konnte sie aber keine neue Wohnung mieten falls Christiano mit ihr kam würden sie sich beide auf Bryns Couch quetschen müssen außerdem stand Thanksgiving vor der Tür sie konnte nicht einfach einen Fremden mitbringen und damit alle Pläne ihrer Familie durcheinander werfen Bryn war ohnehin schon sauer darüber dass sie sich abends noch mit Shelby und Maxine treffen würde wenn sie da noch jemanden mitbrachte selbst wenn es ein Adonis wie Christiano war würde ihre Schwester sicher ausrasten Kira bemerkte dass Christianos Strahlen in sich zusammenfiel du möchtest nicht dass ich mitkomme meinte er traurig das ist es nicht beeilte sich Kira zu erklären aber dann hielt sie inne es war genau das Christiano hatte es zu eilig und sie brauchte mehr Zeit um darüber nachzudenken jedenfalls erst einiges regeln was denn fragte er da sich seine Befürchtung nun bestätigt hatte sagte er noch mehr in sich zusammen meine Arbeit eine Wohnung ich schlafe derzeit bei meiner Schwester das stört mich nicht meinte Christiano aber mich antwortete Kira entschieden daheim geht es bei mir derzeit ein wenig drunter und drüber das wäre blöd für dich das stört mich aber nicht widersprach Christiano erneut Hauptsache ich wäre mit dir zusammen in einem tollen Land es wäre großartig wäre es eben nicht das versuche ich dir doch gerade zu erklären sie klang nun schon ein wenig energischer und ungeduldiger es wäre zu kompliziert da ist nichts mit Liebesnächten im Orangenhain oder den Sonnenuntergang anschauen ich wäre damit beschäftigt von A nach B zu laufen um eine Wohnung zu finden ich muss jeden Morgen ins Büro du wärst allein in der engen unaufgeräumten Wohnung meiner Schwester das hat absolut gar nichts mehr mit Romantik zu tun sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und löste ihre Hand von seiner sie war selbst überrascht wie energisch sie geworden war in ihr war einfach alles durcheinander sie hatte von sich selbst nicht erwartet so zu reagieren wieso hatte sie sich nicht gefreut dass Christiano mitkommen wollte er schaute sie stumm an er wirkte verletzt sogar niedergeschlagen Kira atmete tief durch versuchte ihr wildpochendes Herz einigermaßen zu beruhigen ich möchte dir keinen solchen Dämpfer verpassen sagte sie leise aber in New York müssen wir uns mit einer Realität auseinandersetzen die es hier nicht gab das weiß ich sagte Christiano ich habe nichts anderes erwartet aber aber du offenbar schon denn wann wäre das denn jemals nicht der Fall wann wäre New York denn je etwas anderes als harte Arbeit für dich und normaler Alltag ich war darauf eingestellt ich weiß es ist kein Fantasiereich die Frage ist weißt du das auch Kira senkte den Blick ihre Finger spielten mit der Tischdecke Christiano hatte offenbar doch ausgiebig darüber nachgedacht streng genommen sogar deutlich mehr als sie und er hatte recht sie verhinderte dass er in ihre Welt kam und sah wie sie war solange sie nur Italien hatten erschien alles wie in einem Märchen aber daheim würde sie das echte Leben einholen alles würde sich ändern es würde Alltag werden nicht mehr nur eine Liebes Geschichte schließlich blickte sie Christiano wieder an sie war selbst entsetzt darüber was sie im Begriff war zu sagen du hast recht ich habe nicht an die Realität gedacht wie es dann sein würde ich weiß nicht ob ich eine solche Veränderung möchte vielleicht ist es doch besser wenn wir es bei Italien belassen Christiano sah aus als habe er Schmerzen als sei er auf widerliche Weise hintergangen worden willst du damit sagen das war es Kira das ist das Ende sie kaute auf ihrer Lippe ihr Herz raste sie fühlte sich hin und her gerissen einerseits wollte sie mit ihm ins kalte Wasser springen andererseits wollte sie das auf gar keinen Fall aber hatte sie sich nicht schon längst entschieden sie spürte selbst den Schmerz den sie ihnen beiden zufügte aber sie nickte dennoch ohne ein weiteres wort stand christiano auf er warf seine serviette auf den tisch drehte sich um und verließ das restaurant kira schlug die hände vor das gesicht lans hatte ein ende gewollt einen abschluss aber selbst kira hätte das hier nicht vorhersehen können schlug Kapitel 31 Am Montagmorgen war das Wetter unerwartet heiß und drückend. Kira packte langsam ihre Sachen zusammen. Sie war traurig. Christianos Seite des Bettes war ordentlich gemacht, er war nicht mehr hier, um die Laken zu zerwühlen. Sie trug ihren Koffer hinunter zur Rezeption. Zum ersten Mal seit dem furchtbaren Tag mit Antonio war sie selbst wieder dafür verantwortlich. Der schwere Koffer fühlte sich wie eine Bürde an, die auf ihr lastete. Sie checkte aus und trat hinaus auf die Straße. Dann machte sie sich auf den Weg zur Bushaltestelle. Im Gegensatz zu Neapel hatte sie hier ganz allein keine Angst. Sie war viel zu unglücklich dafür. Der Bus kam und Kira schleppte den schweren Koffer hinein. Der Bus war voll mit Leuten, die zur Arbeit fuhren. Sie schauten Kira finster an, als sie versuchte, sich an ihnen vorbeizuschieben. Sie wusste genau, was sie dachten, denn sie hatte immer ähnliche Gedanken gehabt, wenn in der New Yorker U-Bahn die Touristen ausgerechnet in der Rush Hour mit ihrem Gepäck ankamen. Sie fühlte sich unwohl, als sei sie nicht mehr willkommen in Italien. Es gab keine freien Sitzplätze mehr, also musste sie stehen. Die Fahrt dauerte ziemlich lange. Es gab jede Menge Staus unterwegs. Seit dem ersten Tag in Italien hatte sie diese Seite noch nicht erlebt. Die romantische Blase zerplatzte schließlich. Es war einfach auch nur ein Land mit Menschen, die zur Arbeit fuhren, Steuern und Rechnungen bezahlten. All die banalen und unromantischen Dinge, zu denen sie nun in New York ebenfalls zurückkehren würde. Endlich erreichten sie den Flughafen und Kira stieg aus dem Bus aus. Sie war steif vom langen Stehen. Das würde nicht viel besser werden, wenn sie erst einmal im Flugzeug saß. Nur würde sie dann eben acht Stunden sitzen müssen. Um es noch schlimmer zu machen, musste sie feststellen, dass ihr Flug Verspätung hatte. Seufzend suchte sie sich ein Café und setzte sich hinein. Sie checkte ihre E-Mails und fand eine von Elliot. Wieder machte er merkwürdige Andeutungen über eine Beförderung. Kira wurde bewusst, dass es tatsächlich eine freie Stelle über ihr gab. Nämlich den alten Job von Joshua, da Lance den ja keinesfalls inne hatte. Kira konnte sich nicht recht vorstellen, den Posten zu bekleiden. Das wäre ein ziemlich großer Schritt. Zumal sie erst vor kurzem nicht einmal sicher war, ob sie überhaupt noch einen Job da hatte, zu dem sie heimkehren würde. Aber die Aussicht war auch aufregend und sie war neugierig, was die Zukunft ihr da noch bringen würde. Es war immerhin alles, was sie hatte, nachdem sie erneut einen Liebhaber verloren hatte. Kira spielte gelangweilt mit ihrem Handy herum, bis sie endlich an Bord des Flugzeugs gehen durfte. Sie sah, dass Shane auf ihre Nachricht geantwortet hatte. Sie seufzte und las seine Nachricht. Er meinte, er hätte einen Fehler gemacht, als er es beendete. Er hätte zu übereilt gehandelt. Er hätte nicht nachgedacht, weil die Sorge um den Vater alles andere blockierte. Als sie das las, wurde ihr einiges klar. Nicht über sie und Shane, sondern über sie und Christiano. Sie hatte genau dasselbe gemacht. Viel zu übereilt gehandelt. Es war Angst gewesen, die sie hatte so hastig handeln lassen. Wie Shane, so würde auch sie es bereuen, wenn sie es mit Christiano bei diesem Stand der Dinge belies. Sie wollte nicht in einigen Wochen genau da sein, wo Shane jetzt stand. Ihrer verlorenen Liebe. Voller Bedauern über das eigene Tun. Mit plötzlicher Klarheit scrollte Kira durch ihre Kontakte und wählte Christianos Nummer. Sie lauschte dem Klingeln, ihr Herz raste vor Aufregung. Als er den Anruf annahm, klang er niedergeschlagen. Aber es war ihr Christiano und sie spürte die Erleichterung, einfach nur seine Stimme zu hören. Sie war nicht sicher gewesen, ob sie ihn je widersprechen würde. Ich hatte einfach Angst, platzte es sofort aus ihr heraus. Wovon redest du, Kira? Er klang müde. Es lasste die Welt auf seinen Schultern. Das mit uns hat mir Angst gemacht. Ich war wie erstarrt. In Panik. Ich hatte vergessen, dass wir uns beide miteinander auf einer Reise befinden. Es entstand eine Pause. Dann räusperte Christiano sich. Was willst du damit sagen? fragte er missmutig. Komm mit mir, rief sie. Ich habe mich wie ein Idiot benommen. Ich möchte, dass du mit nach New York kommst, meine Schwester und meine Mutter kennenlernst. Deine Familie hat sich so nett um mich gekümmert und es würde mir viel bedeuten, wenn du nun auch meine kennenlernst. Christiano versuchte gar nicht erst cool zu bleiben. Sie konnte sofort hören, dass sich seine Laune erheblich besserte. Wirklich? Keuchte er aufgeregt. Unbedingt, antwortete sie. Bist du schon am Flughafen? Kira wusste, dass er wusste, dass sie bereits da war. Er kannte ja ihren Zeitplan auswendig. So hatte er sie immerhin auf der Ponte Vecchio getroffen. Das weißt du doch. Sie blickte auf ihre Uhr. Und mein Flug hat Verspätung. Eine Stunde wird es wohl noch dauern. Soll ich kommen? Er klang erstaunt und aufgeregt gleichermaßen. Warum nicht? Es wäre ein verdammt gutes Timing. Deine Familie hat mich so freundlich an aller Seelen aufgenommen. Nun ist es an meiner, dich zu Thanksgiving zu beherbergen. Truthahn, das ist alles, was ich über Thanksgiving weiß. Kira lachte. Immerhin ein Anfang. Also, was meinst du? Gespannt wartete Kira den kleinen Moment des Zögerns am anderen Ende der Leitung ab. Dann sagte Cristiano das, was Kira unbedingt hatte hören wollen. Natürlich. Was immer du möchtest, Kira. Sie beendete den Anruf und presste erleichtert das Handy an ihre Brust. Sie stellte sich vor, wie Cristiano mit der Vespa durch die italienische Landschaft brauste, rasend, über Berg und Tal rasant jede Kurve nahm. Sie wurde immer aufgeregter und konnte es kaum noch erwarten, ihn wiederzusehen. Ihr Flug wurde aufgerufen. Aber Kira blieb, wo sie war. Sie würde nicht ohne Cristiano fliegen. Sie war so entschlossen und darauf fixiert, dass sie sich auch dann nicht bewegte, als der Durchgang wieder geschlossen wurde, ohne Cristiano in Sicht. Den Flug zu verpassen, war ein Opfer, das sie gern brachte, selbst wenn sie Tage auf den Nächsten warten musste. Gira. Sie hörte seine Stimme nach ihr rufen. Dieses Mal jedoch nicht quer über die Piazza oder vom anderen Ende der Ponte Vecchio, sondern durch die Flughafenhalle, wo der nächste Abschnitt ihrer gemeinsamen Reise beginnen würde. Ihr Herz machte einen Hüpfer und sie fuhr herum. Bisher war es Cristiano gewesen, der ihr hatte nachlaufen müssen. Dieses Mal aber nicht. Sie rannte quer durch die Halle. Als sie ihn erreichte, warf sie sich in seine Arme. Er hob sie hoch und wirbelte sie herum. Kira bemerkte, dass die Leute guckten. Aber das war ihr gerade vollkommen egal. Sie wollte, dass die ganze Welt ihre Liebe sehen sollte. Schließlich stellte Cristiano sie wieder auf ihre Füße und küsste sie leidenschaftlich. Kira fühlte, wie sie in seinen Armen zur Ruhe kam. Genau hier sollte sie sein. Sie lehnte sich zurück und blickte zu ihm auf. Meine Kira, sagte er. Mein Cristiano, antwortete sie. Schließlich machte sie einen Schritt zurück und betrachtete ihn. Er hatte nur eine kleine Ledertasche dabei. Keinen Mantel, keinen Schal, keinen Pullover. Du wirst frieren in New York, meinte sie lachend. Wir kaufen dir schnell ein paar Sachen. Bis das nächste Flugzeug geht, haben wir noch reichlich Zeit. In dem Fall sollten wir noch ein weiteres richtiges Date haben. Hier im Flughafen? Kira lachte auf. Cristiano deutete auf ein Restaurant. Es war nicht das, was sie gewohnt waren, aber Kira war das gerade egal. Selbst ein billiges Essen war sicher fantastisch. Solange sie sich dabei in Cristianos Gesellschaft befand. Nach dem Essen holen wir uns ein Eis, fügte er hinzu und deutete auf einen kleinen Eisstand in der Nähe. Und zuletzt gehen wir da hinten in die entzückende Bar und trinken Limoncello. Kira schmiegte sich an ihn. Selbst in einem Flughafen schaffte er es, das Besondere hervorzubringen. Sie fühlte sich erleichtert und dankbar, dass er hier war und dass er ihre Entschuldigung angenommen hatte. Der Abschluss ihrer Geschichte blieb aus. Es würde eine Fortsetzung geben. Kira hatte keine Ahnung, wie viele Kapitel sie noch gemeinsam schreiben würden, aber sie wollte es gern herausfinden. Sie war bereit für diese Reise mit Cristiano, wollte sehen, wohin sie führte. Der Schluss würde sich schon irgendwie selber schreiben. Das war italienische Nächte. Die Liebe auf Reisen Buch 2 Geschrieben von Sophie Love Erzählt von Valentina Lee Gerechen